Ich hab's geschafft man, ich muss nie mehr U-Bahn fahren, Crucible bei einem Lamborghini Huracan. Was geht ab Freunde, was geht ab, was geht ab, was geht ab. Ja Leute, ich weiß, zwei Minuten zu spät ist ja gut Leute, ist ja gut Leute. Ich weiß doch Bescheid, ey. Wer ist jetzt schon alles am Start? Heyo Leute, Crymax hier, was geht ab, ihr Paul Berger. Ich hoffe natürlich, bei euch geht's allen gut. Heute Fortnite Live-Event, wer hat alles Bock? Ich hab auf jeden Fall Bock. Wer Bock hat, lässt jetzt hier mal ein Like und ein Abo da. Hole ich den BMW für Papa. Ey, Two-Face, ein Monat Mitglied, Kurs, 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 Kurs geht raus, dankeschön, danke. Oh mein Gott Leute, ich hab so Bock, ich hab so Bock, mal wieder ein Fortnite Live-Event streamen. Lange ist es her. Leute, wann hab ich das letzte Mal ein Live-Event in Fortnite gestreamt? Ich glaub das war, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren oder so. Aber ich hab Bock Leute, Eminem, Live-Konzert, wir gehen auf jeden Fall rein. Wir sind natürlich wieder live dabei, Freunde. Und ich würde sagen, zu Beginn des Streams, heute, weil so ein besonderer Tag ist, werde ich nicht drei Paul Berger grüßen, sondern heute werde ich fünf Paul Berger grüßen, Leute. Also jetzt schreibt euren Namen jetzt mal in den Chat rein und dann werde ich jetzt fünf von euch grüßen. Ey, Mitsu, Ehrenmann, dankeschön. Äh, Aytoprak, Ehrenmann, Kuss, 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 geht raus, Kuss, Kuss, Kuss. Dass du auf dich vertraust. Oh mein Gott, okay, ihr dreht hier schon wieder völlig durch. Ich merk schon, ihr dreht hier durch. Ich merk schon, ihr dreht hier durch, Leute. Warte mal, ich mach mal den Chat auf. Äh, hallo, Kohl, Ehrenmann, Kuss, Kuss, Kuss. Oh Leute, guckt euch das hier mal an, der Live-Chat. Guckt euch das hier mal an. Ey, wen soll ich denn jetzt hier alles grüßen? Okay, komm, wir grüßen jetzt fünf. Äh, und zwar, ich grüße hier den... Marlon Schwab. Marlon, grüße geht raus, mein Bester. Dann grüße ich hier den... Schon wieder einen Marlon. Marlon Kavski. Marlon Kavski, Kuss, geht raus. Raus für ein Leben wie ein GTA. Äh, Yang Li. Lian, Kuss, geht raus. Dankeschön, Kuss, geht raus. So, jetzt haben wir schon drei. Felix, zwei Euro, Dankeschön. Paul Bergerin Chessin natürlich auch wieder am Start. Das zählt jetzt aber nicht. Criddle Master, den grüßen wir auch noch. Criddle Master, aber okay, komm, jetzt noch zwei. Noch zwei letzte. Und zwar hier den Bärf Bari, Muhammad. Kuss, geht raus, mein Bester. Okay, und wer ist der Letzte? Wer ist der Letzte, der für heute gegrüßt wird, Freunde? Drei, zwei, eins. Wir machen jetzt so. Ich zähle jetzt runter und da, wo der Mauszeiger stehen bleibt. Drei, zwei, eins und stopp. Leon, Leon MTB. Leon, Gruß geht raus, mein Bester. Liebe Grüße. So, jetzt habe ich hier fünf Paul Berger gegrüßt. Die Crymax. Stein für Stein bauen wir uns auf. Leben gemeinsam unseren Traum. Boah, Leute, ich muss jetzt erstmal eine Paul Berger-Lemo zischen. Jetzt müssen wir erstmal eine Paul Berger-Lemo zischen. Dann geht es hier richtig los. Ui, ui, ui. Freunde, oh, das sieht man nicht richtig wegen Greenscreen. Paul Berger-Lemo, 40 Geschmack. Leute, macht jetzt mal Insta-Stories. Ich werde jetzt ein paar Insta-Stories gleich mal noch reposten. Und zwar macht mal eine Story, wenn ihr die Paul Berger-Lemo gerade trinkt und meinen Stream schaut. Dann werde ich jetzt eine Story reposten. Die coolste Story werde ich gleich reposten, okay? Macht mal eine Story mit Paul Berger-Lemo und wie ihr meinen Stream schaut. Ihr wisst Bescheid. Auf euch, Freunde, auf euch. Wir haben schöne Zeiten, denken groß in Minecraft. Ey, Finnyboy hat ein Upgrade auf Ehrenbruder durchgeführt. Ey, Leute, was ist denn hier schon wieder los? Guckt euch mal an, hier schon wieder so viele neue Mitgliedschaften hier. Kuss, kuss, kuss geht raus. Hier, Finnyboy, geupgradet. Für die Leute, die Ehrenmann sind, man kann auch auf Ehrenbruder upgraden. Das habe ich selbst schon wieder vergessen, der Ehre. Jetzt kann ich viel bezahlen, dank meiner Wiederwahl. Als Präsident werde ich die Wände schaffen. Ich werde ein paar Wände schaffen. Die Grenzen schaffen. Ach, so, Leute, was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt hier? Sollen wir noch eine Runde Fortnite zocken, bis es losgeht? Hils bin ich laufend am Chillen und dank traumhafter Willen sieht es aus wie ein Film. Digger, was ist los? Zockt ihr, oder was? Nee. Ich habe hier gerade schon richtig fresh. Alter, ey, lass mich mal mitzocken, ihr Paulberger. Wir machen eine Sub-Challenge. Machst du mit bei Sub-Challenge? Was ist eine Sub-Challenge? Ja, Kill-Duell. Oh. Und der Verlierer muss den anderen immer dann Sub schenken. Ja, okay, ich bin dabei. Easy. Warte, ich bin gleich dabei. Dean, 5 Schweizer Franken, Dankeschön. Adrian, hier nochmal mit Ehrenbruder Amir. Amir, seit 33 Monaten. Dankeschön. Und dann habe ich hier noch gesehen, wo war der andere Paulberger? Hier, Tod, hat einen Mitgliedschaft verschenkt. Ehrenmann, Tod 7, Tod, Tod, 7, 4, 3. Kuss, 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 Leute. Zu viel Liebe hier im Chat, zu viel Liebe. Und alle einfach mal auf kostenloser Ehrenbruder-Basis, Leute. Können nämlich alle nämlich kostenlos supporten. Und zwar, wenn ihr jetzt einfach mal im Item-Shop, so, wenn ihr jetzt einfach mal im Item-Shop, nämlich den Creator-Code iCramix OG eintragt. Alle Creator-Code iCramix OG eintragen. Ganz, ganz richtig und wichtig. Könnt ihr mich kostenlos supporten? Abfahrt, Leute. Geh, steht für Gön. Hamoudi Fly, Ehrenmann. Dankeschön. Ey, Hamoudi Fly. Hä? 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 Wie macht der das? Guck mal. Hamoudi Fly, Ehrenmann. Hä? Bro, wie machst du das? Er schickt mir Ehrenmann auf YouTube und ein Geschenk in Fortnite gleichzeitig. Hast du das getimed, Bro? Hä? Wie krass ist Hamoudi Fly, bitte. Dankeschön, Bro. Danke. Alter, Geschenke-Pack-Opening. Sieben, ganz ohne. Warte, ich muss mal kurz fragen. Wann geht's los, Jungs? Um 19.30 Uhr. Nee, ich mein mit der Kill-Duell-Challenge. Jetzt direkt gleich nur noch zwei Gegner fehlen hier. Okay, okay, nice, gut. Oh, ey, X zu dem X. Dankeschön, dass du mich dran erinnerst. Stimmt, ich muss da noch was aufnehmen, Leute. Ich mach das jetzt hier mal direkt. Ha, ha, ha. Nicht wundern, ich muss hier noch was aufnehmen nebenbei. So, perfekt. Läuft, 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 läuft. Ja, läuft. X für den X. So, zwei ganze Stadien voll. Sollen wir ein Geschenk öffnen? Eines Tages, nur dank euch. Okay, Leute. Wir werden jetzt ein Pack-Opening machen. Ich bin gespannt, Hamoudi Fly, was du mir geschickt hast. Sollen wir jetzt reinschauen, Leute? Aber warte, jetzt hab ich kein Fullscreen hier. Egal, Pack-Opening, Pack-Opening, Pack-Opening. Blitzi, zwei Euro. Max, Kuss, 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 Dankeschön. Was hast du gefragt? Max, hab dich markiert, wo ich Paul-Berger-Limo getrunken hab. Okay, Ehre, ich guck gleich eure Story. Ist die coolste Story. Werde meinen Stream schaut und Paul-Berger-Limo trinkt, werde ich reposten gleich auf Insta. Okay, komm, wir schauen rein. Jetzt alle mal liken und abonnieren und Glocke aktivieren. In drei, zwei, eins. Let's go. Oh, warte mal, jetzt muss ich hier nochmal kurz lesen. Sorry. Paul-Bergerin Chessy seit neun Monaten, danke. Leon seit neun Monaten. Und Adrian. Adrian hasselt hier zehn Schweizer Franken aus. Bruder, übertreib nicht, Adrian. Ich bin von der Schweiz nach Deutschland gefahren, um mir Paul-Berger-Limo zu holen. Aber es hat... Was? Aber es hatte keine. Ich bin so gebrochen. Wie? Du hast keine gefunden? Bist extra von Schweiz nach Deutschland gefahren, hast keine gefunden? Ey, Adrian, Alter. Ey, das tut mir leid. Das Problem ist, in vielen Supermärkten ist Paul-Berger-Limo schon wieder ausverkauft. Ich hab so eine Liste bekommen. In vielen ist es wirklich schon wieder ausverkauft. Ganz crazy. Aber ich kann euch sagen, Anfang Dezember werden alle Supermärkte deutschlandweit, Netto und Edeka mit der zweiten Welle beliefert. Wir haben die dreifache Menge produziert. Also dann sollte wirklich jeder was kriegen, Leute. Okay, komm, jetzt aber wirklich Pack-Opening. Jetzt aber wirklich Pack-Opening. Sind wieder da. Übernehmen die Insel. Drei. Zwei. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Oha. Alter, cool. Ey, Hamoudi Fly, das ist voll der nice Emote für das Konzert heute. Direkt ausrüsten. Ey, dankeschön. Hä? Hallo, ausrüsten? Warum kann ich ausrüsten? Nicht drücken. Okay. Die Gegner, sie fliehen. Hab ich das jetzt ausgerüstet oder nicht? Dunklen Tagen. Die Netherite Guard. Oh, das ist auch ein cooler Emote. Stani. Crymax. Den werde ich direkt ausrüsten. Hä? Warum kann ich es nicht ausrüsten? Ich hab das doch grad geschenkt bekommen. Versteh ich nicht. Warum kann ich das nicht ausrüsten, Leute? Netherite, Netherite, Netherite. Sag mal ehrlich, bist du ein Huhn? Ich sag mal ehrlich, Bro, welches Tier wärst du gerne? Ähm, Huhn nicht, weil das bist ja schon du. Ein Problem, Mann. Sag mal ehrlich, Bro, welches Tier wärst du gerne? Nee, aber ich sag dir, Reetog, ein Tier, was fliegen kann, ist schon heftig. Ich glaub, das wär schon geil. Wenn ich ein Tier wäre, dann wär ich gern Lotti bei Stani. Ja, das ist gut, aber ich sag ehrlich, Bro, also SU seh ich eigentlich auch so als Hund. Bro, nur weil ich dich grad Huhn-Sohn genannt hab. Alter, schade, Digga. Hier geht's schon wieder direkt los. SU seh ich so ein bisschen. Guck mal, du hast grad sogar diese Geräusche nachgemacht. Wann ist eure Runde endlich fertig, ey? Ja, komm, wir beenden das jetzt. Der ist eigentlich schon... Guck mal, das Ding ist, guck mal, so ein Hund zu sein, ist ja voll geil, weil du bellst ja schon die ganze Zeit rum und so. Also musst du dich ja gar nicht... Warte, 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 in dieser Runde hab ich nicht einmal gebellt. Der Einzige gebellt hat was du. Nee, aber du musst dich ja denn gar nicht mehr... Julio, komm mal kurz runter. Wir müssen das jetzt beenden. Nein, wir nehmen die Insel. Ich will einen Trickshot machen, der soll was stehen bleiben, der soll ich mal hinstellen. Boah, Leute, ihr werdet gleich so sehen, wie Stani und Essie in der Kill-Challenge abziehen. Alter im Maul. Also ich sag ehrlich, wenn Max, wenn du dich abziehen, kriegt der 1.000 Euro. Was? Okay, Videobeweis. Videobeweis. Und dann machen wir 50-50. Videobeweis, habt ihr das gehört? Stani gibt mir 1.000 Euro. Das war ein krasser Scope, Leute. Was tanzt du da wieder so rum, so dämlich da hinten alleine? Ey, Bro, ich sag ehrlich... Ich muss jetzt Eminem erstmal ausrüsten. Cringe, cringe, da ist nicht Eminem drin. Ey, oh mein Gott, Leute. Ey, ich werde wieder S.U.'s Moda auspacken. Boah, guck mal, was er sagt. Okay, dann werde ich deinen Vater auswählen. Alter. Ich wähl jetzt deinen Vater aus. Welchen Eminem-Skin findet ihr cooler, Leute? Schon den hier, oder? Der mit der Maske sieht ein bisschen weird aus. Ich sag ehrlich, der mit der Maske erinnert mich ein bisschen an S.U. Obwohl, ich hab Stannis Mutter gefunden, Vater. Du hast meine Mutter gefunden? Ich hab deine Mutter gefunden. Ja, okay, dann werde ich deinen Vater spielen, Bro. Deinen Vater spielen. Schade, euer Fall. Mann, lade dich, lade dich ein. Dann werde ich deinen Vater spielen, Vater. So. Ich muss mir noch einen coolen Skin machen, Leute. Wie heißt du nochmal im Spiel? Icrimex OG. Weil ich bin Icrimex OG. Wow. So, wo? Guck mal, wie er gerade am Suchen ist. Er braucht erstmal eine halbe Stunde. Ich hab seine Mutter direkt gefunden in meinem Spin. Sofort, tsch. Bro, ich hab halt nicht so ein Beispiel, ich spinn wie du. Oh, dann such doch meinen Vater jetzt, komm. Leute, das passt ja auch nochmal zu dem Outfit. Boah. Leute, der Skin-Kombinations-Boss ist aber wieder zurück, ne? Guckt euch das mal an hier. Alter. Schon lange war der Skin-Kombinations-Boss nicht mehr da, Leute. Aber er ist wieder zurück. Guck mal, er sucht immer noch, Leute. Er sucht immer noch. Der Standard zu dem Skill. Ja, warte, warte. Ich hab's gelöst. Ich hab's gelöst. Und du kannst das nicht überbieten. Was würdet ihr für eine Hacke dazu nehmen, Leute? Max, ich find dich nicht. Du musst mal kurz selber auf meinen Namen oder auf seinen Namen. Oh, ich hab's für ein Skin, Leute. Mach ich sofort, Bro. Ja, ich darf nicht. Such mal weiter. Hä, was ist das für ein Skin, Leute? Boah, voll krass. Und so wird schon logisch. Oh, ne gute Hacke dazu, Leute. Ey, Leute, was würdet ihr für eine Hacke dazu nehmen? Nämlich find die alle nicht so passend. Das muss ja eigentlich irgendwas, was mit Musik zu tun hat sein, oder? Bei Eminem. Crymax oder Rosic. Bro, ich mach zu viele Scheiß-Skins, Leute. Oh, nein. Oh, der Witz, der juckt keinen mehr, Digga. Was würdest du jetzt machen? Oh, ich hab jetzt Swiss Vater nach zwei Stunden. Alter, mal wieder Fortnite. Wie lange hab ich Fortnite nicht mehr? Wie lange hab ich Fortnite? Z3P irgendwas ist ne gute. Z3. Hä? Z... Soll das ein E sein? Z... Zepter. Zepter. Was machst du da wie so ein ekliger... Ja, da hab ich nicht. Die Hacke, die du meinst, hab ich nicht, Bro. Die Hacke hab ich nicht. Sag mal, sag mal ne gute Hacke, Leute. Ne gute Hacke, ne Gitarre. Hab ich nicht. DJ, irgendwas DJ-mäßiges? Oh! Ich könnte diese DJ-Ding nehmen. Komm, wir nehmen die DJ-Ding einfach. Passt. Passt, 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 Freunde. So. Boah. Es gibt ein Skin, da würde ich lachen. Ja, ich weiß, ich such den gerade nicht. Ich such diese fetten Alkoholika-Skin, Leute. Wie heißt dieser fetten Alkoholika-Skin? Was reden die da, Leute? Was reden die da? Davon distanzier ich mich. Travis? Die von Travis? Oh. Ey, die von Travis Scott eigentlich ne gute... Wie heißen die von Travis Scott? Cactus Check oder ne? Wie heißt die nochmal? Ah, hier, die da. War Diamant Check. Boah. Boah. Guter Call, so mit dem Chrom, alles Chrom. Wie hieß der nochmal, Leute? Guter Call, Leute. Ihr seid die wahren Skin-Kombinationsbösse. Boah. Junge, krasser Emote hier. Aber wo ist denn... Bro, ich hab echt zu viele Skins, Leute. Ich check das aber nicht. Wenn man jetzt Skin-Namen nicht weiß, man findet einfach keinen Skin, das ist halt echt das Problem. Ach, hier ist das. Das hat mir Ohmut gerade. Genau, Hamoudi Fly. Hamoudi Fly hat mir gerade den Emote hier. Was ist das? Ausrüsten. Wie heißt die das hier, Leute? Kuss, kuss, kuss. Was geht im Item Shop noch ab? Ich guck grad gar nicht. Item Shop hier, nix wichtiges, glaube ich. Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall Crater, Kodak, Ramex, OG jetzt alle eintragen. Nee, nicht mehr, nicht mehr, Leute. Und solange bis hier die Jungs ready sind, solange bis hier die Jungs ready sind, werde ich jetzt eine Story noch reposten von euch. Die Gewinner-Story wird jetzt repostet. Nein, da nicht. Ey, Asu, wie heißt du denn bei Fortnite? Monkeys, you bei M, musst du gucken. Bro, ich seh hier gar nicht mehr durch. Hier, Monkey, Asu, da. Beitritt-Anfrage. Ich hab dir ne Anfrage geschickt. Ja, hab ich. Ratun. Danke, danke, danke. Also, ich will erstmal sagen, hier, Max, guck mal, ich hab die Mom von Stani. Und guck mal, was ich jetzt mache. Drei zu eins. Alter. Und ein Drei zu drei, vier. Tigger, Stannis Mutter einfach, hä? Boah. Das ist aber auch ne coole Story hier. Danke, du Paul Berger. Den brauchst du noch. Ich muss jetzt aber die coolste. Ah, hier hab ich den Vater. Ich muss jetzt die coolste. Tigger, dafür hast du jetzt fünf Jahre gesucht. Welche finde ich die beste? Ich spiel' immer dein Vater, Bro. Ich spiel' deine Mutter. Ich hab ja gesagt, ich hab ja gesagt, wenn ihr... Also, ihr sind viele, natürlich sind alle cool, aber ich hab ja gesagt, man soll meinen Stream sehen und ne Paul Berger Demo-Dose von euch. Ich spiel' immer dein Vater, Bro. Checkst du das? Und da muss ich sagen, find ich am Besten von den Storys hier. Ja. Ich fand eine gut, aber... Ich checke nicht, dass ich deine Mutter schwiele. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit euren Storys. Die hauen mich... Die sind entweder zu dunkel oder sind auf Privat nur, dann kann ich... Weil wenn ihr Storys privat postet, kann ich die nicht reposten. Ich warte mal noch ab. Ich warte mal noch ab, ob noch bessere kommen. Bis jetzt gibt's noch keine Gewinner-Story. Also macht mit eurer Paul Berger Lemo-Dose zu Hause vor meinem Stream ne Story. Die coolste werde ich gleich reposten. Alter! Alter, Bro! Die Marshall-Magma-Variante. Reefs! Refts! Refts 24 Euro. Ey, vielen Dank dafür, Bro. Kuss. Kuss, kuss, kuss. Aber das ist der Sinn, wo ihr euch dieses Magma... Ich gucke nach der Runde gleich nochmal, ob es eine coolere Story gibt. Ich sage ehrlich, das geht noch besser. Die waren entweder so dunkel, verwackelt und so. Ja, 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 ja. Sorry, sorry, sorry. Bö, 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 bö. Warte. Bro, wie findest du eigentlich, dass ich Essys-Vadderspiele? Digger, ich sage ehrlich, der sieht eigentlich voll gut aus. Ich sage ehrlich, der sieht gut aus. Komm, ich mach jetzt ready. Ach, Leute, so. Ich muss jetzt hier kurz die Jungs abzocken, also. Gut, Leute. Fünf-Minuten-Regel, man kennt... Wie? Fünf-Minuten-Regel? Falls man innerhalb von fünf Minuten down gehen sollte, zählt die Challenge natürlich nicht. Okay, dann. Wenn wir das zu dritt machen, müssen wir eigentlich zehn-Minuten-Regel machen. Also tun wir uns dann so reviven, oder wie ist das? Ja, ja, wir müssen also, das ist schon Pflicht. Also wir tun uns immer reviven, okay. Ich spiel jetzt SU, Leute. Ja, ha, ha, ha. Guck mal, das Ding ist, ich hab das schon... Bro, ich hab dich mit diesem Skin schon hochgenommen. Nee, nee, nee. Bro, warte, warte, Leute. Ich spiel kurz SU. Wie lustig Stani das findet. Wie lustig er das einfach findet, he? Ja, das Ding ist, er versucht, das zu überschweren. Ich hab den Hund. Ich tag das auch gar nicht, das war doch dieser Balenciaga-Skin. Was hat das mit einem Hund zu tun, der Balenciaga-Skin? Das macht doch gar keinen Sinn. Digga, einfach Stannis Mutter auf dem Moped hier. Wann geht's denn los? Ah, jetzt geht's los. Nein. Ich bin on fire. Yeah. Ne, 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 ich bin einfach nur live, um dann davor aufzugehen, freu mich geil, ich freu mich. Geil. Hä, wow, der Skin sieht voll geil aus, oder, Leute? Nein. Tschüss, was ist das für ein Skin, Bro? Also, ich muss ehrlich sagen, Stani, deine Mom ist schon heiß, so, wenn ich mir die jetzt hier so von nähere mal anschaue. Guck mal, hier so. Sieht schon gut aus. Hast du gesehen, was sie gemacht hat? Ja, boah, ich finde auch vor allem diese Wazi auf dem Kinn, finde ich richtig heiß, ey, boah. Stark, sehr, sehr stark. Mein Sohn, ich mache dir jetzt erstmal was zu essen. Oh, da ein Gedanke, okay, wo gehen wir hin, Jungs? Lass uns. Bro, lass teilen, lass teilen. Warte mal, hätten wir Camp Cros machen sollen, wegen Streamsniper und so? Ja, 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 ja. Ja, das ist zu spät jetzt, Digga. Das ist gelaufen, das Thema. Also, wenn ihr jetzt hier in unserer Runde seid. Ey, Stani, was markierst du da? Wenn ihr Streamsniper in unserer Runde seid. Richtig, er will nicht, dass wir bei Lootlake landen. Komm, Lootlake. Hä? Es geht um 20 Subs, ne? Es geht um 20 Subs. Hä, Bro, was soll das denn? Ich dachte, Paradise. Kaneda muss den anderen beiden YouTubern 20 Subs jeweils geben. Ey, was war das denn für eine Rattenaktion jetzt gerade? Ich flieg nach Paradise, ey. Wenn der Lanna was Stani gemacht hat. Ich hab ihn auch vertrut. Ja, Bro, die Ratte, I Cry Maze kennen wir ja schon. Kakerlake, I Cry Maze. Boah, hier wird heute wieder nicht geschossen. Wenn er die Kakerlake-Taktik wieder macht. Guck mal, die landen alle. Die haben alle Kutchen geflogen, Leute. Hä? Ah, Alter. Ey, Bro, wo lande ich denn jetzt hier? Ich sag ehrlich, Stani hat mich grad hops genommen mit seinem Ding hier. Boah, hier sind gar keine Kisten. Oh mein Gott. Okay, Kill-Challenge. Sü! Ja, Bro, ich werd jetzt schon angeschossen. Ha, ha, ha. Max down. Junge, was ist denn das hier? Kill-Challenge. Mit was für ekligen Tactics die hier spielen. Die geben wirklich alles für 20 Subs. Also Stani ist echt ekelig. Guck mal, Stani ist einer, der prankt seine Freunde für 20 Subs. So ein Ding ist das. 100%? Du hast gar nicht gesehen, was du alles gemacht hast. Bro, wir haben doch gerade den Challenge gegeneinander. Ihr Dummies. Ja, du hättest ja sagen können, dass man das nicht, äh, dass man, äh, keine Ahnung was. Oh, ich muss mich konzentrieren jetzt. Max, guck mal, du glaubst doch eh nicht, dass du eine Chance gegen uns hast. Natürlich. Bro, wir sind wie dein Vater hier in dem Spiel. Ja. Also weiß ich jetzt nicht, ob das ein Kompliment in Fortnite ist, wenn man sagt, man spielt so gut wie mein Vater, aber gut. Ich bin fett. Ey, wer schießen da die ganze Zeit so eklig? Ich hab erst gekillt. Brauch besseren Loot, Leute. Ich hab, ich bin fett gekillt. So. Boah, ich find auch wieder kein Schild. Was soll da? Ey, was hab ich denn hier für ein Loot? Katastrophen-Loot. Katastrophen-Loot. Man findet hier wirklich gar nichts. Ist alles schon weg, oder was? Alles schon weg, Bro. Ein Gegner. Muss doch hier irgendwo... Katastrophe. Herr Lamy? Bringt Herr Lamy was in No-Bild? Ja. Haut der ab, ne? Der haut nicht ab. Zack. Kill, Leute. Easy. Ich hab zwei Kills schon. Cool, Stani. Cool. Cool. Der eigentlich ist Kill-Max. Leute, ich hol uns die 20 Sub-Gifts. Kenn ich nicht. Kill-Max. Wer ist das denn? Ich hol uns jetzt hier die 20 Sub-Gifts, Leute. Könnt ihr euch schon mal bei Stani und SU bedanken? Ey, seit wann ist dieses... Das sieht gerade gar nicht gut aus. Seit wann ist dieses Board denn wieder hier? Yo. Yo. Ich bin echt... 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 Was laberst du? Also wenn ihr in unserer Runde seid, dann kommt jetzt alle zu mir und lasst euch von mir killen, damit wir das Ding gewinnen. Oh. Kimix ist ein Bro von mir. Oh. Kimix ist ein Bro von mir. Was laberst du da? Du wirst doch eh gleich wieder in Tilted Towers bauen. Wir dürfen wiederbeleben in 5 Minuten. Der geht's gut, Luis. Hast du gerade den nächsten Kill gemacht, Stani? Wo seid ihr denn alle? Ihr seid schon weitergezogen. Ihr seid ja die ganz schnellen hier. Die ganz schnellen Hasen. Hey, von wo kriege ich die ganzen Hits ab? Ich bin doch... As you down. As you down stark. Geil, 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 geil. Ich muss kurz aus dem Zoo kommen lassen. Au. 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 Alter. Oh mein Gott. Stani, kannst du zu mir kommen? Nö. Komm mal schnell zu mir. Bro, da ist doch einer. Was soll ich denn machen? Das ganze Team. Ja, Bro. Er hat mich aus der Luft gesnipet. Gottes Willen. Wie, er hat sich in der Luft gesnipet? Ne, nicht gesnipet, aber gelasert in der Luft. Ja, ich hole euch gleich, aber... Ja, ich werd grad gefinished. Das war das Team. Tschüss. Ach, mieses Ding, mieses Ding. Mieses Ding, Freunde. Ja, Bro. Ihr solltet euch lieber nicht gegen mich anlegen. Kann man mitspielen, nur da reingehen, wie die Noobs. Und dann kassiert. Das sollte man lassen, Leute. Bro, ich bin noch nicht reingegangen. Ich bin zu euch geflogen, wurde in der Luft weggeschossen. Das sind Geschichten aus dem Paulana, Bro. Ja, macht so, als hätte ich gepusht, Leute. Ey, du hast gepusht. Hab ich überhaupt nicht. Bro, du erzählst Geschichten aus dem Paulana. Ey, Leute, Stani ist so ein Quatscher. Du wirst abgeschossen. Ey, egal. Stani ist so ein Quatscher, ey. Äh, Hamoudi, ich glaub, wir zocken erstmal zu dritt. Freuen mich schon auf GTA 6 Trailer. Ey, safe, Zockerboy. Dienstag. Dienstag, Stani bist du auch live, ne? Ne. Bist nicht live? Klar bin ich live, ey. Alter, Leute. Dienstag. Live sind wir auch wieder. Also jetzt, in nächster Zeit passiert richtig viel. Fortnite-Live-Event heute. Dienstag. Dienstag, GTA 6 Trailer. Alter, das wie crazy. Morgen neue Season, bis auf der neuen Season dabei. Ja, ich denk schon. Neue Season wird richtig abgeben, Bro. Digga, wann hast du den Skin gewechselt? Digga, wann hast du den Skin gewechselt? Digga, was jetzt in nächster Zeit alles ist. Live-Event, Season, GTA 6 Trailer. Probi, das ist komplett geisteskrank, was in nächster Zeit hier abgeht. Ich hab den Skin während der Runde gewechselt. Oh, hä? Oh, ich hab mir das Kuro, das ist ganz glücklich wieder gespielt hat. So bin ich auch drauf gegangen. Geile Round, Jungs, sehr geile Round. Bro, die kämpfen da und abbrotten. Direkt bereit machen, oder? 19.30 Uhr, also ich brauche. 19.30 Uhr geht das Event los, Leute. 19.30 Uhr, ihr wisst Bescheid. 19.30 Uhr sind die Dings Online-Server, Bro. Ey, Jungs, was haltet ihr davon, wenn wir keine Kill-Challenge machen, sondern einfach versuchen, Wind zu holen? Wir können auch, wer länger überlebt, machen. Dann kann man halt save spielen. Ja, aber da ist doch mit Sturm Schaden, mit Sturmkrankheit. Ne, du kannst ja trotzdem immer mit der Zone mitdrehen, einfach wer länger auf der Karte überlebt. Mit dem Stream-Server geht das nicht, Bro, glaub mir. Lass einfach versuchen, Wind zu holen, hatte ich gesagt. Nein, wir können auch Kill-Tool machen, Bro. Okay. Wir haben das gerade auch so die ganze gemacht. Also, easy win ist am Start. Aber ich habe doch gerade gewonnen, Kill-Tool. Ach, ne, mal 5 Minuten Regeln, okay. Ne, ne, jetzt. Die Wunde hat er nicht gezählt, Bro. Wir sind da early down gegangen. Early, early access. Early. Bro, der käme im Busch die Karte ab, Leute. Bro, das waren drei Leute, ne? Hast du die anderen zwei gar nicht gesehen, oder was? Der eine war im Busch und die anderen zwei waren auch auf dem Berg. Wann kommt wieder ARK? Das müsst ihr Stani fragen. Hä? Ne, Bro, ich bin ready. Du hast doch nicht gesagt, dass wir streamen sollen. Aber ich hatte auch echt viel zu tun, Freunde, deswegen wenig Streams in letzter Zeit. Ja, ja, ja. Was hast du denn so tolles zu tun? Kannst du uns noch ein bisschen preisieren, ne? Boah, in dem Satz mit dir führe ich drei erfolgreiche YouTube-Kanäle. Wow, beautiful. Dega. Okay, Loot Lake. Willst du jetzt damit sagen, dass SU nicht erfolgreich ist? Komm, raus. Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Gehen wir jetzt Loot Lake, oder ist das wieder ein Prank? Ich gehe auf jeden Fall Loot Lake. Okay. Also ich bin safe Loot Lake. Okay, okay, okay. Was Stani wieder für Aktion macht, kann ich nicht sagen. Der eklige. Ey, Marvin, was geht? Streamsniper am Ende der Runde zu uns, Bro. Streamsniper am Ende der Runde. Dann bauen wir mit euch ne Sky Base. In No Build Modus. Geil. Feiert nicht. Also ihr könnt alle beim Skinkontest teilnehmen. Ihr müsst einfach nur im Mitglieder-Chat kommen auf Discord. Lügt ihr jetzt alle an? Wie? Das können auch alle mitmachen, Bro. Oh, er lügt einfach wieder an. Oh, macht ihr einen Skinkontest? Ja, ja. Oha. Ey, SU. Ey, ich war hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich mach auch. Ich mach auch mit. Also wir brauchen irgendjemanden, der das hostet. Am Ende. Am Ende. Am Ende, Bro. Am Ende. Am Ende. Am Ende. Ja, geil. Steini hat Free Kill bekommen. So macht er seine Kills also. Ja, das ist halt nur durch Streamsniper kann der gewinnen. Nur durch Streamsniper kann der was. Oh, du hast schon wieder einen Kill und gleich freust du dich wieder. Oh, ich hab einen Kill mehr als die alle. Ist doch immer dasselbe mit dir. Oh, da unten ist einer. Ja. Oh, bitte denk nach, bevor du redest. Bitte, Bro. Bitte, versuch nachzudenken. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Hab den gar nicht gesehen. Wichtiges Item. Wichtiges Item. Oh, wichtigeres Item. Noch wichtiger. Der Rest ist Müll einfach. Müll hausen. Was geht denn da ab? Und der Idiot hat immer einen Grappler bei sich. Ich guck ihn an, er hat einen Grappler. Er ist mit Grappler auf die Welt gekommen. Bro, Max, was ist bei dir gerade abgegangen da? Bro, da ist einfach... Einer hat mich angeschossen und ist dann abgehauen. Hat er Angst bekommen. Kam da irgendwas vom Himmel runter? Ne. Habe ich nichts mitbekommen. Ne? Ne, ne. Hey. Garnataserei oder Fenerbatsche? Oh Leute, ich bin so wenig Fußball interessiert. Sag ich euch hart auf hart. Das einzige, was Max interessiert, ist Minecraft. Ich bin nur Minecraft-Fan. Oh, 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 oh. Ich komm dir mal helfen. Oh, 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 oh. Komm bitte nicht. So, wo seid ihr schon wieder, ihr kleinen Huhns? Vor die zwei, ne? Drei Leute vor dir, Esju. Drei Leute. So, das nehmen wir hier nochmal mit. Zack, Leute. Beantworte einfach. Ja, was soll ich denn sagen? Ich kenn doch beide Mannschaften nicht. Oh. Und wo denn, Leute? Was soll ich euch sagen? Bro, irgendjemand beschießt mich hier durch die halbe Karte. Auch da bei den Garagen, bei den Garagen. Esju hinter dir? So, freu' ich nicht, Esju. Er hat dicken Laser. Aber jeder hat jetzt einen Kill. Jeder hat jetzt einen Kill. Nice. Jeder hat jetzt einen Kill. Nee, 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 nee. Es war nicht abgerippt, Bro. Nee, ich muss aber sagen, ich hab ihn mehr gehittet als du. Was? Darf es denn? Bro, ich hab ihn davor schon angeschossen. Ich hab einen Job, ne? Bro, ich schau dir ja kein Chuck-Chuck, Alter. Bist du so... Du hast mit den Chucki gerade geklaut, dass du meinen Gegner nicht da gekillt hab. Okay, Leute. 1-1. Also ich hab einen Mad-Kit-SU. Wenn du willst, kann ich dir's geben. Nee, ist in Ordnung. Weil ich will nicht, dass es dann heißt, Oh, ich hab dir geholfen, aber okay. Gut. Ich hab's nämlich eh gerade selbst benutzt. Guck mal, den Biggie lass ich dir sogar. Bro, was für den Biggie hast du mir da gelassen? Du hast nicht mal Platz im Inventar, dass du den Biggie mitnimmst, Idiot. Biggie, Biggie, Biggie. Can't you see? Biggie, Biggie, Biggie. Oh mein Gott, war das dumm. Oh mein Gott, war das dumm. Ich hab grad so gepennt und Fallschaden gekriegt. Stark, ihr seid ja beide echt gut ausgerüstet. Also ausrüstungsmäßig bin ich hier gut am Start, aber ich brauch nur noch HP. Warte mal. So, erstmal noch einen schönen Biggie gefetzt, Leute. Richtig und wichtig. Wir holen jetzt erstmal einen Win. Oh, jetzt kommt auch der Grappler endlich am Stissery Dissery. Ohhhhhhhhhh. Guck mal, wer der ist, Leute. Kann ich anvisieren. Ist das Monkey Jojo? Oh, wichtig, 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 Leute. Will jemand eine goldene Desert Eagle haben? Nicht von dir. Okay. Hätte ich euch eh nicht gegeben. Geil. Ist schon ein bisschen schade, dass Fortnite OG jetzt schon wieder vorbei ist, ne? Muss ich echt sagen. Aber angeblich soll 2024 das wieder rauskommen. Ja, ja. 2024 haben wir schon gesagt. 2020? Januar oder Dezember. Nächster Dezember wieder. Weihnachtsgeburt zu geschenken. Ging das jetzt so einmal im Jahr so? Das wär nicht krass, ne? Einmal im Jahr, schönes Fortnite OG. Ruhig ein bisschen öfter hier, ne? Also ich muss ehrlich sagen, Fortnite OG kann man sich echt gut geben. Fortnite! Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. So, zack. Ich bräuchte noch eine AR. Hat jemand noch irgendwo eine M16 oder so? M16? Ich hab gar keinen Jetpack. Oh mein Gott. Ne, aber hier lagen ganz viele Items rum. Voll viele AKs, Makars. A-Case, May-Case. AK will ich nicht. AK ist nichts für mich. Stannis schon wieder irgendwo nach Kills suchen, ne? Ja. Der ist schon wieder ganz woanders. Ein Key? Oh mein Gott, er hat zwei Kills. Muss weg, Max. Auf Wiedersehen. Ich komm mit. Ein Key könnte schon alles ausmachen. Ja, das stimmt. Hier muss man Gas geben. Hier muss man Gas geben bei der Kill-Challenge. Steini aber gleich wieder down. Eigentlich hart auf hart müssen wir zu dem Loot Drop, sag ich ehrlich. Wo ist der Loot Drop? Achso doch. Hab ich markiert auf der Karte. Hm, ich überleg grad Schockwelle, Leute. Ne, scheiß auf Schockwelle. Ja, hab ich rebooten, Leute. Das ist das Problem. Uh, Steini hat den Key gar nicht bekommen. Wichtig. Wichtig. Ich geh mir jetzt den Loot Drop holen. Wie er ohne mich reingeht, Charlotte. He, 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 he. He, he. Airdrop. Als ob da niemand beim Airdrop ist. Uff. Uff. Heavy Sniper. Kannst du haben. Hä? Die Mutter ist ein Heavy Sniper. Der Goldene Heavy Sniper ist doch crazy. Boah, was ist denn da los? Ich werde jetzt hier der Sniper-Profi. So ein Ding ist das jetzt. Bro, was war das grad für ein Blumen, Leute? Das geht nicht. Das sind so viele Leute da. BAM! Down! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro. Was ist denn los? Da sind ganz viele. Oh ne. Warte, Jungs. Ich carry euch wieder. Nimm die Karte rechts, rechts, rechts. Nimm die Karte. Hol der SV, hol der SV, Bro. Schaffst du nicht, schaffst du nicht. Boah, wir müssen du einen Dwarf-Contest machen, Esjo? Können wir auch. Können wir uns mit Karteil? Können wir safe machen? Wir können wir safe machen. Okay, danke schön. Boah, das wäre nice. Wir finden safe irgendjemand, der wieder bewertet. Der müsste Max auch jemanden haben? Das wäre eigentlich geil. Duo Skin Contest wäre ich auch dabei. Aber wen könnten wir da nehmen? Vielleicht Savile. Ist Savile auch irgendwie am Start? Bestimmt ist Savile am Start. Savile Bro. Savile seine Teile vor. Savile hat sich ausge-savilt. Okay, SU schuldig wieder. Ich hole dich da raus. Okay. Let's go first. Max bewertet. Das wäre eigentlich auch geil. Oder ich bewerte. Das wäre echt nice. Kann ich auch machen. Max hat auch keine Ahnung. Das wird lustig. Was für? Ich habe keine Ahnung. Was redest du da? Er will damit sagen, dass du erste Runde rauskriegen. Wie viele aktuellen Skins in Fortnite kennst? Ja, es geht ja auch nicht um die aktuellen. Natürlich. So Skins, die man lange nicht gesehen hat. Bro. Die sind ja uns... Hä? Von allen Seiten, Bro. Von allen Seiten. Ja, renn, renn, renn irgendwo hin. Danny in dieses Gebäude. Da ist der Rift. Links, links links mal. Blau in dieses blau Gebäude. Ja, das war's, Digga. Das war's. Ach, Digga. Was war das denn jetzt hier gerade? Wir sind die Tarte von Stani und dann kommen wir zurück. Na ja. Puh. Leute, wir sind die Runde mehr down als alles andere. Du kannst meine Karte direkt bei Dustin Divo wiederholen, ne? Ey, Bro, ich hab dir auch so viel wieder angeschossen, aber die... Ich weiß nicht, irgendwie... Da waren mehrere Teams. Da waren so vier, fünf Teams oder so. Ich sag ehrlich, Leute, wenn ich allein zock, bin ich besser. Wenn ich allein zock, bin ich besser als mit den Jungs. Real Rap. Real Rap. Real Rap. Oh, nimm... Das ist halt, weil man dann immer so ein Team gegen sich hat. Ja, mach ich gleich. Nimm vielleicht erst mal Chack, Chack. Oh, ja. Ich ja. Nimm Chack, Chack. Chack, Chack, Warte. Chack, Junge. Ja, Solo ist langweilig, Bro. Duo ist doch nicht aufwendig. Was machst du am Duo aufwendig? Wird doch nur ein Duo, Bro. Aber habt ihr gute Leute, die daran teilnehmen und nicht irgendwie Stream snipen oder so? Ey, save. Ja, dann wird dann... Also ich bin Puu sag. Dann mach ich doch richtig Bock, Leute. Dann mach ich mit SU... Boah, das wird geil. Ich glaube, wir gewinnen sogar. Sucht euch mal ein Duo-Team. Preisgeld machenbar 100 Euro. Boah. Wenn ich gewinne, Leute, gibt es natürlich nichts. Und ich werde das Ganze bewerten. Also... Okay, geil. Ich bin mal gespannt. Ich werde dann meinen Chat ausblenden. Und ich muss erraten, wer ihr zwei seid. Scherfer, wir fliegen erste Runde raus. Das kann ja auch sein. Ja, die Leute müssen bei Mitglieder reinkommen. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Protection. Also, die Leute müssten bei 99 Leute reinkommen. Ihr müsst euer... Wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr eure Mitgliedschaft am besten... Wir werden auch ein paar runterziehen. Aber wir können nicht alle runterziehen, weil dann zu viel Kreuz dabei sind. Das ist ja auch das Ding, Leute. So, jetzt nochmal Max. Ich gehe nochmal zurück, Leute. Kurz mal den Loot abchecken. Da ist bestimmt noch ein bisschen was dabei. Boah, noch was? Ihr müsst mich retten, Jungs. Wir kommen. Ja, ich komm ja gleich. Kann mir vielleicht noch jemanden AR oder so mitbringen? Ich habe leider keinen Platz da, Bro. Oh, die haben einen Rift. Die können riften, die können riften hier. Rifte du, ich fahre mit Kugler dahin. Geht genauso schnell. Der Kugler. Ich glaube sogar, Essius ist schneller. Safe. Ich frage, du kannst mir jemanden AR mitbringen? Stani hat noch zwei freie Plätze, bringt mir keinen AR mit, Digga. Danke. Oh, die sind da. Die sind dort. Die sind dort. Die sind dort. Komm, bleib hier auf high. Bleib hier auf high. Bleib hier auf high. Ja, ich bleib hier rechts. Oh, wichtig, Leute. Ich kann den Einleicht lasern. Ja, ich bin noch ein Baum. Vielleicht können wir von oben Druck machen. Pressure. Oh, jetzt. Essius. Jawoll. Hä? Wegen diesem Scheißbaum, Mann. Der Baum, ey. Du hättest nicht so werkläben können. Du weißt keine Moon. Boah, Essius macht den Helikopter. Boah, der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Nein. Ich muss. Wie, wie, HP hat der Bogen? Ich schieße halbe. Ich hoffe, der geht nicht aus. Bro, ich so kommentier das. Er weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Essius geht down, Digga. Ey, Mann. Boah, ich hab's doch gesehen. Es hat mich selbst voll gewundert. Du hast ihn ja übelst angehittet. Was war das für ein Fake? Ey, da ging jetzt gar nichts rein. Komm mal wieder an. Da ging alles rein, meine ich. Aber der hat überlebt. Das hab ich jetzt auch nicht gecheckt. Wie oft soll ich noch auf ihn schießen? Boah. Ey, der Typ ist ein Hacker. Oh, die Hacken. Ich will. Das geht gar nicht. So war es bei mir auch. Das geht gar nicht. Das war Real Talk der gleiche wie bei SU, Digga. Das geht nicht. Das ist Hacker, Leute. Das geht. Also Real Rap Hacker. Waren wir direkt ready oder was machen wir? Ey, Marcel, was geht? Mann, warum effizieren wir deinen Chat, Leute? Das ist ja voll scheiße. Ey. Das geht nicht. Ich hab ihm so viele Hits gegeben. Da passiert einfach nichts. Lass jetzt einmal mal eine Runde gewinnen. Ich hab zwar Killzone gerade wieder gewonnen, aber... Ja, komm, lass jetzt mal auf den Win gehen. Finde ich auch besser. Ey, warte mal hier. Mach dich bereit für den großen Knall. Betten Royal. Null Bound. Die Welt- und Gruppenkeile werden zur Vorbereitung auf das heutige Wendt um 19.30. Deaktiviert. 19.30 deaktiviert? Ich dachte schon vorher, zwei Stunden. Ah, krass. Alter. Oha, Leute. Wir können auch nach dem Event machen, bro. Nach dem Event. Oder geht ihr denn auf? Ey, je nachdem, was meinst du? Das dauert, bro. Was meinst du nach dem Event? Das Event wird 12 bis 15 Minuten dauern nur, bro. Ach, krass. So, kurz. Was willst du nach dem Event machen? Ich hab's nicht verstanden. King Contest, meint er. Ey, lass doch da vor, Mann. Wir haben doch jetzt noch eineinhalb Stunden. Ja, lass echt davor. Wir können auch gleich... Lass uns jetzt Win holen und dann machen wir das King Contest. Okay, okay. Okay, win und dann's King Contest. Ja, 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 das ist gut. Ey, der offizielle Zähler ist rausgehauen in Großformat, bro. In Großformat. Vom Event jetzt hier? Ey, Max, hast du das gecheckt? Was denn? Lamborghini Huracan STO kommt, bro. Der gibt's doch schon. Offizielle Lizenz? Nein, 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 nein. Offizielle Lizenz, Junge. Was? Ja. Oha, das ist crazy. Junge, es gibt Schalldämpfer optional, Rotpunktvisier optional, Griff optional und erweitertes Magazin als Waffenerweiterung. Was? Ein Lamborghini Huracan als als Kleiter oder als Fahrzeug? Ein Fahrzeug richtig, bro, offiziell lizenziert. Alter, man kann mit einem Lambo rumflexen. Okay, das ist krass. Look-in-like-G-Klassen gibt's, bro. Look-in-like-G-Klassen gibt's auch. Ey, ja, schade, dass Mercedes nicht die Lizenz rausgerückt hat, der, ja. Boah, Mercedes ist ja auch lustig. Boah, das ist so krass. Das ist echt krass. Also ich sag, nächstes Season wird so heftig, Leute. Ich sag, we're up. Fortnite macht wieder ein paar gute Dinger hier. Bodenlos. Bro, dieser Lambo sieht so krank aus. Ich check's nicht. Sieht man das schon in dem Trailer oder ist das nur ein Leak? Ja, im Trailer siehst du das kurz. Boah, Leute, ich muss mir auch gleich mal den Trailer anschauen. Ich hab das noch gar nicht gesehen. Jungs, seid ihr schon in der Runde? Hä? Bro, wir sind schon bei Loot Lake gelandet. Achso, oh. Ja, perfekt, Digga. Erstens, ich ne Waffe hast, das war's. Ach, Digga. Ja, ach, komm. Wir haben ja gar keinen hier im Team. Hä? Bist du nicht in der Runde drin, Stani? Doch, 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 doch. Ich bin ruhig. Ach, was war das denn, Digga? Ey, der landet bei mir, klaut mir meine Waffe, ey. Was hat er für ne Waffe? Tag. Tag, 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 Tag. Junge, ey. Jetzt krieg ich eine Schildtrinke, ne? Genau, das war der, das war der mit meiner Tag. Manchmal die spawnen einfach, die spawnen einfach irgendwo, Bro. Die spawnen einfach neben mir. Kannst du meine Karte noch aufsammeln? Ich hoffe nur, man kommt da dran, weil das war so in der Luft, äh, quasi. Oh, das könnte relativ kritisch ausgehen. Oder fällt sie dann runter. Die Karte runterfallen, ja. Fällt runter. Ist da noch einer, oder was, da unten? Ja, doch. Die Karte ist unten, die Karte ist unten. Alter. Oben sind welche gewesen, ja. Ja, auf die YouTube-Bands, Leute, heute gibt es kein Minecraft, heute ist only Fortnite. YouTuber Angel 2, ja. Only Fortnite, für Fortnite. Sollen wir Druck machen gehen? Ich habe keine Waffe, nur ich habe keine Waffe gefunden. Du hast noch gar nichts. Nee, ich habe noch, die wurde mir geklaut, alles von mir. Ach, scheiße. Warum wurde mir das jetzt geklaut? Oh, er schießt auf mich. Ja, auf mich hat auch jemand geschossen. Warte. Die pushen mich. Let's go at you. Let's go at you. Hop, hop. Das war doch ein Bot, Digga. Wichtig, wichtig. Hat er mir diesen letzten Schuss gegeben, ey. Ich schicke das nicht. Röpler-Regel. Ja, ich bin in Sicherheit. Kann man da eigentlich rein? Nee, kann man nicht. Ich mag schon mal wieder blieben, okay? Ja, ja, ja. Ey, Jungs, wir müssen jetzt einen Win holen, sonst cringe. Warte. Ja, Waffenstillstand machen echt viele Leute, also. Das ist echt krass, ey. Das ist wirklich heftig. Wie, was für Waffenstillstand? Herr Anwalt hat auf TikTok halt so einen Challenge gestartet. Und meinte, Leute, hier in Fortnite, letzter Tag. Leute, greift euch gegenseitig nicht an. Ja, Bro, Herr Anwalt mit seiner krassen Fortnite-Community kann natürlich sowas starten. Ey, achso, die sind freundlich jetzt wieder, was? Ist Herr Anwalt krass in Fortnite? Warum kommt man hier nicht raus? Ich wusste gar nicht, dass der Fortnite zockt. Kann ich dich wiederbleiben, hier oben? Hier sind Streamcyber bei mir. Die helfen, die helfen, die helfen. Ja, okay. Pass auf, da ist so ein Typ mit gelben Dingensklamotten. Der ist richtig eklig. Der sucht mich schon. Welches ist denn böse Streamsniper? Meinst du deinen Vater? Mein Vater? Der Vater ist gerade hier, Bro. Nee, nicht mein Vater. Der Vater ist gerade hier. Krass. Bro, er macht hier auf ganz... Bro, er macht auf richtig dicken Max, ne? Ah, der ist so Ehrenmann. Dicken Max, oha. Das war nicht Herr Anwalt, sagen die Leute im Chat. Dann gesagt, es wäre Herr Anwalt gewesen. Ja, das hat Herr Anwalt gesagt. Stanni? Hast du hier gerade wieder Fake News verbreitet? Ich habe nur das wiedergegeben, was du mir erzählst. Stanni ist ein Quatscher, Junge. Stanni ist wieder down. Was soll ich machen, Leute? Ich habe keinen Loot, Bro. Ja, ich komme hier schon. Hey, ich habe doch gerade gesagt, soll ich Max wiederbleiben gehen? Ja, mach, 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 mach. Das stimmt. Mach, 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 mach. Das stimmt allerdings. Habe ich so gehört. Ich komme mir jetzt ein Mad-Gid und komme zu dir, mein Sohn. Nina, danke schön. Kuss, kuss, kuss. Dann wieder verlebe ich dich. Die Dreizackbrüder auf die Eins. Ja, Statement, Stanni? Der Stanni hat dich einfach in den Stich gelassen. Ja, nachdem wird der offiziellen Fortnite-Server offline sein. Ja, safe. Jetzt gibt es den neuen geheimen Orden, der Widerstand. Wie heißt der so, oder das? Der Widerstand. Max, sei mal ehrlich, du hast diesen Namen doch einfach random erfunden, ne? Ich habe einfach irgendwas random erfunden. Ja, und die Leute so, oh mein Gott, du vertrau mir, voll die gute Idee, nenn deinen Clan Widerstand. Bro, das ist einfach so random in der Aufnahme, weil ich einfach irgendwas geschrieben habe, der Widerstand. Bro, die schreiben alle guter, guter Name. Ja, ist ja auch ein guter Name. Nur weil es random ist, heißt ja nicht, dass es nicht gut ist. Ja, aber da sieht man einfach, die sprechen ja alles nach, Bro. Also gibt es jetzt nicht mehr den Paul-Berger, also ich fand eigentlich den Paul-Berger-Orden am besten. Bro, es gibt... Paul-Berger-Ritter gab es. Den Geheim-Orden. Also sag ehrlich, Leute, der Paul-Berger-Orden war der coolste, oder? Der war cool. Der brauchen keine Helfer. E-Orden-Boys. Das Contact-AR ja voll Lash, Bro, wer spielt die? Wir gehen jetzt Jenny Carrying. Wir gehen jetzt die wieder durch Carrying. Oh, Reboot-War denn hier? As You harst gehört? Ehm, soll ich erstmal Stahi Vorsichtliner beruhen? Warte, warte. Bin gleich bei seiner Karte. Bro, du spielst wirklich die Scoop-AR! ich finde die so müll irgendwie halten da immer noch guck mal die wahl und warte bis die abhauen bist du mit scope da er anruhe oder was spielen deshalb viele erkennt ich schon diesen bad leute in diesem bad wenn ihr kugler benutzt und wenig schild habt dann kriegt er kein schild zurückkommt siehst du das bei mir nicht mehr hey was ist das denn die ganze runde nicht oder bis bis nicht jemand wieder anhält also mir fehlen jetzt 50 steht das ist der folge wir haben von hinten attackiert jetzt für den move mache und meine karte habe ich habe ich mit meinem lauten helikopter einfach alles gut ich habe doch meine schock weil ich weiß doch nicht was bei euch da ist da 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 ich war doch viel weiter hinten ich komme gerade angeflogen ich kann nicht kann mit dem nicht spielen ich kann mit dem ich bin ich bin wirklich geht nicht geht nicht wir gewinnen ich mal eine runde hat ein adventskender gehört ja die jungs dass wir spielen so ein müll die ganze zeit zusammen also noch mal mit der leute falls mitmachen wollen kommt in 99 leute rein man kann hier nicht rennen in dem wasser ja ja ach nee hey wir sind wirklich so schlecht wir sind so schlechte eine runde zu gewinnen nicht mal nicht mal so late game oder nicht mal so nice aufgestellt naja leute was soll's wenn ihr paulberger limo ich fette mir ein bisschen paulberger limo rein das gilt auch wie der gegner gg plassenpark gibt es oder geh hoch da und dann hoch bei junk jackson da müssen wir uns bei 1 max karte zu holen im weg was geht er muss gleich was geht sein singen kontest oder wie ja wir machen es ging contest und ich werde bewerten marci du es ging contest kann es auf jeden fall mitmachen kurz zur erklärung wie kann man beim skin contest mitmachen für mein chat also entweder erstmal im normalen talk bei mir kommen wir ziehen ein paar leute runter oder wenn man zu 100 prozent daran teilnehmen will dann mitglied sein ok leute also ihr müsst mitglied sein die müssen die nicht müssen die nicht also die können auch einfach hier auf den stanni discord genau wir ziehen paar leute runter aber wir müssen halt gucken dass viele trusted leute drin sind ja ja weil sonst träumen wir dazu viele weißt du ja 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 also leute ihr habt es gehört stanni discord kommen ich kann ja mal hier einen link reinschicken und dann könnt ihr noch mitmachen ja also wenn noch platz ist dann könnt ihr noch mitmachen du es ging contest also wir müssten mit einem partner kommen dann müssen wir die runde noch gewinnen dann fressen wesentlich es ist so eine runde wir haben müll gut jetzt ist ein fünf mal daumen gegangen was soll da jetzt wir schaffen das du bist jetzt nicht die stimmung runterziehen ja ok ok wir schaffen das leute motivation haben ja ok 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 kann ich jetzt sogar noch wiederbeleben ich finde was sich ein bisschen verändert ok wie habe ich mich denn verändert seitdem du deinen bugatti da gefahren bist 4 millionen dollar euro auto gefahren also 3,5 3,5 das war schon das war wirklich krass leute das soll ich dann ruhig wiederbeleben habt ihr vielleicht in meiner insta story gesehen 1500 ps wagen kommt auch die tage ein video bei omit auf dem kanal da bin ich in mc drive reingefahren mit dem bugatti ja ich komme ganz schnell hier mit dem flieger warte mit meinem helikopter komme ich deine mutter will dir kein paulberger limo kaufen schade sag einfach sag einfach zu deiner mutter hast dich verändert mama hast dich verändern auf meine lieferung meine zweite lieferung hast deine erste schon weg weg gesippt habe ich doch gesagt alter so paulberger limo leute wäre jetzt mal also ich sag dir jetzt meine lieferung es würde ich auch keine paulberger limo zu senden dann kannst du dir auch direkt weg in die mülltonne schmeißen meine freunde jetzt meine freunde jetzt konzentration und den win holen okay möchte jemand eine goldene diegel wo ich könnte goldene diegel spielen wo ich weiß nicht ob du dazu in der lage bist so wie du rum rennst du kannst auch nicht gleich zone 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 jetzt hier erstmal ein bisschen loot leute erstmal ein bisschen loot leute auf entspannt ist immer hier hoch mit dem auto wir sind bestes team aller zeiten live zeigt mir eins in den chat eins in den chat wenn ihr denkt wir gewinnen das jetzt noch zwei wenn ihr denkt nicht ich glaube nicht dass es so ist ich glaube nicht dass ich beliebt nicht wer denkt dass wir das nicht gewinnen können aber das ist wir spielen einfach nicht wie ein team zusammen damit kann die kann man halt auch nicht als team spielt aber viele schreiben eins viele belieben okay leute ihr beliebt ich wieder motiviert jetzt werde ich mich zusammenreißen rechts wird auch attackiert ich muss den nahkampf rein er ist in der auto ich gehe dahin ich gehe dahin also ist voll weit hinten oder mit bots roti 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 aber kein bot der typ der so ist so wo sind die jetzt hier ich nehme die haupt sei es die pass auf ich bin hier auf dem dach fertig zu pläsen 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 wo der ist direkt und wie geht es erst mal erst mal erst mal erst mal ich gehe all in all in all in markiert es sind dann hinter der drücke da wir sind nicht schlecht aber ein 70er das war's wir werden niemals so gut und ich sag's euch geht nicht hey wir haben die runde noch nicht mal beendet wir gewinnen das noch belief nicht das wird so ein rekord das wird einfach so ein rekord für die meisten tode meisten revives in einer runde ich glaube auch noch dass wir das gewinnen werden ich kann euch hier spielst du gerade den flausch ist gehen das ding ist das ding ist dann hier der einsame krieger wird er es schaffen uns durch zu carry nice shots nice shots strong sehr sehr strong oh mein gott jetzt kommt die ganze horde die ganze horde kommt ja das ist wir spielen noch sport nicht trio ich glaube oder ich weiß gar nicht das war das beste was du in deinem leben jemals geschafft hast das war ehrlich strong nach dieser aktion muss ich gerade wirklich sagen aber einer muss ja noch da sein einer muss ja noch leben einfach beide karten das sniper rauskommt ich hoffe wirklich so dass das sniper rauskommt ich hoffe Bro F in den chat F in den chat komm ready jetzt lass mal noch eine runde jungs und jetzt ich nehm jetzt schwitzerscan ich nehm jetzt schwitzerscan lass mal jetzt wirklich ernst machen jetzt keine faxen sega Bruder das war also Aua ey das war aber diese komplette ehrenentwendung so aus dem nichts aus dem nichts leute das war wirklich aus dem nichts der arme schon ja also das das hat mir sogar weh getan mhm wir haben wir waren so gerade wir dachten wir schaffen es wieder wir sind wieder im rennen und dann direkt ehren genommen ja aber das ding ist er hat es ja auch geschafft er würde auch den anderen besiegen er hatte nur 100 hp was warum gibt es ja auch wenigstens hier 200 damage Kopfschuss das war wirklich also wir hätten es geschafft Leute wir hätten es geschafft wir hätten es geschafft das war echt feierabend guck mal Seuss der Lieblingsschwiegersohn das bin ich immer er sieht einfach aus sein Skin wie Eminem mit Bart genau gleich aus ja das ist Eminem Bro er ist das auch nein er ist er gar nicht na klar nein natürlich ist das Eminem es gibt keinen Eminem Skin mit diesem Hut natürlich nein Eminem Bro wirklich ich kenne doch die beiden Eminem Skins die es gibt nein das ist Eminem klick das mal an dann können wir Schatz spielen Bro das ist Eminem das ist Eminem Eminem spielt gerne Schatz wusstest du das nicht ey ihr labert einen Müll ihr wollt mich gebranken hä er glaubt uns nicht Bro frag doch den Chat ich kenne doch die beiden Eminem Skins weil ich die von Epic Games geschenkt bekommen hab das ist der Style wir gehen jetzt Salty wir gehen Salty Springs und Salty also du willst mir sagen den Skin den Es hier spielt ist nicht Eminem das ist nicht Eminem seit wann spielen wir mit Max Pro seit wann spielen wir mit Max Pro oh mein Gott Bro ei 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 Chat ist das Eminem oder nicht das ist Eminem das ist Eminem hä okay mein Chat sagt auch das ist Eminem ja natürlich Bro wir verarschen dich gar nicht warum sollen wir dich verarschen bei ihm ist immer verarscht nein Bro man sieht doch dass das Eminem ist nein ja das sieht schon echt wie nach Eminem aus wie haben wir dich denn jemals im Leben verarscht ich muss schon sagen das sieht wirklich nach Eminem aus Bro das Ding ist Max ist ein Arsch oh das hast du nicht verarscht Alter hast du jetzt hier die A Bombe getroppt das geht hier zu weit mit euch das geht hier zu weit mit euch oh Schild oh hier ein paar Minis auf Lock Leute auf Lock oh ey oh endlich mal ganz gut damit kann ich arbeiten damit kann ich arbeiten ist hier bald eigentlich wieder diese Weihnachtsbäume hier in Fortnite und Frau seine Mutter ist ein Weihnachtsbaum warum ist jetzt meine Mutter ein Weihnachtsbaum einfach so verstehe ich nicht oh wäre das eigentlich cool wenn deine Mutter ein Weihnachtsbaum wäre boah so redest du nicht über meine Tannenbaum ne also würdest du das cool finden oder eher nicht so cool so redest du nicht über meinen Tannenbaum wär schon cool also würdest du sagen es ist cool wenn meine Mutter ein Tannenbaum ist oder was ey Leute ich hab ne neue Profi Taktik ich weiß nicht ob ihr die schon kennt das ist ne brandneue E-Sportler Taktik man zieht nen Busch an weil dann hält man einen Hit mehr aus boah was nein doch doch ey Max doch oh mein Gott war das knapp äh Max das Ding ist grad du hast grad Fortnite revolutioniert wo sind denn die Gegner Max sollen wir dir helfen helft mal bitte im Haus oben Haus oben ich hab einen der war schon direkt down ist da noch einer Max ich denke dann die kommt zu uns komm zu uns mein Sohn Bro wo kam der auf einmal her der ist angeschlichen gekommen ich hab den nicht gehört aber dank meiner Probe ich sag euch ehrlich hätte ich den Busch ey real talk hätte ich den Busch nicht angehabt ich wäre gestorben real talk real talk ich sag euch der Busch hat es gerade gekarried seid ehrlich live chat Alan sagt das ist Eminem aber älter was soll das heißen wie alt ist er das ist der 40 jährige Eminem Ey Gaming Leon was geht Discord rangeben ey ich bin grad in der Runde ich kann jetzt grad keinen Discord rangeben so so wo sind meine Teammitleute wir müssen jetzt hier mal taktische Absprachen machen wo seid ihr gerade ich bin grad auf der Suche nach so einem Typen der wirklich low ist also den versuche ich auf jeden Fall easy zu holen ich hab grad Pro Max geholt Bro Max geholt bei mir ich muss nachfragen okay break is one Alter Bro wer hat mir den jetzt geklaut ich hab grad 90 Damage gemacht 90 90 Damage 90 dann heißt ja dass ich die anderen 160 gemacht hab ja ok akzeptier ich what hätt ich dir gegönnt K-Max ist wieder da ey was Stani hat grad ein Quattro Kill gemacht das war ein du hast grad ein Quattro Kill mit einer Maschinenpistole gemacht das war ein Zapptro Kill Trillion Kill war das ein Trillionär Kill ein Zappatron Kill ein Zappatron Kill ein Zappatron Kill ein Zappatron Kill ein Zapptron Nehmann Nehmann Seht noch jemand hier oben Jungs wann kommt ihr denn zu mir hier wo bist du denn ich höre ja auch noch die ganze Zeit einen rumfliegen komm erst du den packen wir uns ja Bro das ist der Streamsciper vielleicht irgendwo versteckt der ist hier noch der ist übel slow Bro oh das ist der Streamsciper weiß ich nicht ja wir haben den Trailer schon gesehen wir können gleich nochmal reingucken im Trailer aber wenn ich hab ihn noch nicht gesehen der ist schon geil er sieht schon gut aus aber viele Sachen neu alter sehr sehr viele Sachen neu also die haben schon ich glaub hier ist niemand mehr weißt du oder der ist irgendwo hier am rumschimmeln aber scheiß auf ihn ja Bro er wird wahrscheinlich im Stein ah hier hier bei mir 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 zwei zwei über mir die gehen oben hin die gehen oben hin er ist geriftet er ist geriftet er ist geriftet ach Deger jetzt hauen sie wieder ab wir wollten die Karte von Demet da haben uff das war knappes Ding die wollten mich lasern aufm Gebäude aufm Gebäude aufm Gebäude die dämmten jetzt mittlerweile Karten ab ey Estu pass auf Estu ist da ganz alleine Stani ey Estu da ey Estu was machst du denn Bro Estu ich kann da nicht rein ich kann da nicht rein das ganze Team da Warte ich komm runter Stani komm mal bitte back komm mal bitte back wir müssen Estu holen ich kann da nicht rein die sind das ganze Team da oben also ich glaub das können wir eigentlich vergessen Digga nein wir gehen jetzt hoch und holen dich komm hoch ich hab nen Rift Stani ich hab nen Rift komm her ich bin in Sicherheit oder so die sind aufm Dach die sind aufm Dach Stani die sind aufm Dach ja ich weiß spring runter ich weiß nicht ob mich dann überleben werde du kannst warte doch 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 du wirst du wir kommen runter ich komm runter ich komm runter ich komm runter ich komm runter oha Achtung da kommt auch noch einer unten noch einer unten Bro Stani 10 Sekunden nur noch das muss jetzt schnell gehen 8 6 4 oh mein Gott strong Strong wie strong Deine Spekt Achtung da kommt gleich einer zu euch Hilf doch mal Max ey Max ja mach ich doch ich hab den unter Beschuss von hinten werden wir auch ab Jungs wir müssen hier weg wir müssen hier weg wir sind voll im Sandwich hier Bro der eine ist cracked der eine ist cracked der eine ist cracked ja komm komm in die Mitte komm in die Mitte Bro ja die campen oben aufm Dings oben aufm Dach geh da nicht hoch flieg nicht hoch was schimmeln die denn jetzt da unten ja ist ganz schwierig ist ganz schwierig sollen wir einfach aufs Dach alle hoch pushen auf drei sind das zwei oder drei zwei nur ne ich glaub es sind zwei können wir eigentlich machen komm pushversuch warte 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 ich bin noch nicht dort ich bin nicht dort ok dann lass so lange hier in der Luft fliegen und dann auf einmal drei alle drei aufs Dach hoch dann wissen die nicht bevor ich bin jetzt auch im Stuhl Bro hier ist einer weiß du ist einer ja 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 hier ist einer schießt auf mich schießt auf mich hat gute Hits stark 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 Jungs er ist one er ist one er ist one er ist one nein Fußballspielerin ist egal er ist Crack Bro lass mal hoch gehen lass mal hoch gehen ja Benna müssen wir jetzt alle zusammen pushen ich bin bereit aufs Dach aufs Dach wir gehen aufs Haus da drei Leute drei Leute sind da eben die lass dich machen lass dich machen abbruch 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 es wird meine karte ist aber nein davor mir sind aber auch leute schildern 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 ich kann versuchen ja die seilbahn hoch ist wieder ist die hoch und dann kannst du wieder geradezu und zum hotel das auch ein ja ich gehe geradezu zum hotel baumodus ja noch schlimmer du wolltest doch unbedingt ich will gucken ob davon machst du jetzt es ist anscheinend niemand also ich glaube auf eigene gefahr ist hier in der nähe irgendwo so ein rift ist bei mir ich bin da bei dem hotel egal ich gehe mit dem lieber nur gleich dieser fußball skim wie der auch überlebt hatte er war so auf one gewesen ich habe ihn über 100 der mit gedrückt das könnte jetzt jemand win werden und auch wieder leute die sind überall hier nicht überall nein hinter mir war das schimpft das schimpft alter das ja voll der ehrenmann hier was macht er max das macht ja ich habe hier christian ronaldo getroffen der gibt mir einfach nur der was das für den ehrenmann bro was er gibt nein bloß nicht an ich mache ich auch nicht ich nehme nix an von ihr aber er kann mir hinterherlaufen das ist unser haustier kommt hat er jetzt christian ronaldo skin nee das ist kein christian ronaldo wenn er fußballskinder dürfen nicht hinterherlaufen warum gesetzlich da eine regelung komm jetzt mitkommen wenn du meinen stream sie es kommt er fragt aber du bist gewandt ne ich bin fortnite og player ich werde nicht gebannt du da hast du hast du ein bisschen hast du munition hast du munition ar munition für mich ar muni do you have some ar muni nein das ist das mp mir warte ich komme auch jute früh kommen wir müssen weiter müssen weiter wo ist der jackie ich habe markiert jungs wo seid ihr ich komme ich muss ja nicht nur ein aber ich kann jetzt keine zone trinken weil sonst wieder schaden das erst mal ich muss erst mal zu den jungs mit unserem neuen bratern wir haben neues team ist meter hier oder was sollte das ding ist die meter gestorben ich werde jetzt mal spielen jetzt mal spielen wenn pharao sagt es ist krass so auch ich werde angeschütet jungs hinter mir loot loot lake aber wir haben mich nicht getroffen ich baue noch ein bisschen werden jetzt wahrscheinlich unseren bruder da unten erledigen aber ich kann ihm nicht helfen tut mir leid bro wünscht dir viel erfolg rüften die überall bin enthält wo seid ihr ich bin auch außer der zone ich musste mich hoch heilen das für ein ding was das für eine roter radius der da kommt das sind so neue giftbomben ich weiß einfach schon wieder dass das scheiß gelaber ist was ist das leute das wird man was was passiert da was passiert wenn ich in der zone drin bin kriegst du bonus punkte habt ihr raketen ja ja die anhörungsmini spiel jetzt gerade mal dieses komische stromgewehr was die leute mehr empfohlen haben aus dem chat sind ja immer noch da oben auf dem haus oder das alles zum winz holen magst du ein bisschen rocket trocken ja nur weil du es bist mein freund danke prater und kommt zu mir ja lecker hier hat noch mehr getroffen ja ich habe noch mehr getroffen im zimmer bei jungs langsam rotieren hier links links an rotation sag mir wo gegner sind ich habe diese mine die wird direkt vor denen explodieren boah leute ich sag ehrlich das könnte jetzt hier wirklich mal ein win werden woher die haben schon wieder sniper und hat mein bus weg gemacht der ehrenlose eigentlich krass jemand hat gesagt von hinten das hier lang gehen wir müssen hier anders lang gelaufen wir kommen da nicht lang die die warten uns wir müssen ja in die zone das einfach erstmal die zone rotieren dann müssen die zu uns kommen ich hab gebaut ich hab gebaut ich hab gebaut der stand baut einfach im nobild modus dann ist ein hacker habt ihr das gesehen der ja ist wie du bist ja auch nur level 42 in fordner diese season sag mal so man hat trotzdem zu viel minecraft von dir habe ich mehr erwartet von dir habe ich mehr erwartet sag ich dir ehrlich das ding ist es hat aber echt bock gemacht diese season ich werde die welche vermissen ja ich auch dazu auch nicht super viel gezockt aber wenn dann hat spaß gemacht jungs die sage ehrlich wir gewinnen wir können hier landen und die abfangen lass das machen sag ich ehrlich ich glaube die sind nicht mehr da oben hast du noch Rift äh ne ich hab keinen Rift ne die sind schon weg ne warte 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 die müssen doch hier irgendwo sein aber lass trotzdem mal hier oben bleiben das ist sehr sehr taktisches positioning ey da 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 die sliden da grad hoch aber lass nicht dahin gehen nein nein auf gar keinen fall auf gar keinen fall hin die haben einen sniper aufpassen und wir müssen auch noch zu denen wir müssen in die richtung von denen laufen lass links runter ja das weg plasen 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 da kannst du auch noch welche sein plasen plasen ich fühle mich einfach mit diesem skin unwohl warum weiß eminems bruder ist also mit eminem als eminem skin in fortlauf zu nennen fühlt sich nicht richtig an du bist wieder ein bisschen ja wir müssen aber hier lassen schon so von rechts ja ich weiß er hat direkt zu bekommen ich habe auch 70er 70er noch mal jetzt noch mal noch einer dauern stark 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 jungs gefällt mir die waffe nicht soll ich sage ich ehrlich das ist nicht meine waffe ich nicht warum man so drauf ist aber ja was auch nicht machen was ein busch weg die ganze zeit nichts anderes spielen idioten meint ihr diese rakete reicht bis da oben die du es nicht schon oben wenn du es sind aber nicht alle halt nur wenn mitglieder jungs das muss jetzt hier hin werden jungs der lassen wenn das mögliche bin werden soll sollte mal lieber gleich rotieren das rotieren das weg von denen das bringt nichts hier was wir hier haben wir noch ein bunker was auch pass auf ja alles gut du sollst da irgendwie auf den berg hoch kommen nein mein busch ab ein heute kommen das muss jetzt hier der win werden wir müssen nach dem berg hoch ich weiß aber nicht wo die zonen endet haben wir probleme die gegner sind noch nur noch sieben gegner obwohl es macht gar keinen sinn mehr ja 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 die haben wir zwischen gott position da oben müssen die da oben weghauen die schießen schon haben wir bunkern hinter uns hinter uns beim steiner beim stein das problem ist aber die leute oben die leute müssen hier weg wir sind total im sandwich können ja lass uns mal hier hinten zum stein oder so achten die seilbahn da kommt ja mit seilbahn lasst ihn beim stein pushen oder nach hoch irgendwie das macht keinen sinn da hoch zu gehen ich habe so einen dicken hit bekommen oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott eklig 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 der die laser nicht auf die distanz das gibt es auch nicht das problem das war's das war's ich komme ich habe es gefunden ich komme sofort zu dir und dann müssen wir riskieren okay wir warten noch kurz wir warten noch das ist das leben auch andere lass doch kurz warten wo die zonen ist hier links ist auch noch einer das das ist das problem bei no bild auf so einer offenen fläche kann es halt gar nichts machen das ist totales positionen wir müssten auf dem berg oder so was das ist drei leute sind da ich dachte das wäre ein anderes team bro weißt du wo der eine ist genug attackiert hat ist der ist auch nicht weißt du geht er nicht hoch geht er nicht hoch meinst du ich kann zum erdorf oder sehen die da haben sie einen winkel drauf ich glaube die sehen das und die müssen runter ich glaube die werden nicht da wegfetzen es ist wenn du hängst stark schaden stark eigentlich ist es du musst jetzt von hinten die sind gerade voll fokus auf stunden sind gerade voll fokus auf stunden genau ich habe es jetzt von hinten die kann denn die tone nein okay das war es das war es ist wenn du das carry ist bist du gott gott spiele es gibt halt keine versteckt möglichkeiten jetzt in der zone das ist wirklich eklisch ja das einfach ist eklisch und im no bild die kommen nicht nur noch einer und ich komme nicht mal runter aber warte warte vielleicht machen die noch ein leichtsinsfehler werden kredi jeder will den letzten killen jeder will su killen jetzt jetzt schnappt sie den ersten erster weg jetzt ding schnell weg 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 schwierig was machen wir jungs schwierig keine ahnung weiter es ging contest oder noch eine runde noch ein try ich glaube bauen ist doch noch schwieriger oder nicht schade leute schade oder lasst das ging contest machen jungs das ging contest wie man wir können ja danach noch mal eine runde try das ich denke es wird im bau modus halt nicht besser sage ich das ist ich denke das wird nicht besser ja kommen wir probieren weiter wir probieren weiter leute leute gleich 18 90 30 geht es los habe voll falsch die zeit von gerechnet dann noch jetzt sind es noch über eineinhalb stunden also ganz ganz easy können es ging contest machen keinen stress leute gar keinen stress aber leute lasst jetzt alle schon mal ein like unten abo da glock auch aktivieren wenn ihr schon abonniert habt leute wisst bescheid richtig und wichtig wie viel glück kann man hier haben ja haben wir schon mal mitgemacht bei max wurde wert habt ihr schon mal habt ihr schon mal habt ihr schon alle im partner leute wichtig ist alles was ich habe sie in der ferne aber wir müssen jetzt wirklich letzte runde machen weil wir müssen uns mal vorbereiten ja dann jetzt letzte runde und während ihr euch vorbereitet mache ich solos das ist jetzt schon rekord rekord war es jetzt ist grad 6,2 million spieler alter und die start waren auch 6,3 millionen oder so mal und ihren bruder groß jetzt schon 6,2 million spieler es ist noch anderthalb stunde bis zum event anderthalb stunde das wird euch geisteskrank heute werden alle rekordet über wawawawawawaw animated klack max ist gut meister proper meister prosper wawawawawawawawawawawar stark max ist gut meister proper Seid ihr noch oben Jungs oder wo seid ihr? Ich bin unten. Oder ist einer mit Chat hier? Da sind viele unten, pass auf Jungs. BAM! Zweiter Kill Jungs. Oh, ich habe goldene Minigun. Nein, das war die ganze Zeit, ich bin fett. Nein. Nein, das ist Neymar, Bro. Neymar ist derjenige, der die ganze Zeit geflogen ist. Der arme Bro, der ist die ganze Zeit geflogen, ey. Der arme Fetty. Jungs hat noch jemand irgendwie... Schild? Ich habe noch einen kleinen Schild dran. Da ist ein Biggie, Biggie wurde markiert. Wo ist er hin? Ähm, Max, wenn du zu mir kommst, ich kann dir einen Chucky geben. Ich kann dir einen Chucky geben. Ich bin gerade unten. Und Chucky, hast du, wo bist du? Oh, bei Stani. Okay, komm. Geh löscht den Typ, Leute. Sorry, ich bin fett. Löchte ich. Ich habe einen Skin vergessen, Bro. Du musst hier einen auffälligeren Skin holen. Ich liebe eigentlich die Waffe, aber die hat immer so wenig Moon, Alter. Okay, es ist egal. Okay, es ist, ich bin bei dir. Hier. Guck mal, ich gebe dir einen Biggie dafür. Danke, Bro. Auf Ehre. Auf Ehre. Gedealt. Oh, ich sag ehrlich, ich bin gespannt, ob die Server das mitmachen. Oh, ich kann mir vorstellen, dass irgendeiner von uns wieder disconnected ist wie damals. Das kann sein. Das kann sein. Oh mein Gott, Marlon, was machst du da auf Level 3 oder was? Puh. Kuss. Hat jemand von euch noch MP-Munition? Okay, ich spreng jetzt das Haus weg. Ich spreng jetzt das Haus weg. Hat jemand MP-Munition, die er nicht braucht, Leute? Leider nicht. Kann mir die gleich was geben. Aber Bro, guck mal, guck mal. Komm mal mit, Esu. Komm mit, komm mit. Guck mal, ich zeig dir jetzt was. I am with you, my friend. Uuu, okay, 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 okay. Okay. Was macht ihr das? Das ist jetzt auch weg. Der. 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 wird abgerissen was sagt die zone wir sind gut in der zone jungs ich habe ja kommt zu mir achten wir haben geschossen richtung richtung wir werden auf uns riefen ich sehe ich sehe vor uns hier ich habe doch keinen bock mehr auf dieses die sind alle drei bei mir die zeit für singen contest ich muss weg ja ich wollte die jungen die sind 168 120 ich bin ganz aufs port ja ich habe eigentlich aufhören da kommt niemand eigentlich nicht so hängen aber er hat mich er hat gewonnen also wenn wir jetzt nicht gewinnen ich sage ehrlich wer als erstes da und gibt der größte hund okay 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 der erste der daumen geht muss bellen weil er so ein großer hund ist okay so richtig so richtig laut mach mal mach mal immer vor wie ich war es jetzt nicht vor hast du gehört ja dann wenn du jetzt nicht vormachst dann weiß ich ja nicht wie du meinst richtig herzhaft wirst du so ein hund halt einfach toll mit freunden bereit machen ach so warte 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 bwarte warte jetzt jo mach bereit du bist grad einfach 1,8 million spieler battle royale ach du heilige ey wo kann ich denn äh wo kann ich diesen trailer sehen diesen eminem trailer naja auch twitter oder ich glaube eminem trailer hä ach so ihr habt doch vorhin irgendwas gesagt mit trailer irgendein trailer oder so ist es da zum vorkommen für die neue season hat's so neue season ich dachte hier zum event ne ne kannst du auf youtube glaube ich gucken aber Ah, okay. Okay, Leute, wenn die Jungs sich gleich ausrüsten, dann reagieren wir mal auf den Trailer. Gucken wir uns mal an, was da nächste Season passiert. Abfahrt. Also wenn wir jetzt nicht schaffen, dann müssen wir bellen. Ey, Jungs, überlegt mal, wir kriegen heute einfach, dass, äh, 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 nach zwei Jahren, überlegt mal, das letzte Live-Event war dieses Müll-Event gewesen, weißt du noch? Esju? Ähm, das war doch dieses Rumfliegen, ne? Wo man irgendwie rumgeflogen ist, ja, ja. Alles, Dankeschön. Oh, das ist richtig krass, also das... Seit wann ich wieder Fortnite spiele, wenn so cool Events sind, bin ich immer am Start. Wenn so cool Events sein wird, war das letzte Mal vor zwei Jahren, Leute. Vor zwei Jahren, Alter. Was war denn das für ein Event, was so krass war? Äh, ich weiß gar nicht, was war das? Lass mal entspannt, lass mal ein bisschen was Entspanntes machen. Lass mal Shifty. Komm, wir gehen mal Shifty jetzt. Ich geb jetzt hier Calls. Ich geb jetzt hier die Calls, damit wir auch mal gewinnen. Komm, wir gehen Shifty-Shifts. Ähm. Das war... Alles gut, alles gut. Was war denn, was war denn dieses letzte Event, was so krass war? Oh, nee, das letzte Event war Müll, das war so ein... Da musste man so... Bro, das hat gar keiner verstanden, so. Da konnte man so eine Map exploren oder so. Da mussten die Leute irgendwas... Ah, es ist doch voll der Müll gewesen. Das letzte, was doch krass war, war doch dieses mit Raumschiff, wo man da in dem Raumschiff da so schießen konnte, oder? War das das? Äh, Galaktion, was? Genau, das war doch voll langweilig, oder nicht? Äh, nee, das war doch voll krass. Nee, 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 das war geil. Das war doch so 15 Sekunden... 15 Minuten lang Action, so rumgeballert und so. Da verwechslte ich wahrscheinlich irgendwas. Oh. Oh, da muss ich wieder... So ist die Leute überall. Bei mir, hab einen. Ich glaube, ich... Dann teile ich einer bei mir landet, bin ich da. Oh, das war, glaube ich, Streamsniper, netter Streamsniper. IWN, super. Oh, ich wusste nicht. Leute sind doch selbst schuld, wenn die hierher kommen. S.W. hat ihn einfach gekillt. Oh, ich hab ihn einfach gekillt. Bei S.U., bei S.U.? Bei St.U.? Bei St.U.? Ja. Ich hab ihn da wieder wieder. Oh mein Gott, strong St.U.? Da ist noch einer, Bro. Oh! Nein, 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 nein. Er hat mich, er hat mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Double rest, double rest, double rest. Double rest. Steps, 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 Steps. Einmal sind noch Steps hier. Kuss. Hier, Matt Wurst. Oh. Dankeschön. Jungs, so muss das sein. Gutes, eigenspieltes Team hier. So könnten wir, so könnten wir Fortnite WM gewinnen, wenn wir so spielen. Schüß dich hier vor uns. Ja, warte, ich werde Dingswinn. Ja, ich werde Sturm drehen, Bro. Ach nein, ich hab... Oh, was war das denn? Ich bin so schlecht, Alter. Bei den Bundesjugendspielen hast du auch so geworfen, ne? Und dann Loser-Ehrenkunde abbekommen. Aber wir hätten sowas gar nicht. Habt ihr sowas nicht gehabt? Das, das gibt's ja gar nicht mehr, diese Ehrenkunde und Teilnehmer-Ehrenkunde und Urkunde und keine Ahnung. Effe, schade. Das haben die abgeschafft, ja. Ich find das auch voll schade. Das ist doch voll geil. Wo wir irgendwie loot oder so. Ich hab nix. Jungs, hier ist ja alles leer schon, Leute. Geil. Hier ist ja alles leere Haufen. Hier ist noch ne Kiste. Leere Haufen. Chill, ESW, ne? Ich hab nix. Gingen da bei mir? Alles gut? Ich hab nix. Ja, ich sag nur, dass die welche sind. Ich brauch Blue Light. Ich bin wieder bei euch. Max hat kein Blue Light. Wir haben alle kein Blue Light. Ja, ich sehe den. Puschen die zu uns oder? Den, die sind irgendwo dort. Ich werf da Air-Trop hin. Ich werf Air-Trop hin. Das Haus bei dem wird zerstört. Das war n Tactical Air-Trop. Bei dir ist einer, Stonny. Ja. Komm. Komm her. Ja, er hat noch Hit, Bro. Das Streamsniper. Wie viele sind da? Einer, einer, einer. Ist der unten? Bro, er hat noch guten Hit hissiert. 10. 40er. Ja. Max, Granat. Max, Granat. Wo ist der? Wo ist der? 10 nicht. Es holt einfach meine Karte. Nein, Achtung. Achtung. Nein, nein, nein. Die pushen. Die putten die anderen pushen. Das war's, Digga. Das war's. Sieh zurück. Sieh zurück. Ey, Leute. Wenn ich da oben bin, dann verlieren wir immer die ganze Runde. Das ist echt krass. Ja, was sagst du da? Ich hätte ja nichts machen. Er hätte mit Dings auf mich geschossen. Ja, Jungs. Das war's. Das war's. Bin down. Er ist über mir. Er schießt halt mit Dings auf mich, Leute. Ja, guck mal. Der ist wieder gespawnt. Ich bin's unter mir. Ach, Digga. Roy, das ist wirklich alle gekillt. Krass. Krass. Er hat es wirklich alle hops genommen. Ach, nochmal, Red, Jungs. Ey, warum sind wir so schlecht? Das ist echt schade, Leute. Dankeschön für Ehrenmann. Chenny. Gruß, Gruß, Gruß. Ich hab fünf Kills gemacht, Jungs. Wie das gehen? Ja, ihr Leute, macht euch keine Sorgen. Wir machen auf jeden Fall Skinkontest, bevor das Event startet. Immer ganz entspannt. Immer ganz locker. Bro, und der kommt. Der grüßt. Dort spürt ihr alle. Leute, 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 Leute. Ich freu mich auch schon, wenn diese eine Müllwaffe raus ist, Alter. Bock auf Squad. Ey, Tridon von mir aus. Ich hab kein Problem. Was sagen wir? Jetzt mach ich jetzt Last Round, Bro. Mach's Skinkontest mit, Bro. Mach's Skinkontest mit. Last Round. Egal, ob wir jetzt losen oder nicht. Aber wir haben auch schon viele Leute. 99 Leute drin, ne? Oh, das wird ein Geil. Ich hab auch wieder richtig Bock. So auf Oldschool-Bars ist ein Skinkontest zu bewerten. Ja, ich weiß nicht, wer die Skinkonteste damals ausgelutscht hat. Was soll denn das jetzt heißen? Bro, du hast jeden Tag Skinkontest. Max, 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 Max. Jeden Tag. Ich hab mich das so gehighlighted. Jede Woche ein, zwei Mal. Du hast jeden Tag zehn Stücke. Max hat gesehen, Skinkontest geht ab, Bro. Was macht ihr? Er macht jeden Tag Skinkontest, Skinkontest, Skinkontest. Ja, Bro. Ich und Essie haben schön einmal die Woche gemacht, weil das Geil ist, Dings, Max hat's ausgelutscht. Okay, und ihr seid jetzt die Skinkontest-Polizei, oder was? Wir waren die Skinkontest-Polizei damals. Also ihr wollt sagen, dass ihr das regelt, wie oft Leute Skinkontest machen? Nee, ist ja egal. Aber ihr wisst ja, Leute, wenn's einer so ausgelutscht hat, scheiße. Und Max hat halt so... Bro, es ist ja immer so auf YouTube. Wenn irgendwas gut ankommt, kommen Leute, lutschen's aus. Und in dem Fall war ich halt der, der ausgelutscht hat, ne? Guten alten Zeiten. Aber das Geile wird gleich sein, wir machen sogar Dings, Skinkontest. Das wird nice. Die mehr Schnee? Nee. Warum Frosty, Bro? Bro, Frosty. Ich glaube, Frosty ist geil, Bro. Das ist echt guter Loot. Haben wir nicht irgendeinem Cup-Dot mal gespielt, wo wir da immer gewandelt sind? Boah, Frosty, Frosty, Frosty. Wie lange ich hier schon nicht mehr in Frosty-Flights war, ne? Boah. Ich war, ich glaube, ich war in diesem Monat noch nicht einmal dort. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich war da damals einmal in Season 8 oder so, als die Flugzeuge neu kamen. Guck mal, hier haben wir unsere Ruhe, Jungs. Schön looten und dann easy. Ja, wir müssen jetzt mal wirklich hier auf Safeness machen. Sonst wird's hier langsam cringeln. Ich werde jetzt only MP-Challenge machen. Nur MPs werde ich jetzt spielen. Er sagt gerade auf Sirius. Lass auf Sirius machen. Guck mal, hier fliegt doch schon wieder einer. Oh, hier landet schon wieder einer, Jungs. Waffenstillstand. Waffenstillstand. Okay. Waffenstillstand. Was ist denn da wachst du? Wir sind Asius' Mutter, wenn er mit Asius' meckert. Meine Mutter in Ruhe, warte. Ja, wo ist diese Kiste? Gibt es eigentlich noch Flugzeuge? Nee, leider nicht. Sind sie schon wieder raus? Die waren kurz drin und jetzt. Asius, komm mal her. Kurz waren die da. Was willst du? Ja, Leute, jetzt letzte Runde dann Skin Contest. Real Rap. Real Rap, Leute. Geil. Habe ich den E-Mode auch? Nein, ich habe den nicht. Oh, mein Gott, Loser. Der ist ja voll cool. Hä? Ist der Gegner oder was? Nein. Den magst du immer schlecht. Ähm. Ey, Leute, nein, das war ehrlich cringe. Lass nicht drüber reden, lass nicht drüber reden. Bro, ich will an dieses Zip-Line springen und ich spring einfach dran vorbei. Ja, weil du ein Zip bist. Ey, das war ehrlich. Seid aber jetzt ehrlich, Live-Chat, dass es jedem von euch schon mal passiert. Das ist jedem schon mal passiert. Ja, ja, okay, Stani, gut, ihr ist das noch nie passiert. Also, uns ist das noch nie passiert. Ja, ja, ist okay, ist okay. Seid ehrlich. Ihr seid noch nie daneben gesprungen. Mir ist sowas noch nie passiert. Aber geil, wir können uns hier alle Baller nehmen in der Garage. Lass mal die Baller Gang machen, die Baller. Wir sind einfach die Ballers. Die Ballers. Ey, ich muss aber leider nur Müll-Loot. Ja, ich auch. Ich habe nicht mal eine Pumpgun gefunden. Ich zitiere, lass uns hier ankommen, Frosty Frye ist immer guter Loot, immer guter Loot. Ja, hier ist auch viel Loot, aber es ist nur Müll. Immer guter Loot, immer guter Loot. Ja, komm, dass wir die Ballers abziehen. Wisst ihr, was ich nie checke? Wie Gegner immer so eine goldene Scar haben. Ich check das nicht. Ich check gar nicht mehr, wie man diese Ballers steuert. Ah, ich habe es wieder raus. Ich habe es wieder raus. Lass uns zu dem Baller. Aua, bei mir ist Gegner. Bro, also wenn das kein Streamsniper ist. Wer kommt denn jetzt hier nach Frosty Fly jetzt, Digga? Der Typ dort, das ist ein Streamsniper. Hast du nie da oben, da oben, da oben. Nein, nein, hier ist gerade einer hochgesiplined. Hier oben, hier oben. Ja, ich bin gar nicht mehr bei euch, Jungs. Wo bist du denn? Ich bin weg. Ich bin weg, die E. Ey, ich komme auf diese Ballers nicht klar. Ich kann die nicht steuern. Wie funktioniert das denn nochmal? Kommt es mir, du. Wenn ihr auch nochmal sicher gehen wollt, kommt es zu mir. Warum kommst du nicht zu uns? Ich schaffe es einfach nicht, diesen Berg hoch zu kommen. Magst du gerade Fahrrad fahren? Ich lerne gerade diese Ballers. Nee, ich konnte das mal, aber ich kann es nicht mehr. Auf alles. Oh Gott, S.U. Den hast du, den hast du, den hast du. Oh, S.U. S.U, bitte. So, ich komme, Jungs. Nein, jetzt ist das Spiel, Bro. Jetzt ist das Spiel, du Affe. Alles gut, hab ihn. Warte, ich reboot dich, ich reboot. Ah, jetzt Affe. Ah, okay, na dann. Digga, was machst du denn Greasy? Ich warte hier. Das stand nicht ganz woanders, Bro. Das stand nicht ganz woanders. Ich warte hier. Nein, es sind keine 11 Millionen Leute online. Ich guck mal gerade. Wie viel Unsinn. Es sind gerade online 6,4 Millionen Leute. Das ist sogar Rekord. Das ist diese Season. Es sind gerade so viele Leute online, wie zu keinem Zeitpunkt der OG-Season. Krass. Das ist schon mal ein sehr, sehr krasses Zeichen. Das ist correct. Ich denke mal. Ich muss sagen, Fortnite sehr, sehr smart gemacht. Guck mal, Fortnite, wenn wir mal ehrlich sind, Leute. Fortnite-Hype war weg. War komplett down. OG-Season reingekommen. Nee, 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 nee. Bro, das kann man, das denken immer viele. Ja, aber ich sag, Spielerzahlen. Bro, Hype um Fortnite war schon. Ja, klar, Bro, Spielerzahlen. Natürlich, Fortnite ist ein geiles Spiel. Kostenlos auf allen Plattformen. Fortnite wird es immer geben. Natürlich immer gute Spielerzahlen. Aber Bro, du weißt, selbst Hype-mäßig. Guck dir doch mal die ganzen Fortnite-YouTube an. Weißt du, wie ich meine? Also Hype-mäßig war vor der OG-Season war tot. Bei mir ist jemand. Stande, Fußspuren, Fußspuren, Fußspuren. Ich habe noch nicht so guten Loot. Wo bist du denn? Komm her, komm her, komm her. Oh, oh, zwei Leute, zwei Leute. Pass auf. Pass auf. Bei dir, SU? Ja, bei mir, bei mir. Nice. Einer down. Strong. Wo denn? Der andere kommt. Hier um das Haus da rum. Nächster down. Hier ist noch einer. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich fahr mit der Simmer rum hier. Mit der Simmer. Füsse von hinten hier oben auf dem Berg. Nee, Bro. Hier, hier. Ich glaube, ich glaube persönlich, Bro. Jungs, support, support, support. Hat er mich gekillt hat? Ach, hätten die, den habe ich doch gekillt. Ach so, ja, stimmt. Also ich glaube, wir werden heute einen neuen Rekord sehen. Ich glaube, Live-Event, wir haben jetzt noch anderthalb Stunden drin. Boah, ich sag, Live-Event wären wir 12 Millionen bis 12, 15 Millionen. Krank, ne? In dem Dreh. In einem Spiel. Ja, Bro, mir war schon klar, dass ich die Kill-Challenge hier gewinnen werde. Komm rein, Jungs. Wohin? Rift hier. Bro, warte, warte, warte. Spaut halt nicht immer wieder, Leute. Spaut doch immer wieder, ne? Kann sein. Ich warte auf euch. Weil ich ein Froh bin. Bist du ein Pro? Das ist ein Ehrenpartner. Dein Bruder ist in Elina verliebt. Was? Mein Bruder ist in Elina verliebt? Ich wusste es. Ab, Warte. Dann ist es raus, Leute. Ey, du hast gar nicht auf mich gewartet. Bro, weil du da noch looten gehst. Ja, ist doch kein Verbrechen. Er ist wie hier. Looten ist kein Verbrechen, Leute. Bro, looten ist ein Verbrechen. 12 Millionen ist aber bei weitem kein Rekord für Fortnite. Ne, ist ja auch nicht, aber 12 Millionen ist trotzdem krass. Ja, okay, 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 bro. Trink, 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 trink. Dieser kommt, dieser kommt. Broken Launcher, Achtung. Ah. Das ist ja nicht mehr chillen. Mach mal hier kurz die Luke auf. Bro, brauchst du 50er? Komm her, hier. Ist gut. Da hinten? Die sind dort, Bro. Ah, die sind. Macht auf, macht auf, macht auf. Boah, stark, stark, Max. Das ist halt krass. Hey, was für stark. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast das nicht klingelt. Ne, ich hab gar nichts gemacht, Bro. Warum unbedingt White Life? Da sind noch andere, Bro. Ja. Okay. Ich brauch doch den 50er. Hab schon getrunken. Okay, easy. Hier, hinten, Jungs. Genau dahinter. Ich hab einen Rift, sollen wir riften? Dann können wir die von hinten attacken. Lass die, lass die. Hier rechts. 75. Ich hab halt nichts für Distanz, Leute. Nein, oh Gott. Oh, ich bin dumm. Ich bin jetzt draufgegangen. Ey, ich auch, ich auch. Wo sind die? Der hat, der hat, der hat, der hat. Da, da, da. Nein, bei mir. Jungs. Ey, der hat's hier versteckt. Ist er da drinnen? Hier, hier, hier. Oh nein, er will mich decken. Oh mein Gott. Komm, ich, komm, ich, komm. Ey, der Eflige. Achtung, seine Mates kommen von hinten. Seine Mates kommen von hier. Da sind Tieflige wieder. Bro. Hast du Kick und das machen? Lass einmal mit Bounce spielen dann, Digga. Lass einmal mit Bounce spielen. Ich sag ehrlich, Alter. Ich dreh gleich ab, Junge. Das kann doch nicht sein, dass wir keine Runde gewinnen, Jungs. Bruder, wir werden wirklich so ehrenlos Hops genommen, die Gangstelle. Alter. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Jetzt reicht's mir hier, Junge. Ich hör nicht auf, ich mach beim Live-Ewert nicht mit. Ich sag ehrlich, wenn wir keine Runde gewinnen, spiel ich beim Live-Ewert nicht mit. Hast du Baumodus ausgewählt? Ja, Baumodus ist, Bro. Jetzt geh rein hier. Junge, Baumodus wird doch noch schlimmer werden. Nein, Baumodus ist zu einfacher. Ja, was macht dann die Mutter da unten? Bleibt da unten. Rein, hier. Digga. Schade, Digga. Ja, also Leute, wenn's nach mir geht, könnten wir das Gegencontest machen, aber Stati will noch nicht. Hast du sein Vater wieder mit der Badewanne unterwegs? Ja, warum hast du so geile Emoes, Bro? Die kenn ich gar nicht. Hast du sein Vater wieder mit der Badewanne, Leute? Den, den, den. Das war auf Arbeit. Ich drehe gleich durch, Leute. Ich drehe gleich durch. Wir haben hier, Junge, wir haben noch, wir haben den Stream gestartet, wir haben noch nicht eine Runde gewonnen. Wir sind der größte Zunitruf überhaupt. Oh, wir haben eine Runde gewonnen. Max hat mehr, äh, Dings. Wir haben die erste Runde doch direkt gewonnen. Ey, ich glaub, ich hab seit es No Build gibt keinen Baumodus mehr gespielt. Also, Jungs, das wird... Boah, 6,5 Millionen Leute sind grad live. Kann ich noch 90s? Ich weiß gar nicht. Bro, du musst einfach nur Brücken bauen. Brücken. Ich bin der Brückenbauer. Ich guck mal, ob ich überhaupt noch was bauen kann, Leute. Brückenbauer? Leute, ich glaub, ich glaub, dieses Bauen in Fortnite ist wie, äh, das ist wie Fahrradfahren, man verlernt's nicht. Man verlernt's. Okay, fast 90 wieder. Ja, YouTuber-Insel. Ja, okay, wir machen jetzt YouTuber-Insel. Safe, ja. Warum YouTuber-Insel? Oh, fangen's hier. Die haben alle den Greedy grad gemacht. Wo gehen wir hin? Loot Lake? Ey, Leute, wollen wir, chat wollen wir, äh, während dem Live-Event einfach auf YouTuber-Insel? Boah, ich würd's feiern. Lass mal den Paul-Berger-Orden angreifen. Eins in Chat, wer YouTuber-Insel will, zwei in Chat Live-Event. Ey, aber Leute, jetzt mal Realtalk. Aber dann müssen wir die Titel auch ändern. Leute, Realtalk, das wird aber wirklich langsam letzte Runde, wenn wir noch Skin-Contest machen wollen, vor Ort Ding. Ja, es wird auch letzte Runde. Oh, hier landen einiger. Oben, oben, oben sind welche. So aufpassen. Ey, pass auf, oben im Haus sind welche, unten sind auch welche. Ist du? Ja, lass uns raus direkt. All in. No risk, no fun, my friends. Ro, wir hatten genug Risiko in den letzten Runden. Das hat nie funktioniert. Okay, ich posh auch mit rein. Essie, du bist nicht alleine. Ah, mit Bauen. Ja, nicht vergessen. Warte. Ach, du Heilige. Ro, ich kann das schon, ich kann das gar nicht mehr mit diesem Bauen, ey. Ich schwör's dir, die machen jetzt hier schon diese Taktik. Hey, hinter mir! Hä? Hä? Boah, ey, schießt durch Fenster. Hä? Da rechts gehen, da rechts. Danni, du musst da um. Wo, 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 wo? Ich komm auf Bau-Modus. Ich komm auf Bau-Modus nicht mehr, klar. Wo, was passiert hier? Was passiert hier? Ey, nee. Bau-Modus wird besser, haben sie gesagt. Bau-Modus klappt bestimmt, haben sie gesagt. Bruder, direkt hier. Ey, Sonja, danke schön. Ihren Mann. Hier ist ein Bullshit. Jungs, wir leben doch noch. Leben doch. Noch leben wir. Hier ist ein Bullshit, hier ist ein Bullshit. Nimm den. So, Jungs, jetzt gewinnen wir. Mit Sky-Base. Meine Damen und Herren. Wir bauen die Sky-Base bis über die Wolken, jetzt. Komma, Bro. Okay, man muss hier wieder Metz farmen, Leute. Ich hab das, ich hab das wirklich verlernt. Ich kann das nicht mehr. Schon so lange kein Ding mehr gespielt. Oh, jetzt lass Tilted und lass uns einfach direkt gekillt werden. Komm. Komm. Nee, 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 hol dir das mal ein Blue-Life. Hä, was macht ihr? Ja, wie sollen wir Blue-Life aus dem Nase-Loch herbar. Hier unten, Bro. Da ist noch ein Biggie. Hier ist ein Biggie. Ayo, Ayo. Wenn den Blue-Life braucht, kommt es zu mir. Wir bauen die Sky-Base zum Himmel und es gefällt mir hier. Ayo, Ayo. Okay, ich bin bei dir, Drop. Hey, im No-Bild-Modus hat man ja gar nicht diesen Schild. Nee, nee, haben wir leider nicht. Wir haben das Schild, das geht nicht erleben, Bro. Ey, Dekin, was geht? Paul Berger auf die Eins. Paul Berger auf die Eins. Ich hab leider meinen Paul Berger schon leer heute. Bro, hast du eigentlich ein Paul Berger Club-T-Shirt an? Nee, ey, das ist mir leider viel zu groß. Passt mir nicht. Ich muss mir mal noch mal eins holen. Aber dir passt gut. Ich sag ehrlich, steht dir voll. Ja, ich weiß. Junge, weißt du was? Ich hatte letztes Mal das T-Shirt an, ne? Ja. Ich hatte letztes Mal das T-Shirt an, geh einkaufen und auf einmal sagen die, oh, du bist zum Paul Berger Club und ich hab alles umsonst bekommen. Krass. Ja, das kann auch mal passieren, ne? Hater würden sagen, ist fake deine Story. Aber wir sind keine Hater. Wo gehen wir hin? Tilte, du hast? Ach, du heilig. Wenn ich da die Gebäude schon wieder seh, die da gebaut wurden. Wenn ich die Gebäude da schon wieder seh. Uh, lecker. Also ich sag jetzt mit Ankündigung, Tilted wird jetzt hier unser Ende sein. Wir werden aus Tilted nicht lebend rauskommen, sag ich jetzt mit Ankündigung. Oh, hier ist doch gar keiner mehr. Ja, dann sterben wir durch Fallschaden alle oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind schon komplett hier. Ich helfe dir schon weg. Wir werden hier nicht lebend rauskommen. Prediction. Hat jemand riftet, ne? Ne, ich bin noch Loot Lake übrigens. Komm doch mal, ist Tilted, Bro. Ja, warte, warte, warte. Ich musste mich doch kurz hochheilen. Oh, lecker. Ey, der Boxboy, 5 Euro, Dankeschön. Kuss, kuss, kuss. Jungs, Waffenstehstand. Danke, Bro, danke. Aber ich kann leider nicht jeden adden, nimm es mir nicht übel. So, hat jemand riftet, ne? Ne. Ne, Bro. Ja, gut. Komm mal mit, komm mal mit. Wohin? Magst du mal hier n Biggie? Komm mal her. Wir haben rebooted bei Shifty. Reboot, reboot. Soll ich das mitnehmen hier? Na, komm, komm in den blauen Ding. Will jemand Chucky mitnehmen? Ja, ich kann einen nehmen, ja. Obwohl ich hier, ich gebe dir großen Schältank, Max. Ja, ja, okay. Ey, nein, oh mein Gott, ich werde gelasert von hinten. Hilfe, Hilfe. Ja, von da, von da, von da, Bro. Alles gut, warte. Ich fühl mich erst mal voll. Ey, hast du den Chucky noch? Obwohl, das macht mehr Sinn, ja, hier. Ich darf halt nicht, Leute. Das ist one, das ist one, das ist side-by-head. Random übelster Laser bekommen. Der ist one, der ist one, der ist one. Wir können hier einen pluschen. Das ist one. Lass da hoch, Sjo. Komm. Warte, warte, warte. Wo gehen wir hin? Wir gehen da hoch, wir spuschen ihn. Okay. Nein, fass da rein. Lass hoch. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hier bei mir. Lau, lau, lau. Ist tot. Oh mein Gott. Hab sie. Ey, Jungs, 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 wir werden gepusht, wir werden gepusht, wir werden gepusht. Aber das müssen nur noch zwei Leute sein, ne? Bei mir ist einer. Oh mein Gott, Bro, diese Schwitzer. Ich werde hier schon so... Oh! Bruder, er ist E-Sportler. Ey, er ist E-Sportler. Dieser Eminem wird uns alle hopsen. Ja, wir feiten, Bro. Hör auf, Bro, hör auf. Er geht nicht mehr. Entschuldigung, ich hol dich. Ich sag's mit Ankündigung, ich hab den gesehen. Ich wusste, Eminem wird uns hopsen nehmen. Ne, ehrlich, Bro, der Typ... Ey, der Typ, dieser Yusuf Blaze, Bro, der ist hier gerade angeflogen gekommen. Ich wusste schon, der wird uns auseinander nehmen. Ey, Stani ist gar nicht bei uns. Doch, Bro, ich bin doch bei euch. Ich bin gerade weggegrappelt, Junge. Das war das letzte Mal, dass ich Bildmodus gespielt habe. Ja, so ein Ding ist das. Das war doch echt das letzte Mal, Leute. Nein, ich hab ihn nicht gesehen. Leute, komm, wir machen einen Skin-Contest. Das wird langsam echt peinlich, ey. Das wird hier langsam echt peinlich. Ey, Leute, ich schwöre auf eine Runde. Ich muss Solo, ich muss direkt gewinnen. Wir rappt, eine Runde. Ja, Solo ist auch irgendwie echt einfacher. Ja, Solo ist auch einfacher. Bro, die Leute warten auf Skin-Contest. Dani, bleib ruhig, ich bin wieder rein. Ja, mach dir jetzt Skins, oder was? Wurde einfach nicht den Club aufgenommen. Schade, D-King, schade. Wohin? Macht ihr Skin, oder was? Ja, komm. Spiele ich noch eine Runde Solo. Also machen wir jetzt Skin-Contest. Wo ist die Stani jetzt schon wieder? Stani Blaze. Ja, dann geht runter in Stani 9. Komm. Kim, magst du nicht gucken und nicht spoilern lassen? Nee, nee, ich lasse mich nicht spoilern. Also, ihr macht euch jetzt ready? Ja, wir brauchen so 10-15 Minuten. Okay, okay, dann ist gleich. So, Leute. Die Jungs machen sich ready. Warte mal. Bö, bö, bö. Ich denke mal, die move'n mich dann. Ich denke mal, die move'n mich dann, wenn die fertig sind. Und wir machen bis dahin noch eine Solo. Ich sag euch jetzt mit Ankündigung. Solo-Runde, viel besser. Solo-Runde, viel besser. Können wir spielen? Duo, Bro, Duo, D-King. Ich glaub, das endet wieder nicht so gut. Ach, ich wollte doch noch den Season-Trailer schauen. Oh, jetzt hab ich's voll vergessen. Ich wollte doch noch den Season-Trailer. Egal, wir zocken erst ein Runde, das Ding. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Schön No-Build, Leute. Schön No-Build jetzt. Zack, 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 zack. Okay, wo gelandet werden? Leute, wo sollen wir landen? Wo sollen wir hin, Freunde? Ich werd jetzt entspannt auf Wing gehen. Ich werd entspannt auf Wing gehen. Sag ich euch, wie's ist. Ich hab jetzt zu oft verloren. Ich muss jetzt hier mal eine Runde gewinnen. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin, Leute? Das, die, die, wo? Oh, das, die, wo? Mag ich nicht so. Das, die mag ich nicht so, Leute. Mit diesem Krater da. Ist nicht mein Ding. Ist nicht so mein Ding. So, wir gehen salty. Wir gehen salty. Nein, ich hab euch geprankt. Wir gehen pleasant. Das war nur ein Prank. Pranks, die zu weit gingen. Für die Leute, die mich hier stream snipen wollen. Das war ein Prank, der eindeutig zu weit ging. Bajam. Bajam. Dankeschön. Kannst mich grüßen, heiße Bajram. 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 Hab ich richtig ausgesprochen? Nenn dich einfach Benny Boy. Was ist denn hier für ein Müllloot, ey? Zack. Okay, wir fälzen uns erstmal. Ich hab zwar jetzt keinen Mini, aber egal. Wir fälzen uns trotzdem jetzt einen Biggie rein. Safe ist safe, Leute. Ach, oh mein Gott. Hier wären Minis gewesen. Belastend. Belastend, Leute. Okay. Granite Launcher. Not bad. Ja, ja, ja. Okay. Let's go. Mal gucken, ob jemand gelandet ist. Ob hier nirgends wo jemand gelandet ist, Leute. Ah, Schüsse da hinten. So, komm. Da müssen wir direkt hier mitmischen. Hä? Nee, was war das denn? Das war's. Leute, ihr dürft mich aber im Chat nicht spoilern. Ihr dürft mich aber im Chat nicht spoilern, was Stani und Essie für Skins machen. Was ist er denn? Bro, der Typ hat 10 Leben, ey. Mein Gott. Mein Gott, ey. Es sind aber auch gerade wirklich, es sind aber wirklich auch zu viele Schwitzer gerade. Zu viele Schwitzer. Wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach, wir werden jetzt einfach so lange, wie die anderen hier noch brauchen. Zack, zurück zur Lobby. Wir werden jetzt einfach mal schnell auf den Trailer noch reagieren. Ich brauche sie so sehr, will doch nur ein bisschen flexen, man haut mal so leer. Wer sagt mir, wo ich sie finden kann? Ich brauche X-Ray, brauche X-Ray. Can die X-Ray Remix? 100 Dias hole ich täglich. Mit dem Cheat aus einer Höhle. Ich bin Diamantenkönig. So, Fortnite Chapter 5 Trailer. Das stimmt auch auf YouTube, oder? Also, ein riesen Diamantenvorkommen. Boah. Ich will doch nur ein bisschen flexen, Mann. Okay. Leute, ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Wir gehen rein in den Chapter 5 Trailer, Leute. 3, 2, 1 und Abfahrt. Boah. Da ist ein Zug. Einen Zug gab es noch nie, der über die Map fährt. Yo. We have your banana. Haben die Pili entführt? Haben die wirklich Pili entführt? Die Ehrenlosen. Undercrown. Undercrown. Boah. Was für eine Villa. Kapere den Zug. Nein. Alter, das Schild. Junge, wie krass. Waffenkombos. Okay, man kann jetzt die Waffen so ausstatten. Okay, cool. Okay, nochmal so andere Animationen beim Springen und sowas. Alter, yo. Lamborghini Huracan STO. G-Klassen. 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 Ja, das hat so Mafia. Das ist so auch Mafia-mäßig so ein bisschen. So Agent, so James Bond. Peter Parker. Peter Parker auf Test-Hill. Krass. Also, ich sag ehrlich, Leute. Was meint ihr? Von 1 bis 10? Sieht schon wild aus. Sieht echt schön aus, Leute. Also auch die Map sieht an sich schön aus mit dem Willen und sowas. Zug. Was würdet ihr sagen, Freunde? Live-Chat von 1 bis 10? 9? Eine 9 würd ich dir geben? Boah, ist eigentlich schon... Also, ich find's schon sehr nice. Auch mit diesem Lambos und sowas. Ich würd, glaub ich, auch eine 9 geben. Da ist jetzt nicht so die eine Stelle, die mich so komplett vom Hocker haut. Aber sieht schon sehr gelungen aus. Guck mal, diese Waffen-Custom-Sessions. Man sieht hier mit den Waffentarnungen und so. Boah, das sieht schon gut aus. Das sieht gut aus hier. Gute Orte. Villa, dies, das, Ananas. Mit dem Schild. Auch crazy. Mit Schild, Leute. Schild wird so ein OP-Ding. Crazy, crazy, crazy. Also, ich muss sagen, sieht schon ehrlich gut aus. Guck mal, der läuft hier mit so einem Kasten, mit so einer Box rum. Das ist der neue Busch, diese Box. Nice. Yo. Yo, wie's da abgeht. Ja, also, ich sag, ich sag euch, wie's ist, Freunde. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Sollen wir jetzt noch eine Runde machen? Sollen wir jetzt noch eine Runde machen, bis Esti und Stanni soweit sind? Ey, Aknalltan. Erste Spende. Dankeschön für 2,50. Ich kuss, 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 kuss. Ja, klar, Hammudi Fly. Neun Emote natürlich ausgerüstet. Safe, ne? Oh, wow. Ich fände hier sonst über eine Steine. Ich brauche X-Ray, brauche X-Ray. Ey, ganz, wisst ihr, was mir gerade erst auffällt? Die Spitzhacke von Travis Scott passt ja übelst zu Eminem. Weil Eminem hat so ein glitzerndes Headset auf. Und das passt voll zu der glitzernden Spitzhacke. Also die Skin-Kombo auf ganz wild angelehnt. Auf ganz wild hier schon wieder die Skin-Kombo. War eine gute Idee von euch. So, oh, ich muss jetzt mal noch schnell Musik ausmachen. Damit wir jetzt hier Fokus sind. Fokus, Leute. Okay, komm, wo gehen wir hin? Wo sollen wir landen, Leute? Wo sollen wir landen? Komm, ich gehe Loot Lake. Ich gehe Loot Lake. Jetzt, wir gehen jetzt voll rein. Alles oder nix. Alles oder nix. Okay, jetzt hier direkt voll drauf. Direkt voll drauf. Nein, Sniper, das bringt mir... Das bringt mir gar nix. Leute, ich muss los. Ich muss los. Sniper leider schlecht zum Start hier. Aber egal. Wir haben direkt eine MP. Alles gut. Wir machen locker. Wir machen auf locker, Leute. Erstmal ein bisschen equippen, dann gehen wir hoch. Erstmal ein bisschen equippen. Okay, zwei Rifts schon. Nicht schlecht. Warte, hier Granatenwerfer nehmen wir noch mit. Wir gehen jetzt gleich mit Rift hoch. Wir gehen jetzt gleich mit Rift hoch. Erstmal nehmen wir die auseinander. Ah, da unten sehe ich doch schon den ersten. Ey, Bro, als hätte er... Als hätte er es gewusst. Als hätte er es gewusst, dass ich ihn im Visier habe. Bro, das ist doch ein Streamsniper. Also, Digga, das ist doch ein Streamsniper. Digga, woher soll der gewusst haben? Woher hat er das jetzt gewusst? Also, ey, Leute. Leute, also, sorry, aber das ist doch hier. Ey, spinne ich jetzt, oder? Woher hat er das denn jetzt gewusst? Ich hatte ihn so schön im Visier. Oder, gut. Ja, okay, kann natürlich auch sein. Ja, guck mal, wie er tanzt. Ja, er ist Streamsniper. Er ist Streamsniper. Er ist Streamsniper. Er ist 100% Streamsniper, Bro. Ach, Leute, Leute, Leute. Jetzt, Leute, jetzt ist es nur noch weniger als eine Stunde. Es ist nur noch weniger als eine Stunde bis zum Eminem Live-Event-Konzert. Crazy, crazy. Das ist auch schick. Währenddessen matchen meine Autos mit meinem Outfit. Du musst schlauer spielen. Wie ein Profi. Rain, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt Facecam groß. Ich mache jetzt Facecam groß, bis... Ich mache jetzt Facecam groß, Leute. Ich zeige jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt nicht mehr zeigen, wo ich lande. Leute, es ist einfach nur noch... Es sind einfach nur noch 55 Minuten bis zum Live-Event. Nur noch 55 Minuten. Ich muss nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen. auf der YouTube-Startseite. Schöne Frauen tun es aus, wir nehmen wie ein GTA. Ja, ja. Nur ein Traum kippst dich auf, auf die Kämpfer sein, jedem Tag. Ja, ja. Du weißt genau, kippst dich auf, weil du nur dieses Leben machst. Ja, ja. Also wenn ich in der Auge raus, wir nehmen wie ein GTA. Ja, ja. Was für ein Gefühl, wenn man lebt, was man rappt. In diesem Traum habe ich Blut, Schweiß und Tränen gesteckt. Also gib niemals auf, du schaffst es auch, mein Freund. Denn man hört auf zu leben, hört man auf zu träumen. Es ist egal, wie oft du fällst. Hauptsache, du gibst nicht auf. Okay. So, ich werde jetzt mal, ich werde jetzt mal kurz nicht zeigen, wo ich lande. Ich werde jetzt mal nicht zeigen, wo ich lande jetzt kurz. Oh, ich weiß, wo wir hingehen. Ich weiß doch, wo wir hingehen. Auf Guthaltezeiten. Spielst du allein das Event? Nee, nee, mit den Jungs, mit den Jungs hier, mit SU, mit Stani, die Stars. Mit SU und Stani, Leute. So. Wer hätte das gedacht? Ich gehe nach Paradise Palms, Leute. Das war mal früher mein Lieblingsort gewesen. In der OG-Fortnite-Map. Das habe ich schon sehr enjoyed hier. Was sind eigentlich diese Grün hier? Ah, das sind diese Taschenfestungen, ne? Na gut. Komm, jetzt können wir noch so eine AR oder sowas. Eine schöne M16. Ich kriege aber auch, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich kriege wirklich nur MPs. Ich kriege nur MPs, Leute. Wieder eine Tag. Es gibt nur Tags. Es gibt hier gefühlt nur noch Tags im Game. Schon wieder eine Tag. Da liegt schon wieder eine Tag, Leute. Und wieder eine... Ey, Leute. Ich habe jetzt hier fünf grüne Tags hintereinander bekommen. Denkt ihr, es gibt hier auch mal noch was anderes? Denkt ihr, es gibt hier noch andere Waffen oder gibt es nur noch grüne Tags? Ah, eine Minigun. Chillig. So, so nicht anders, Leute. So, und nicht anders. Machen wir das. So, jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen Loot mit. Zack. Ey, Leute. Es gibt hier nur Miniguns und Tags. Noch keine Pumpgun hier gesehen. Noch keine AR gesehen. Gibt es hier einfach nicht. Gibt es hier einfach nicht in Paradise. Wieder eine MP. Ey, also wirklich. Ich sage euch doch, wie es ist, Leute. Alter. Nee. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt hier nicht. Hier liegt eine Tag. Das glaube ich jetzt nicht hier. Also eine andere Tag. Eine Pumpgun-Tag. Oh mein Gott. Ein Biggie. Okay, nice. Aber ey, schon wieder eine grüne Tag. Schon wieder eine grüne Tag, Leute. Ey, das ist doch hier Meme. Das ist doch schon Meme. So. Weil ich sagen muss, eigentlich müsste ich jetzt hier hart auf hart die Minigun mitnehmen. Weil Minigun und Chatpack sehr, sehr geile Kombinationen. Da kann man nämlich ein bisschen den Kampfhelikopter machen. Da mache ich einen auf Kampfhelikopter. Ja, Max, bist du ready? Oh, dann block mal den Chat. Ja, ich bin gleich ready. Jetzt muss ich mehr Chat gucken jetzt. Seid ihr ready? Nee, ich gucke nicht in den Chat. Ich gucke nicht. Ja, wir sind ready. Also Leute, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen nicht auf den Chat achten, falls Leute mich spoilern wollen. Aber SUV, wir müssen einen extra Call machen oder einen extra Channel reingehen, Bro. Dein Discord, ich weiß nicht, wie du das hier immer machst. Ich weiß nicht, wie du das machst. Hey, wir können auch einen extra Channel gehen. Ach, du meinst, ja, privat, ja, safe, safe. Ja, weil wir müssen ja uns absprechen. Okay, Bro, wir machen das jetzt so. Warte mal, wir machen das jetzt so, Bro. Oder wir reden im Game. Kriegst du das hin, auf Schneiderwelle, dass du im Game alles einstellst? Dann können wir Max hören. Ja, ich kann mal im Game reden. Ja, dann lass uns im Game reden. Wo waren das, Leute? Dann muten wir Discord, sodass wir Max hören und machen dann halt unsern. Gut, alle anderen, also ihr könnt mich auch hier komplett muten und nicht nur über den Stream hören, ne? Ich meine, auch, also würde ja auch gehen, wie ihr wollt. Äh, 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 Dings, äh, kannst du deine Sicht aufnehmen, Max? Jaja, klar, nehme ich auf. Äh, okay, Leute, wir müssen das jetzt so machen. Äh, erst mal müssen alle diesen Code, äh, diesen Code hier, äh, Warte, ich lass mich noch hier kurz einmal sterben. Warte, müssen wir machen. Oh, abbrechen, abbrechen. Äh, hä, wie cool, Bro. Guck dir das mal an. Ey, warum finde ich denn jetzt hier keine Gegner? Bro, den Code schreibt mal hier in den Chat rein, Leute. im code hier rein machen also eurer gruppen anführer muss den code reinmachen versuchen jetzt hier schnell sterben zu lassen eure gruppen muss auch sterben jetzt ja ich versuche ja die leute sollen auch den code bei max in chat reinschreiben leute ihr müsst den code jetzt reinschreiben also ich achte jetzt nicht auf den chat oder weil jemand aus dem moderator darf ja nicht mehr auf chat jetzt schauen leute damit das hier natürlich alles legit ist ich will auch selbst herausfinden wer ihr seid bin gespannt das gibt es doch nicht dass mich hier gleich wir sind nicht befreundet wir sind nicht befreundet danke für die donation bro ich lese aber auch jetzt nicht die donation brau vor tut mir kurz leid aber ich kann nicht gucken weil am ende es wollte mich hier und dann auch wir sind befreundet er kommt auch unter bei 99 leute auch rein bei den jungs hier bei den leuten hier ich lass mich jetzt sterben ich bin hier kein so leute wir fliegen jetzt so lang bis unser chat pack aufhört bis unser treibstoff ausgeht das war's gewesen so okay okay nice leute so max muss jetzt mal rauskommen ja ich bin schon im loading screen in code eingeben den ich gesendet habe ja 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 was mir geschickt ich habe mir privat gesendet auf das gott braun okay okay 0 bauen solo oder was ne du tun wir wollen ja ich genau warte mal kurz oder mit bauen denn bro das ist der code den ich die gesendet hast du musst die map code eingehen das map code ja ich dachte das das private lobby code ja so die sehungen immer die map aus und gibt es die es dumme fahrer macht man das ok im kopf og play ground mode das haben ja auch so scheiße gemacht mit den dings hier mit dem code jetzt eingeben ist das richtig so dass og play ground kommt und dann musst du ein bisschen runter scrollen und dann kannst du ein code eingeben da kannst du das passwort eingeben benutzer definierten code jungs versucht auf gar keinen fall zu disconnecten gerade jetzt ich merke schon ich krieg die ganze irgendwelche fehlermeldung oder sieben millionen leute gerade online dass du die ganzen games dies kommt mal bei mir ins stream bitte ich sehe hier auch mit dem neuen ford warum sind wir drinnen ich habe nichts gemacht so vielleicht gucken lieder rück drauf hier auswählen und jetzt und dann private match oder hey sind sie gerade reingekommen bist du bist du auch ich bin auch so näher aber das machen ich glaube wir müssen öffentlich machen und dann dings das war doch öffentlich wir müssen öffentlich machen sicher war das nicht privat ich meine jetzt kann ich privat war nicht privat und den anderen und die respawn wir können das nicht so machen wir müssen das auch immer mal in der normalen runde machen ja wir müssen das in der normalen runde machen so dass das ding ist egal ja 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 passwort bleibt gleich renkt du weißt du jemanden benutzer die schlüssel eingibt ich früher wusste ich weiß nicht wie es das verändert hat einfach und das kommt in der lobby runter scrollen dann rechts unten benutzer die schlüssel ganz 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 unten rechts oder was ach so hier benutzer also ok ja 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 und dann aber und dann und welcher modus was für du du bauen du bauen du bauen ok hallo meine kleinere bauken ist ja ja warte warte jetzt habe ich gemacht warte auf beginn der spielersuche steht warte zum server wird bereitet vor wir können gar keine kassen wir machen das haben nein also ich starte jetzt die runde allein ich bin jetzt in der normalen runde drin obwohl ich das passwort eingegeben habe ja ich teste das mal kurz oder oder warte die haben die haben gesperrt wo die haben gesperrt man kann keine custom games machen 100 wo ich hab das jetzt gemacht ich check das hat gar nicht man kann keine custom games machen leute gruppenkeile schreiben leute gruppenkeile ja aber das ding ist wie willst du wartezeit gerade wie viel ist denn die wartezeit gerade wir können kein custom games machen die haben uns die funktion schon deaktiviert bro nach das mutter bleiben 16 stunden und 17 minuten was sagst du es geht nicht mehr geht nicht mehr geht nicht mehr wir vergessen ach miese der ja wir vergessen my friend da würde ich mal sagen da müssen wir die challenge schon vorhin weitermachen bitte in win das gibt es ja gar nicht bro wie schlecht ist das denn leute das haben die aber früher schon immer so gemacht das war früher schon so ne früher ganz früher ging es über custom games da haben wir doch die live events doch in custom games mitverfolgt die runde machen jetzt aber richtig ja ja maß die die einstellung sind episch also weiter weiter versuchen win zu kranken oder was safe nobel pro se ja wir können das ja irgendwann einfach morgen vielleicht sogar habt euch den auf speichert euch den ich habe gespeichert ja aber warte bevor du bei max rein gehst das ding ist bevor du bei max rein gehst nicht dass du den siehst was ne ne ich hab ihn gerade geändert bro das ding ist ich merke das schon äh die server haben übelst probleme ne übelst ich mein das auch äh asu ich hab dir weiteres anfrage geschickt warte 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 ja ja alles gut hab dir noch anfrage geschickt die server haben gerade echt übelst probleme und wir sind gerade mal sieben millionen spieler bro ich kann mein spiel nicht mehr ändern bro ich kann den grad auch nicht mehr ändern jetzt 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 oh mein gott bro die list hier leute wie viele leute sind man mal ihr müsst nochmal machen ja warte ich lass dich ein bro es sind so viele leute und ich scoll die ne halbe stunde runter ok leute ich muss einmal kurz pinkelpause bin gleich wieder da schade ja sorry an alle die grad skincontest mitmachen wollen aber das geht halt einfach nicht ich find es nicht leute hm 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 wo ist der max hatte mich gerade dann lass über max äh geh rein ich max hier ist er komm rein komm rein komm rein kleine mauer 7,1 millionen spieler bro oh god das sind übelst viele er hat rausgeflogen wir machen jetzt schon probleme alter und gerade bei sieben millionen leute nein der modus kommt um 19.30 19.30 würde ganz gut also eine runde leute da geht das neue event los wie geil ist das bitte wir können keine dings mehr machen wir können keine custom games ich habe mich aber auch gewarnt ja auf jeden fall wenn max öfters jetzt sofort ja machen wir das im nächsten stream auf jeden fall dass wir aufnahmen kommen wir dann guten morgen kommen ein disco er kommt mit riedern holen wir jetzt ein win mit riedern schaffen wir das kann man mitspielen wir sind ja jetzt schon zu viert starr starr danke fürs move und da sind 100 leute im channel die durch da raus ich mache jetzt einen geilen emote für euch damit ein bisschen mal ruhiger werdet ja stein jeder retter macht ja nicht ready ich hatte gerade ready gemacht ja ja mach mal ready für fort warum ist stanni nicht mehr auf youtube insel das ist eine exzellente frage auch gerne mal wissen stanni was ist da los bei dir mein pc kann kein minecraft mehr ich fand das übelst krass wie dein tiktok viral gegangen ist es ist ja es ist nur noch 35 minuten dann geht es los leute check die das nur noch 35 minuten habt ihr ist schon warteschlange um in fortnite reinzukommen mir kribbelt schon in meinen fingern ist schon warteschlange weiß das jemand ich will also ich will es nicht ausdrücken wo warteschlange ist nein deswegen live chat treibt mal rein ist jemand noch nicht in fortnite drin gerade und hat warteschlange schreibt das mal das würde mich echt interessieren also robert schreibt bin in warteschlange schon seit 13 minuten waaat ja es ist warteschlange ganzer chat schreibt ja bin gerade 10 minuten also du kannst Fischsquad machen Fischsquad nein nein aber überlegt euch das das geht ja erst in 35 minuten los und ist jetzt einer schreibt er hat 23 minuten ach du heilige ja vorbei ach du heilige ich komme nicht mehr rein also jetzt ist wirklich allerletzte eisenbahn wer jetzt drin ist eisenbahn vorbei nein nein jetzt 23 minuten dann bist du viertel vor da da hast du noch 15 minuten also jetzt wer selbst dabei sein will oh wir kommen nicht mehr mit in die runde rein einige wie crazy maximilian die sind schon seit 14 Uhr online einfach nur damit die nicht später diese probleme haben boah überlegt euch das wir werden in keine runde mehr reinkommen doch 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 jetzt schon server mayday probleme das werden guck mal jetzt es spielen gerade aktuell sieben millionen leute aber ich denke mal in den lobbies werden noch mehr leute warten weißt du das ding ist dann hast du ready ich sehe es bei dir nicht krass überlegt euch das jetzt müssen schon über 10 millionen leute im game sein oh mein gott die schreiben teilweise um 30 minuten warteschlange wer jetzt 30 minuten hat schafft es nicht mehr es ist zu spät also jetzt braucht ihr es nicht mehr zu probieren das ding ist es gibt sogar leute die kommen nicht mehr in die warteschlange krass 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 ja hier schreibt jemand komme nicht mehr in die warteschlange jürgen du bist am arsch ich bin ich bin nur mit riedern da ist so bis dahin ist es heute was geht die ab jungs nein 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 wir schaffen es nicht mehr nur in die live events guck mal jetzt komme ich jetzt komme ich rein ne nur ich kurz ehrenbruder danke ich bin ich bin echt drin na wir hast nochmal alle raus wenn ich das kurz warten wir müssen come verlassen kommt jetzt alle in die gruppe rein Ich hab noch mal neu an hier. Es ist Jude noch mal neu eingeladen. Machen wir Beitrittsanfragen, Frieden. Ja, ich muss dich kurz hinten. Oh, ist das Start-Skill. Kuss. Da wird er erstmal angeschrien, der Monkey, die Donkey. Ey, jetzt noch eine schöne Runde, eine schöne lange Runde Win. Und dann sind wir direkt... Bro, wenn wir jetzt einen Win machen, das ist jetzt die letzte Chance vorm Live-Event. Dann aus. Feierabend. Aber das geht nix mehr. Es ist alles over. Es ist alles kaputt, Junge. Ey, Jungs, jetzt alle ready. Lass mal eine Sache machen. Und wenn wir jetzt wirklich schaffen, in eine Runde zu kommen, dann lass mal bitte irgendwo... Klar, und am Ernst und am Rand. Lass irgendwo am Ende der Welt landen. Richtig geil lang die Runde ziehen. Easy Win holen. Dann sind wir wirklich perfekt mit dem Live-Event. Hätten wir den Win. Boah, krass die Idee, Max. Das wär geil. Max, für deine geilen Ideen. Ja. Feier ich dich. Ja, Bro, Stani, wenn's nach dir geht, würden wir wieder Loot Lake gehen. Dann tiltet und sterben. Jungs, ihr macht jetzt in fünf Sekunden euren Lieblings-Emoot. Schnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sag ehrlich, das ist mein Lieblings-Event. Das ist mein Lieblings-Emoot. Guck mal, wenn Stani am Boden liegt, mach ich so. Boah. Wenn Max am Boden liegt, mach ich den auch, Max. Stani's Vater in der Badewanne. Hey, du hast den auch nicht gebaut. Stopp, Eski. Stopp. Ja, Verzeihung. Ey, komm jetzt bitte in eine Runde. Lass uns in eine Runde rein. Das ist die letzte Chance für einen Win. Bitte. Ich bin Lade-Screen. Bitte. Ja, ja, ich bin auch Looting. Ja. Lade-Screen. Oh mein Gott. S hier jetzt nicht drin. Scheiß auf S, Juh. Keiner wird zurückgelassen. Außer... Juhu, live-Event, Freunde. Live-Event. 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 Wo ist der Chat? Also, Bro, wir machen jetzt ein... Max macht jetzt ein Live-Event-Like-Hip. Boah. Okay. Jetzt schon. Ne, wenn wir die Runde gewinnen. Wenn wir die Runde gewinnen. Nur wenn wir die Runde gewinnen. Nur wenn wir die Runde gewinnen. Leute, darf ich mir was wünschen, wo wir landen? Darf ich mir was wünschen, wo wir landen? Sag, sag, sag. Ich will auf absoluter Oldschool-Basis Flush-Factory. Nein. Willst du den Flankega? Bro, ich war da seit... Ich war da noch... Ich war da so lange nicht mehr gewesen. Ja, okay. Dann macht ihr, dann macht ihr. Gehen wir Loni-Lodge. Nein, Bro, ich hau dich gleich in die... Dann gehen wir Paradise. Dann gehen wir Paradise. Dann gehen wir Paradise. Loni-Lodge gibt's kein Lut, Bro. Dann gehen wir Urlaub. Urlaub machen Paradise. 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 Nein, Paradise gehen wir nicht drauf. Sandra, danke. Paradise. Paradise. Nein, Leute, hier kommen einige mit. Die kommen einige mit. Sel, die Schreie. Jungs, das abnimmt, oh Gott. 233 Minuten warten. 220. Ihr schiegt ihm sowas von recht, ne? Nein, nicht. Der Jungs, das war's komplett. Riedan, carry mal bitte. Ab ein Kill, Jungs. Ich hab Simon geholt. Oh, ich hab Minigern. Jungs, geil. First kill, first kill, first kill. Bam, bam, bam. Easy, easy. Riedan. sehr gut so ich kann jetzt hier keine risiken eingehen bei riesigen und nebenwirkungen fragen sie einen arzt aber auch mein gott stannig geht dann kathol mein gott mich doch kein risiko ich sehe den killer von stammen springen oh mein gott nicht da rein da ist keine tür das war's rechts links aber gehabt jetzt ging es einfach gut max zeig mal was du auf dem kasten das regelt das ich wiederhole gewesen leute ich sage euch ehrlich werden wir fleisch gelandet wäre das nicht passiert jetzt nicht reinkommen jungs sollen wir mal alle vollkämmen full face cam machen damit die leute nicht sehen wo wir landen leute sind drin modus kommt erst 9 zu 30 modus modus wir sind im modus 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 lasst mal alle bitte facecam groß machen wenn wir gleich wohl landen ja okay das ist jetzt ich will jetzt mal wirklich eine runde series haben das wäre so geil wenn wir jetzt kurz vor knapp noch ein win holen wie geil seid ihr seid ihr auch noch in der suchding ja auch gerade im spiderman zu peter parker ich sag ehrlich das wäre so das highlight meines lebens also würdest du sagen dass das schönste wäre was dir jemals im leben passiert ist ja ich erfülle den wunsch also ich würde sogar so weit gehen und sagen wenn wir jetzt ein win holen ist es sogar schöner als wenn man sein erst geborenes kind in der hand hält okay jetzt alle camp groß camp groß camp groß camp groß ich mag hier mal markieren wir landen wer jetzt käme nicht groß macht ist ein 30er ach der gemein ist echt das ist gut eigentlich also ich sage ehrlich ich würde da ich sage das markierte dürfen wir da nicht hingehen er hat keine ahnung das war die kappe lasst hier in das wirklich hin dass wir das hier nicht dahin wohin 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 hier hin ja okay das ist eine echt jetzt oh mein gott da war ich auch schon so lange nicht mehr gewesen denn allein der name sagt das schon alles haben wir nicht groß camp erst muss wenn wir gelangen sind geil alter jetzt endlich wird mein wille durchgesetzt leute das jetzt einfach das könnte jetzt unser letzter versuch sein checkt ihr das ja ich glaube wir checkt das gar nicht leute wenn ihr wüssten wo wir landen ihr kleinen stream sniper der der ist er rät der kriegt von stand in der playstation 5 gekauft ich bin gespannt ob sie man weiß wir landen ich glaube aber nicht wir können so wer hätte das gelacht kein einziges lucky landing gerade im chat gelesen niemand hat damit gerechnet das können keine geht gar nicht dass das jemand wusste einmal lande ich wieder wo ich markiert direkt aber loot ja ich habe noch gar kein gut ich spiel wie kann das sein dass hier jemand landet jetzt ich komme jetzt alle nach die haben wir gesehen wo wir landen fliegen nach über der stand im haus über der stand da oben hier auf dach hier auf dach markiert hier auf dem dach haus das ist auch so ein grund gelandet hat noch ein das ist richtig schön schön für mal jetzt hier mir das ganze mal von oben an ob ich da noch jemanden sehe bei tridan das macht der leute ich werde jetzt so aufs safe spielen die soja hier macht er in mann leute mussten max sein willen erfüllen das ist max letzter will max letzter will ist max beutel grüße gehen raus an er hat noch gemacht aber ich weiß nicht ob es die überhaupt cool ist von ständige grüße also wer jetzt noch nicht drin ist ist over du bist zu spät aber es ist offiziell du hast verschlafen ist gut und das ist ja auch du hast leider einfach verschlafen bro du hast verschlafen bro jungs ich kann mal ein bisschen mit immer mehr zu fahren danke dankeschön jessi 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 hast du ihren namen geklaut jetzt ist der moment um die wahrheit zu sagen was machst du eigentlich wenn du angelogen wirst von deinem chat wie fühlst du dich dann wenn der chat mich anlügt gehe ich offline nicht anlügen ja wir müssen doch seinen traum heute erfüllen das ja aber ich sage ehrlich das wird das wird die runde das wird die runde unseres lebens überlebt du wirst dich am ende so sehr freuen dass du und wer die runde jetzt verpasst der hat was für sein leben verpasst an alle ich bin der größte du ich bin seit drei uhr in ford wir sind auch seit drei uhr in ford ist doch normal wer nicht ist sich überlegt du bist den ganzen tag jetzt schon fortzeit online und kriegst jetzt disconnect das ist doch damals bei uns passiert ich weiß noch ganz genau auch die ähnliche wir hatten sogar diese ähnlich wir hatten glaube ich sogar die gleiche konstellation weiß gar nicht auch stanni ist disconnected dann bin ich disconnected und war max war der einzige der noch übrig war da hatte ich übrigens da hatte ich übrigens mein live zuschauer rekord gehabt weil ich da eigentlich gerade ich freue mich so alle ich hatte da einfach das war ja diese absolut fortnight halbzeiten und bei stanni der hat ja sowieso immer so drei millionen live zuschauer gehabt und bei stanni ist gecrasht der ja dann sind gefühlt alle zu mir rüber haben das geschaut selbst dann hat mein stream gestreamt und dann hatte ich 180.000 live zuschauer das war mein rekord bei dieser wo dieser wasser tsunami da war wo diese welle so an der seite ich weiß nicht wie stehe da richtig sauer war aber im live event wir sind drin ich war schon drin ich war schon drin ich war schon immer crash ey stanni du läufst da sehr weit alleine vor aber ich bin aber auch profi da ist nichts neues dass man alleine hier rum rennt aber ich bin auch mal richtig krass bei sowas wenn es um neue season geht oder so kein ding maxi mein bester 16 1 halb minuten könnte knapp werden jetzt 16 das aufbraten dann braucht zur hilfe johnny fast down wieder bei stanni live das ist mir egal dann hole ich mir die kids ich glaube die sind hier unten drin ja ich könnte grad nicht abschießen was soll das denn nennt man bug ich hab grad einfach ein kill abgesnickt weil ich einfach reingetubt hab hat jemand raketen für mich ich sag ehrlich nur du ja 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 leider nicht danke hey jungs unten rift unten rift damit du bescheid bist unten rift unten rift nö rift rift wie jemand ein grappler ja hab schon wo ist stanni stanni wir sind geriftet stanni down stanni gleich wieder down was sagt zone rakete rakete jungs noch 49 minuten komm wir gehen zur rakete die rakete die startet rakete leute aber warum 49 achso in 49 minuten geht es los aber man kann schon in 20 minuten rein in den modus ok ja genau genau bro vielleicht startet die rakete jetzt schon bei uns vorher das wäre krass wenn wir vielleicht alle fit emoten und tanzen dann startet die für uns glaube ich wir sind creator bei uns gibt es bonus guck mal hier hoch guck mal hier hoch das tanzen dann klappt dann startet die schon für uns extra live event wie seht ihr mich jetzt hier hin wo wir jetzt los bei mir aber auch ich habe schaden gekommen die rakete hat mir was gesagt so die rakete redet mit mir was sagt sie dir die rakete neue season kommt jungs 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 da hinten gegner hat ein gegner kommt zu uns auf surfboard der macht da richtigen kickflips da oben der leckt bei mir voll noch mal 30 noch mal 30 pro der leckst ah ja es ist am stein war immer weiter mit dem direkt ich brüche jungs nein alleine dann noch allein stand ich verstaunt woanders wie mir anders wie mir kommt also auch 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 aber kommt was macht ihr da der macht mich nicht weg Achtung ist noch einer stark 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 Oh mein Gott der P90 Alles gut kannst du haben brauchen wir müssen uns zurückziehen Ja lass lass taktisch lass taktisch das Müll was wir hier gerade machen Das ist so viele Leute in der Mitte Das war wie das Unintrigrisiko Okay stark Achtung da Nein 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 Bro von wo von allen Seiten Beschuss Hey Tridan komm zurück Tridan komm zurück Alle zum Stein alle zum Stein zurück Einer muss mich hoch ratzen Ja ich komme ich komme ich komme Das war wieder Das war wieder zu viel das war wieder unhilflich Hier sind auch Chucky's Hier sind auch Chucky's alles gut Oh rechts soll euch zwei auf den Boden Jungs Das sind sogar drei Hier oben Okay Tridan geh direkt hin Kamin Noch einer Und da ist einer Der ist da und da und hab ihn da und da ist noch einer Das ist noch einer Links von die zu hinter dir hinter dir hinter dir Ja Der ist cracked Nice Let's go let's go let's go boys Muss ja noch irgendwo einer sein So was haben die für ein Loot Einmal hier Loot checken Haben die hier was schönes für uns Ne Boah endlich was geilen Loot Digger Jungs Der dreht ja 18 Kills jetzt schon 18 Kills jetzt schon Ja ja Bruder Echt bei ihm ja ein bisschen Leute Ich check auch nicht warum auf einmal Okay Jungs wohin Wo gehen wir hin als nächstes Ja liegt am Server Digger Lass Tomato Jungs lass Tomato Tomato Tempel Hinter den drei Bäumen sind irgendwo noch gegner Die kommt zu uns Die kommt zu uns Minus 34 Nochmal 34 Wo denn Da bei den Bäumen Deine Seite Pass auf Nochmal 34 Dort oder was Ja genau Hinter den Bäumen Ach Motoren Ich komm mit Er steigt jetzt runter Reto Fluss Okay hin 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 Starker Grab Starker Grab Starker Grab Bei uns D30 Er und ab Er und ab Achtung Da unten Da unten Hinterher Links da oben Welche Ach da ich sehs Wo gehen wir Wohlen die denn Der Scrap beim Baum Er macht keinen Baum kaputt Da geht keiner rein Ich check das nicht Jetzt wohne Stark 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 Ey Jungs was ist das für ne Runde Wir wollen die Runde schnell betten Das ist ne gottlose Runde Das ist ne gottlose Runde Es sind nur noch Nur noch zwölf Gegner Weswegen Was passiert hier Was passiert hier Was passiert hier Einer liegt hier noch irgendwo im Wasser Oh da fliegt einer Ich bin da Das ist ein 2 Da 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 Ja 34 auf den hinteren 27 27 Nice Wir haben beide Irgendwo hier liegt noch einer Oh ja Ey Oben auf der Insel Oben auf der Insel Leute SU pusht den schon Ey Leute was passiert hier Hinterher SU Ja Bro ich glaube er ist oben Er ist oben Über uns pass auf Bro die werden so In der hell in der hell Ausschwärm 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 Die werden so auseinander genommen Was machst du da Bro ich's tube einfach weg Bro du musst rein 60er Noch ein 60er Komm zurück 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 Ich bin one Was passiert hier Der ist dort oben links Einer draußen Einer down Stark stark bro Ja hier könnt ihr alle Minis hier oben Oh mein Gott Ist noch jemand Leute was ist das hier für ne Rounds Oben ist crack Oben ist down Oben ist one Oben ist one Die Frau ist one Noch einer noch einer Sind alle down Ja ja Alle down Okay nice Aber was war das gerade Er brauchte mal nen Jiggory Jackson Ich brauch Jiggory Jackson Ich brauch Ich brauch Guck mal mein HP Digga Gutes Willen Du bist Noob Du bist Noob Ich bin ein Heavy Sniper Wo hast du ich lieber Raketenwerfer Nee komm ich nur lieber Raketenwerfer Raketenwerfer gut Raketenwerfer gut Alter Ey Leute diese Runde Das darf ja alle mal ein Like und Abo da lassen Bei mir bei mir Ja 37 27 Warte ich seh den grad nicht mehr Nochmal 34 Ja das ist der ja Hinter den Bollen Guck mal Maxima Maxima Ganz hin bei der Steinschlucht Ich hol ihn Er ist aber weggeklöppelt Er ist ganz weit weg glaube ich schon Vielleicht ist er auch unten und campt da Gleich geht's los Wo ist der kleine Huhn Er ist hier 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 Ich sag dir ehrlich ohne Grappler Ich fühl dich Das ist so langweilig ohne Grappler Das ist wirklich so dumm Baha Nasari Dankeschön fürs Abgriff Das ist das beste Item damals schon immer gewesen Ja Aber nächstes Season gibt es ja auch so einen Haken Aber das ist halt nicht so gut Ja aber das fühlt sich halt an Bro allein dass du keinen Pfeil Damage bekommst und so aktiv Hast du grad geschossen Tridan Ne äh ich hab geklöppelt Ah Ich hab sonst noch rifts Wir könnten riften Ja lass riften oder? Robert Okay komm dann riffen wir Max Bei Tomato Action oder? Ja Das sah es grad nur so aus Mal gucken wo die sind Ich weiß nicht wo die sind Bro die sind bei der Rakete Die Raketen starten Jungs Oh mein Gott Dankeschön Barna Asari nochmal Kuss Barna Asari Barna Asari Barna Asari Barna Asari Hängt voll ne Leute Hab ich auch das Gefühl Auf der Insel wieder Jungs Hier bei mir auf der Insel Oh Bro Und hier unten fliegt auch Läuft auch noch einer rum Ich bin stuck in der Lobby Hat ich schon auch das Gefühl gehabt Bei mir lag gar nicht Wenn du jetzt rausfliegst bist du auch mal Leute Bei mir Ja Zwei Leute hier Minus 38 Also schon mehr Leute Online Das sind schon Barna Asari Beruhig dich Auf dem Turm Passau direkt bei dir zu Das crackst du? Oh nein Bei mir ist einer Hab ein Hab ein Das ist einer mit Baller Einer mit Baller hier Was ballt der Bro? Also Friedan Can you come to me please? Ich komme Ich komme Ja Warte hier ist noch einer Was ist das für ein Bananenkopf? Minus 80 Banane Stark Max auf Pressure Stark Stark Ich hole Stu Hey Stu Was was tun dann? Ich bin ja auch auf der anderen Seite Komm mal da raus Bro Wie hast du das bekommen? Weiß ich nicht Okay Gegner da hinten? Hä? Ja Fischkopf Larry Wir können noch in eine Runde rein, ne? Ich hätte Schackschack Ich hab schon Ich finde die auch nicht gegeben Bro Ich glaub das ist der letzte, ne? Hm Hat gar nicht Lass mal schnell beenden Dann können wir echt noch in eine Runde rein War nicht der letzte? Besser one Ich glaub bei mir ist der letzte Der ist minus 170 Einer fehlt noch Einer fehlt noch Töten nicht Töten Was sagt dir? Lass Neue Runde dann Safe Okay Vielleicht weil der Waffenstillstand Jungs Ja vielleicht will der Waffenstillstand Ich hatte vor ne Runde Ich hatte fünf Leute Waffenstillstand Fünf Leute Das war so geil Ey An den Letzten Wir machen Waffenstillstand Vielleicht BR ist deaktiviert Jungs BR ist deaktiviert Jungs Nein Wir machen Waffenstillstand Bro Waffenstillstand Deaktiviert Okay Leute Wir alle Modis deaktiviert Jungs Alle Modis deaktiviert Alter Crazy Aber Jungs Wie geil ist das? Letzte Runde Jetzt der Win Ihr habt mir Warte Nicht killen Nicht killen Wir müssen solange wie möglich hier drin bleiben Waffenstillstand 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 Oh mein Gott Ich hab ihn gezähmt Oh einer hat Disconnect bekommen Was du hast jetzt schon imagem gemacht? Jaaaa Wuhuuu Waffenstillstand 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 Ich zeig den erstmal hier das Stopp ist Hier und nicht weiter Hier und nicht weiter mein Kollege Freund du kannst du kopieren ich sag dir ehrlich es du lass das ich werbe schacht mit ihr spielen wir haben es geschafft endlich mal ein win lasst dafür jetzt mal ein like und ein abo da leute wir haben doch gesagt wir machen like hype ich mache das leute spammt jetzt alle hashtag like in den chat oder macht das like im auto in 321 let's go leute gleichzeitig jetzt liken push den stream raus freunde leute jetzt jetzt ist der zeitpunkt gekommen für die neue season für eine erfreundliche mädchen der letzte trommeln die leute stellt euch mal vor der letzte wer jetzt noch so übel scraggt und wird uns noch einfach jetzt alle kill das ist ein geiler emote den ich habe ich glaube ich gar nicht komm her wir fusionieren uns ja fusion crazy jürgen let's go okay wir machen jetzt eine band und ich bin der gitarrist ich bin der saxophon spieler nein der soll hierbleiben nein impuls ihn der bruder wird doch sowieso sterben außerhalb der das war unsere letzte runde auf der das war die letzte runde das geschenk danke bro danke ziehen doch nicht runter der arme junge ist was noch 30 minuten jungs ja brauche ich kann nicht gar nichts man dies die mode kommt hier immer wieder warte jetzt nein 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 pro warte 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 jetzt oh mein gott ich dachte kann ich muss fort ein neues starten wegen leute ich dachte kann ich nur starten ja ich glaube nur also wie kommen in lobby rein leute das live event geht los es sind gerade weniger leute und als eben aber ich glaube die leute kommen einfach nicht ins spiel rein dass das und wir haben und connect bekommen wo wirklich viele haben disconnect bekommen schreibt mal rein wer von euch hat disconnect bekommen habt ihr den modus schon ausgewählt 40 minuten geisteskrank nein was ist das alle schlachten busse sind weg was ist das jetzt hier als ob wir jetzt nicht rein als ob wir jetzt nicht reinkommen ey baha nasari dankeschön für die ganze sache ich gehe los ich gehe rein ich gehe rein als ob wir jetzt nicht reinkommen wenn wir jetzt nicht reinkommen das war das war es komplett das steht sogar verbleibend 17 sekunden das geht in 17 sekunden los ich kann nicht mehr man ich bin so aufgeregt bro alles wird gut chill einfach mal ich bin so gehyped finsky freut mich dass du bei diesem schönen moment mit dabei bist nein das dauert schon zu lang das stimmt was nicht das stimmt was nicht bei mir geht es auch noch so lange oh mein gott ich warte auf beginn ich sage euch das stimmt was nicht es geht los amundi vielleicht erst gut danke konntest du ja nicht wissen wenn jetzt keine fehlermeldung kommt dann wird es abgehen ey finzi ich werde nicht rausgeschmissen wenn du erst rausschmissen wirst finsky dann war es das für dich alter dann war es das wenn du jetzt rausgeschmissen wirst kannst du das spiel installieren oh mein gott nein Leute tragt alle creator code ein creator code iKramix OG ey es gab Spielabuch kostenloser support ihr wisst bescheid kostenloser support iKramix OG jetzt im itemshop wir kommen nicht rein 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 warum lebt das denn schon so lange ich bin da wieder fehlermeldung habt ihr auch wieder fehlermeldung ja ich hab dir die ganze Zeit auch ja ich hab dir die ganze Zeit auch stani macht bereit alle bereit machen das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein hier ja ich bin drin ich glaub ich bin drin warte nein warte schlange ist voll bitte um geduld nein ich kann keine geduld haben wir sind auch hier alle nicht geduldig Bist du nicht mal in Fortnite drin Finsky oder was ey vorüber gib mir mal Rechte Bro dein Internet spinnt ja Mann wieso ist denn deine Warteschlange jetzt warte vorn hat irgendwas geschildert Jungs Leute wenn das hier das bitte ich komm jetzt rein SU SU du bist nicht ready ne ne ich hab schon ready gemacht bei mir bist nur du nicht ready ja ich weiß dass du das auch grad aber ich hab ready gemacht aber ich hab jetzt auch gerade Krone bekommen SU ich hab schon ready gemacht AS YOU MACH READY oh mein Gott suche Match oh mein Gott das wird jetzt lange dauern wenn du 29 Minuten Warteschlange bist das ist over Bro ey wisst ihr was Ford getweetet hat was 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 die werden das Event dreimal insgesamt spielen also abspielen lassen für die die grad nicht reinkommen oh mein Gott es gibt noch zwei weitere Shows nach der Main Show um 8 Uhr fühl ich nicht ich will nur ein einziges Mal haben die die reinkommen haben Glück gehabt die die nicht reinkommen Pech gehabt wie wir damals ja Bro das macht das Event doch besonders aber ist ja ist ja schon korrekt von Fortnite muss man schon sagen das ist ne Show Bro nein wir sind nicht korrekt wir sind nicht korrekt wir sind böse wir sind ehrenlos niemand soll das erleben Leute ich bin glaub ich drin ich bin glaub ich drin Leute sehr gut Finski wartet auf Beginn Mann ey das dauert schon wieder zu lange bei uns was ist das Finski sei mal ehrlich was würdest du machen wenn du jetzt einfach diskonnect ist warum dauert das schon wieder so lange live chat so ausrasten ich verpass das beste Live Event dann ich will jetzt Eminem live hören kannst du mal kurz in das Zimmer von Stani gehen und bei ihm einfach Larenkabel rausziehen bitte einer schreibt er wart seit eine Stunde das glaub ich nicht ey Stani warum spielst du nicht mit deinem Sohn im Team okay Bro ich hab Fehlercode wieder ey das kann doch nicht sein dass das so lange dauert ich muss jetzt hier reingehen das Finski sein Sohn ist ne alter Stani du hast nen Sohn warum Stani warum hast du mir das nicht erzählt Dankeschön Finski geh mal bitte in das Zimmer von deinem Vater und zieh sein Larenkabel raus EIN 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 KNABBE MAN sorry dass ich das geleakt habe Bro du machst dir ganz schlechte Rides man warte auf Beginn da steht warte auf Beginn ja das ist ja dann kommt jeder so ich glaub es geht gleich los nein schon wieder Fehlermeldung direkt wieder ready direkt wieder ready ums ich bin ready ich bin ready bitte Banasari danke Bro danke danke komm live chat ja Spielersuche wieder diesmal ging es schneller wenigstens warte auf Beginn der Spielersuche das stand grad eben noch nicht da das stand noch nicht da grad eben das ist ein gutes Zeichen das ist ein gutes Zeichen Leute warte ich dann ist voll Bitte und Geduld nein nein bitte 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 Finski hörst du das wenn dein Vater grad in die Küche geht und sich Essen holt ja wie wäre es mit oh mein Gott oh mein Gott schon wieder der Fehlercode Bro Bro Was oh mein Gott Leute Leute Werden wir auch die neue Season streamen jetzt geht es um alles ich werde ich werde morgen auch streamen auf jeden Fall neue Season auf jeden Fall auf jeden Fall Leute werden wir es schaffen werden wir es schaffen rechtzeitig rein zu kommen ich weiß es nicht Mann komm Wartet auf Beginn der Spielersuche Freunde bitte glaub daran alles wird gut du musst dir dran glauben ich glaub doch dran aber glaubst du auch dran bitte jetzt nicht wieder eine Fehlermeldung bitte jetzt nicht wieder eine Fehlermeldung ja bitte um Geduld wie sind wir auch die Geduld hast du Geduld auch wie braucht ich habe nämlich Leute ihr müsst einfach nur manche schreiben sie werden schon drin im Chat ja wir sind schon so schnell am Event an teilnehmen hier wenn man dabei ist Leute schalten die hier für den exklusiven Style frei also einfach nur dabei sein nur dabei sein und natürlich gerne Creator Code Stani SUI Crimex oder irgendjemand eintragen Leute Crimex OG Colin danke oder Finsky Finsky ja ok ich suche nach mir ey das geht doch nicht diese Meldung die Meldung wir kommen jetzt rein ich mach kurz eine Meldung ich mach kurz eine Meldung ich befördere uns Leute ich bin drin es geht los es geht los ich bin drin ich bin drin Leute seid ihr drin ich bin noch nicht drin ich bin auch nicht drin ich bin auch nicht drin also bei mir ist da steht noch bereitet vor steht bei dir auch bereitet vor Tridam bei mir steht gerade bis Monkey Sue bereit ist oh mein Gott ich habe meine Kopfhörer raus ich habe meine Kopfhörer rausgeschreckt ey bei mir ist Ladescreen aber die Freize zu Sommel wird initialisiert jetzt nein bei mir ist Ladescreen bei mir steht immer noch wartet auf Beginn Lass mich rein Lass mich rein ich drück nichts ich drück nichts ja 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 weitreten ich bin im Ladescreen ich bin im Ladescreen ich auch ich auch ich auch nein was ist das Leute was ist das jetzt ihr was ist das jetzt optimiere dein Spielerngebnis du musst Start drücken Shami ich verdrehe ich bin hier Shami ist drin ich bin hier ich bin hier Platz reservieren Platz reservieren nein was ist das Leute bei mir kommt Fehlermeldung warte kurz Max warte kurz nein da ist Fehlermeldung da dieses Lama irgendwas stand da nein oh du musst wie Start alleine Max Start alleine Start alleine nein bleib aber hier und lass uns nicht im Stich Bruder der große Bang da ist die Rakete was mach ich hier kannst du bei Jungs Metswarm 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 Lass die Rakete zubauen ich hab 30 Mets ich muss alleine wir müssen alleine Leute nein Leute oh mein Gott bei mir ist es verrückt nein ey was ist das jetzt ey ich krieg die ganze Zeit Jungs Gegenstände aber die ihr habt aber noch 30 Mets ey bitte ich hab 30 Mets ja ja lass uns um zubauen noch nicht die Mets noch nicht wasten vielleicht kriegen wir die ja wieder Leute ich hab grad ich weiß nicht ey so schade so schade dass ich jetzt nicht bei euch in der Lobby bin ey das ist übert ich hab noch mal rausgehen und riskieren nein 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 ich muss neu starten ich hab Fehlercode riskiert nicht wegen mir riskiert nicht wegen mir alles gut ich bin doch drin ich kann nochmal versuchen spielen gönn jetzt ich muss mal gönnen aber eigentlich müsste es klappen Bro wenn wir nochmal riskieren wie lange haben wir jetzt noch Wir haben 22 Minuten 22 Minuten ich hab Fehlercode ich hab Fehlercode ich kann nix machen warum kommt aber Finski alleine nicht rein das macht mir Angst dass Finski nicht mal alleine reinkommt bei mir steht auch noch hier also Finski wie kommst du nicht ran oder was ja bei mir steht hier ich krieg die ganze Fehlercode chat was sagt der chat wer ist drinnen ich komm nicht rein Leute ist das ist das normal dass das hier schon wieder so lange steht bereitet vor ich bin nicht rein oh mein Gott probier mal kurz selber alleine reinzugeben ja versuch ich ja versuch ich ja ich bin ja aus der Gruppe raus da steht auch da steht die ganze Zeit bereitet vor ne ne ich bin raus aus der Gruppe ich bin raus ich komm nicht mal von allgemein rein also weil er jetzt neu startet ist verloren das ist komplett over ja wenn neu startet ist dann ist over dann ist man dann ist man also wir können Fortnite jetzt nicht mehr irgendwie was Einstellungen nix mehr machen nix mehr ich geh auch nicht mehr in Einstellungen rein ich hab nur Angst dass ich das gerne auch die höchste Qualität habe Digga also wenn das ohne Problem gleich klappen sollte Erlebnis bestimmt geil was soll ich machen live chat ich weiß nicht was ich machen soll bitte ich kann nicht mehr als grad warten und hoffen jetzt komm ich vielleicht rein jetzt ey ich drück euch die Daumen ey bevor wir sind die einzigen drin sind das sieht so schön aus hier ne Einer ist diskonnected hier oh mein Gott der ist für uns diskonnected oh oh das ist zu hart das ist zu hart Leute das ist zu hart nein wieso machen die das nicht eine Stunde in Fortnite hat eine Stunde Warteschlange was ja eine Stunde ja Leute ich komm glaube ich rein diese Spiele haben die gerade die Server sind so überlastet die Server sind so überlastet die Server sind so überlastet maximal überlastet Spieler werden gar nicht mehr getrackt ich bin drin Leute Spielereinbruch 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 ich glaub irgendwas läuft hier nicht richtig grad Stanley du kannst doch sehen wie viele Leute online sind 2,5 Millionen Bro von 7 Millionen das trackt nicht mehr alles ist überlastet Bro das trackt nicht mehr oh nein das trackt nicht mehr ey das ist das das dauert schon wieder zu lange das dauert schon wieder zu lange ey ich bin drin Leute ich glaub es könnte klappen ich glaub es könnte klappen ich glaub es wird klappen jetzt ich glaub das richtig so oder live chat ist das richtig so wenn das so steht hä passt das Regler an ja bro guck mal schnell bei mir in stream ja ich guck mal ist das ist das gut so wenn das so da steht ich gucke bei mir kommt einfach Leute ich bin drin Leute wo seid ihr oh wir sind doch in den ganz anderen Locken achja stimmt oh mein Gott ja es sieht richtig gut aus warte auf Beginn der Spiele du musst jetzt warten ich bin bei der Rakete ich warte einfach ich fass nix an Leute ich warte nichts anfassen Bro du musst jetzt einfach warten wir haben dann auch danach noch 2-3 Minuten gewartet oh mein Gott ey der hat 0 Kron Siegel man kann nix abbauen nein man oh mein Gott Reise zum Server oh mein Gott ja ja ich komm rein wir kommen rein Leute wir kommen rein dann könnten wir vielleicht sogar noch mal wichtig wichtig Loading Screen wir könnten vielleicht noch mal probieren alle rein zu kommen in eine Runde wir könnten dann sich noch mal probieren oh das wär geil let's go das machen oder dann lass alle raus an sich also es hat jetzt es hat jetzt 3 Minuten bei mir gedauert wir schaffen das wir schaffen das sollen wir jetzt raus durch der Lobby ne du nicht du nicht ok 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 ey ich hab irgendwas bekommen ich hab eben Magma Style schon bekommen ja den hab ich nicht travis danke 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 kuss 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 warte dann geh ich jetzt auch noch mal raus in die Lobby ich bin grad reingekommen ey wenn ich jetzt rausgeschmissen werde ne oh mein Gott boah man sieht kaum Unterschied dankeschön travis für 5 Euro Moin jeder hat hier fast Emi im Skin ausgesehen ne voll wack man sieht kaum Unterschied ey guck's euch noch an der hat einfach nur so ne Narbe im Auge ne der hat doch nur so ne Narbe ja Bro das ist so wack ich hab den auch schon gesehen weil ich hier so ne Fehlermeldung hab ja das Problem ist bei mir kommen jetzt bei mir kommt noch Spendika zu bezahlen ja bei mir auch aber das musst du ein paar mal wegdrücken ja 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 aber warte mal ich lad das Kind hab ich jetzt bekommen ok lad jetzt ein lad jetzt ein warte ich such den oder was ja aber der sieht voll lame aus also ja das war ein Reinfall er fängt bei mir abgestürzt ok ok alle bereit alle bereit Jungs 3,6 Millionen Leute sind da grad drinnen ey Jungs aber ehrlich Ehre dass ihr mich nochmal mit rein nehmt kuss 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 let's go Junge das sind bare Brathans die sind Brathähnchen Leute es geht in 20 Minuten gehts los 20 Minuten ich hab irgendwie das Gefühl dass es diesmal ein geiles Event wird ja ich glaub das wird crazy das wird crazy crazy das letzte Live Event war so low Leute folgt mir jetzt alle auf Instagram um nichts mehr zu verpassen ach genau ich wollt noch ne Paul Berger Limo ich mach noch ne Paul Berger Limo äh Story werd ich jetzt reposten macht jetzt ne Story mit eurer Paul Berger Limo vor meinem Stream ich werd reposten Paul Berger und Chessy Dankeschön für uns abgift Kuss 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 ich werd 41 Story machen die Leute bauen die Raketen zu tun ich mach jetzt ne richtig gute Story ich werd jetzt die beste oh die sieht gut aus Blitzy blitzy gute Story abbrechen ey nice ey nice vielen Dank für die ganzen Story Markierungen Leute oh mein Gott ich gewinn auch auf der Rakete ich gewinn auch auf der Rakete ich gewinn auch auf der Rakete nice 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 ich muss sagen wir haben 17 Minuten wir kommen schon für mich das Ding gewonnen wir schaffen das wir schaffen das wir sind nochmal raus ich muss sagen die coolste Story glaube ich oh oh die sieht auch gut aus das ist ne sehr schöne Story okay hast du irgendwas abgebrochen ja ja mach nochmal ready ja das passiert alter oh mein Gott hä ich werd zwei Stories reposten zwei einmal von einmal von Blitzy hat ne schöne Story gemacht ich bin so halb ich bin so unnormal halb einmal von Blitzy und eine Story find ich richtig cool komm nochmal rein eine Story find ich richtig cool der macht da richtig Party oh ok sehr gut ich werd zwei sogar reposten und zwar die andere ich muss sagen Blitzy schöne Story aber die coolste ja man kann keine Match Story meiner Meinung nach von DJ Hard DJ Hard guckt euch das man der macht da richtig Party oh ich hab grad was gehört guckt auf sein DJ Setup alles sieht man hier schlecht ob ich nicht sagen kann müsst ihr euch angucken Instagram iCrymex du bist bescheid Bro ich hab grad wirklich das sehr sehr krasses gehört von wem oh jetzt musst du es sagen äh du weißt es ne ich kann es grad nicht sagen ich muss grad gucken gut stecken ob ich das sagen kann Leute frag immer äh ich frag gerade schreib mal die M oh das ist krass Bro das ist wirklich krass ich guck ob ich das jetzt sagen oh mein Gott hey let's go es geht los wir kommen rein ich will alles spielen ich will alles spielen ich will alles spielen ich auch bin ne let's go let's go Leute Wasser an Nari Dankeschön Kuss 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 was hast du gehört jetzt haltet euch wirklich fest Herr Shani Bist du dieser Dings der nicht nein ach doch doch ich dachte schon Herr Shani hast du Rostlauber als Becken 18 Millionen Spieler sollen wir schon im Game drin sein oh mein Gott krass alle drinnen Jungs alle vier drinnen ja ja wir sind drin wir sind dabei das ist oben treffen oben treffen ach das Rekord Bro das ist so viel das ist Rekord das ist Rekord das ist Rekord 18 Millionen Bro das ist Rekord das ist Rekord das ist Rekord das krasseste Live Event war das Travis Scott Event Bro da waren es ähm da waren es irgendwie Leute 15 Millionen glaube ich waren das 15 Millionen jetzt schon gebrochen oder was das Event ging noch nicht mal los die Rekorde sind jetzt schon gebrochen krass krass Leute die Ereignisse überschlagen sich die Ereignisse überschlagen sich die Ereignisse überschlagen sich ey in 17 Minuten geht's los ey let's go guck mal da oben sind die Leute die in der Lobby sind ein bisschen shady oh mein Gott wir fliegen einfach auf der Rakete nach oben ey das Ding ist ich hab Angst dass ich sterbe wenn ich hier auf der aber eigentlich ja ich hab auch das Problem oder ich denke irgendwie dass wir Disconnecten wenn wir hier Fax machen ey Leute wo wir auf der Rakete starten wer sich traut klickt dir das an ach du heilige Leute ach du heilige sei ehrlich eigentlich müsste das schon auf der Rakete sein das wäre ein cool Risiko ich sag ehrlich ey das sind 18 Millionen das ist Ey Jungs das Ding ist die anderen können jetzt gleich nicht mehr herkommen ne ja stimmt guck mal die werden jetzt nicht durchpacken ok Bro 19 Millionen Spieler jetzt in Fortnite 19 Millionen 20 Millionen 20 Millionen neuer Rekord Alter Bro wie alt ist Fortnite jetzt? 6 Jahre 6 Jahre kranklich 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 oha Leute ich freu mich da muss man wirklich sagen Fortnite ist halt einfach ne ähm muss man einfach sagen wir hauen immer wieder ein raus Fortnite kam einfach aus dem Nichts und hat alles auseinander genommen ja Bro das ist einfach weil das Spiel das ist so greifbar für jeden ist kostenlos jeder kann es spielen das ist einfach ja crossplay alles 6 Jahre alt oder 5 Jahre 5 6 Jahre alt und Bro die haben nach neuen Rekord Bro neue Spieler Zahl Rekord gemacht gerade krank krank das ist krank und das wird heute ich sag ehrlich die Server werden brechen heute ich glaub die Server werden brechen ich hab 15 bis 20 Millionen die Server werden brechen Leute die werden einfach brennen der Bunker brennt Leute bei Fortnite die Server laufen also ich sag euch alle die hier gerade anwesend sind egal wo ihr erlebt gleich was krasses ja das geht wo ist eigentlich der Countdown von wo kann man hier den Countdown sehen nach oben nach oben nach oben über uns habt ihr diesen Emote äh ja aber nicht aus alle diesen Emote warte ich kann nicht auswählen paar von mir ist auch direkt für Fortnite für Fortnite vielleicht gleich auswählen und du die vor mir steht du kannst bei Max kopieren du kannst bei Max kopieren aber die neue Season heißt ja underground underground ja er geht es startet und knallt wieder unten äh warte 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 der Trailer ist einfach Lambogenies ne das sind einfach original Lambos Lambos einfach original professional haircare for you ich kann Lambo in Fortnite fahren das ist krass was kannst du Lambo in Fortnite fahren äh ja da kann der Finski mit dem Lambo durch die Gegend brettern Finski ja ah Wieser freust du dich 14 Minuten Leute 14 Minuten hier seht ihr den Countdown ja weiss krank man 14 Minuten wir sind dabei gleich gehts los let's do dis Leute let's do dis let's go let's do dis let's do dis let's do dis let's do dis Kann man eigentlich grad noch sterben hier? ne oder? wahrscheinlich nicht ich will meinen Platz gar nicht weggeben ne ich auch nicht das hier Big Baba Platz das ist so VIP Platz hier wir fliegen gleich Mittag nach Rakete weg ich habe noch meine Metz Leute ich werde die noch aufgeladen ja ich werde die auch noch aufgeladen die werden aufgeladen Jungs wie die werden aufgeladen also wenn du eine Wand platzierst sie dann kriegst du die Metz wieder nach einer gewissen Zeit ah krass okay ja ja also kannst du viel platzieren wie du willst ey warte mal lass uns doch mal ne Aussichtsplattform zusammenbauen jeder kann ja immer drei aber gut die anderen machen es eh kaputt das ist das Problem ja das ist das Problem man muss doch ein E-Mode machen ich muss doch mit der Seilbahn da auf den Berg hoch ich steine den Muster vorstehen und die ganze Zeit stopp machen ey Jungs sollen wir echt auf der Rakete stehen bleiben weil ich glaube man hat da nicht so den geilen Ausblick eigentlich ja finde ich auch vielleicht lieber ja das wäre natürlich ultra heftig ich weiß nicht Lifestyle was meint ihr sollen wir auf der Rakete stehen bleiben oder lieber von weiter weg genießen hier ist ne gute Pause oh nein jetzt habe ich mein Positioning verloren hier oh mein Gott oh zwölf Minuten ey ich fall hier runter was ist das denn alle die auf der Rakete sind disconnecten guck mal ich guck mir hier ich guck mir hier so schön den Countdown an so Leute zwölf Minuten let's go weiter weg ich glaube ich werde auch weiter weg gehen damit man das schöner sieht geil Slim Shady man kann ja auch so es gibt so richtig so ein Schild und so das ist ja zu krass es gibt einen Zug zum Einnehmen Ich suche mir jetzt mal ein schönes Plätzchen hier. Nein, Roshan wurde auch die ganze Zeit rausgekickt. Ich suche mir jetzt mal ein schönes Plätzchen hier, Leute. Oh mein Gott, da hinten, die haben voll die... Ich glaube auch, es bleibt die ganze Zeit Abend hier. Guck mal, es wird gar kein Tag. Ja, es muss einen Grund haben, ja. Ja, es muss einen Grund haben. Please stand up. Please stand up. Ja, aber hier ist schon fast zu weit weg. Ich will so ein bisschen näher. Ja, hier mache ich mit. Die beste Position habe ich jetzt hier. Er soll nochmal den Eminem-Emote machen. Oh nein, die Wohnung-Emote. Ah. Hier ist... Oh mein Gott, das wird jetzt zu krass. Elf Minuten. Oh, hier ist ja richtig Party. Ich kann das nicht gut machen. So, hier ist gutes Positioning, Leute. Auf meiner Mikrowelle kommt Musik. Jetzt habe ich irgendeinen Stream nebenbei aufgemacht hier. Was ist das denn jetzt hier? So, Leute. Das ist gutes Positioning. Ey, hör auf, das wegzumachen. Ey, wo bist du mal aufgemacht? Ey, wo bist du mal aufgemacht? Hier auf dem anderen nebendran. Hat dir was? Bro, ich bin so oder so. Ich wollte ja Minecraft machen, aber wir können auch erst Fortnite und dann Minecraft. Also, ich denke, Leute, meine Prediction, also die Server sind hier nach offline, die Fortnite-Server. Also, Epic Games-Modis sind alle offline. Creative geht noch, aber Epic Games-Server sind offline. Downtime, also Server werden elf, zwölf schon offline sein. Dann wird komplett Fortnite runtergefahren. Und ich denke, Chapter 5 wird gegen zwölf unverfügbar sein. Spätestens, spätestens. Aber es kann auch früher sein, wisst ihr euch meine? Habt ihr dann Bock zu zocken? Ich zocke auf jeden Fall. Safe, Finsky. Ey. Schau drauf. Zehn Minuten noch jetzt. Alter, Leute, checkt ihr das nur noch zehn Minuten. Ey, wer macht ihr ne Mode? Hey, lol, Jungs, wenn ihr Rechtsklick macht, dann seht ihr auch dann so ne Sicht? Rechtsklick? Äh, anvisieren, anvisieren, anvisieren. Ah, lol. Jetzt, wenn die Rakete so anvisiert. Oh, ja, ja. Das ist ne, ne? Manic-Mode, das ist so zu dem Manic-Mode. Voll geil. Das ist geil. Jetzt. Guck, Leute. Alter. Das hier das letzte Mal auf der OG-Mech. Halt mal Rechtsklick, halt mal Rechtsklick und drückst du. Also wenn du aufhörst du immer und... Tut, 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 tut. Neu-Milis-Mode. Also anvisieren, anvisieren. Ja, ein bisschen geht man halt hoch, ne? Ja, man guckt halt so auf die Rakete dann. Das war das Beste. Was nervt der denn hier die ganze Zeit? So, zack, mach ich eure Ding hier halt auch kaputt, Junge. Oh, ich sag dir ehrlich, ich werde auf der Rakete stehen bleiben. Same. Ich seh... Das kämpft. Ich werde... Mode von Eminem nach. Ich will den kopieren. Äh, warte, hier. Leute, guck mal, ich nerv dir jetzt hier ein bisschen. Ey, ich kann dem Damage zufügen. Ja, ja, aber sie werden nicht down gehen. Ja. So, habt ihr da vorn. Lass den killen. Weg mit ihm. Weg mit dem. Oha. Ich hab die Rakete zugebracht. Die haben natürlich auch ein geiles Positioning da. Überleg mal, die Leute würden wirklich nicht kaputt machen. Dann könnte man hier alles zubauen. Ey, das wäre echt krass. Kannst du nicht die ganze Zeit dein Stoppschild hier aktivieren? Okay, ich aktiviere das Stoppschild, Leute. Guck mal, die haben hier wirklich besten Blick hier. Die haben sich hier beste Aussichtsplattformen gebaut. Boah. Alter. Das ist hier der Prime-Blick, Junge. Guck mal, bei Max klappt das auch. Die bauen ja auch bei ihm. Ja, hier sind die Leute korrekt. Wo ich grad bin. Alle Leute, guck mal. Hier hat man den Baba-Blick, sieht die Rakete komplett alles hier. Zack. Geht lieber auf den Berg. Boah, das wäre krass. Ja, aber der Berg ist schon zu weit weg. Ich hab's gerade getestet. Das sieht man voll klein nur. Das ist irgendwie nicht so geil. Ja, aber damals waren wir auch auf dem Berg gewesen. Ja, das stimmt schon. Für OG-Feeling. Aber ich glaube halt eh, Leute, die Rakete wird starten und dann werden wir irgendwie teleportiert oder so. Das kann sehr gut möglich sein. Ey, wir sind so dumm. Ja, die bauen das hier grad schon. Acht Minuten, Leute. Acht Minuten, Leute. Ey, ich guck mal, wie's auf dem Berg ist. Wer eigentlich chillig. Wer eigentlich chillig auf dem Berg. Wir gucken uns das mal an. Acht Minuten nur noch, Leute. Let's go. Und ihr seid alle live dabei. Es ist los. Darauf noch einmal Like-Hype, Leute, oder? Like-Hype, Leute. Macht jetzt hier mal alle nochmal ein Like, Abo, Glocke aktivieren. Push die Streams raus. Crater-Code von uns allen nicht vergessen. Boah, krass. Krass, Leute. Fortnite hat jetzt den Rekord gebrochen. Wie viel? Gleichzeitig die Spieler Rekord gebrochen. Gleichzeitig, überlegt mal, Bro. Der Rekord wurde gebrochen. Das ist krass. Der Rekord wurde gebrochen. Checkt sich, Leute. Ihr checkt sich. Ja, Leute, guck mal. Das ist schon... Das ist ein altes Game bricht gerade alle Rekorde. Also, wenn man hier auf dem Berg ist, ist es schon sehr weit weg, Leute. Und wisst ihr noch, wie die Leute damals Fortnite runtergemacht haben? Fortnite ist tot und so. Und jetzt brechen die einfach neue Rekorde. Ja. Das stimmt. Fortnite is back in the game. Nein, ich bin runtergefallen. Fortnite is echt back. Und ich sage das auch, Leute. OG Season kommt back. OG Season kommt 2024 back. Das ist das Kassel. Und überlegt mal, wie krank das wäre, was die machen würden. Die bringen die OG Season back. Und dann jede Woche Live-Events. Die alten Oldschool-Live-Events. Das wäre krass. Das wäre... Nochmal so alle. Alle recyceln. Nein, ich habe meinen Platz verloren. Das ist krank, Leute. Das ist wirklich krank. Also, Leute, ich sage euch ehrlich, da, wo wir gerade eben waren, war es am besten. Da war der Blick am besten. Wo war es denn gerade? Ja, oben. Guck mal, die, die sich hier gegenüber diese Bühne gebaut haben. Die haben diese Bühne gebaut da drüben. Ich sage euch ehrlich, da sieht man alles komplett hier. Hier ist das Beste. Seht ihr meinen Flummi hier, wenn ich den schmeiße? Das ist ein Stabiler. Aber Bro, das Ding ist nicht vielleicht nicht hier mit der Rakete mitfliegen. Oh, ich bin hier. Ich will mit der Rakete spielen. Wenn wir runterbauen, können wir auf die Bühne gehen. Wollte ich gerade sagen, Bro. Wann kannst du meinen Flummi sehen, wenn ich den schmeiße? Ja. Ey, Flummi ist zu... Ich werfe... Okay, jetzt gibt es eine Wasserbombe, SU. Oha. Mach keinen... Aber der kommt gar nicht zu dir. Sechs Minuten, nur noch sechs. Alter. Ich bin der Trommler, Bro. Ich mache hier die Spannungstrommel, Leute. Geil. Bro, jetzt... Ich hoffe, wir kriegen nicht raus. Ey, crazy, Leute. Crazy. Sechs Minuten. Die letzten sechs Minuten, Leute. Das dürft ihr nicht verpassen. Ich fahre all auf. Fuck, geht's nicht. Gleich geht's los, Freunde. Das dürft ihr jetzt hier nicht verpassen. Leute, ihr dürft nicht Oh mein Gott gleich sagen, okay? Alter. Ja, das ist... Okay, okay, Challenge. Das hat aber nicht geklappt. Ja, weil alle immer Oh mein Gott sagen. Oh mein Gott. Das passiert, wenn ich zu sehe. Das ist krass. Ey. Jetzt geht's los. Ey, Friedan. Jetzt geht's los, Leute. Prankt hier. Ich schreibe dir gerade einen Liebesbrief. Ich schreibe dir auch eins. Der Prankt, Junge. Pranks, die zu weit gingen. Fünf Minuten. Jetzt das letzte Mal. Das ist das Problem, dass immer Leute kommen, die das wegbauen. Hört drauf abzubauen, Leute. Hört drauf kaputt zu machen. Ach ey, Degar. Ganz vergessen, die pranken immer. Das sind ja alles kleine Pranker. Wir Leute, wir gehen einfach auf zur Rakete. Das bringt es uns nix. Die bauen das immer ab. Die bauen das hier leider immer ab. Ja, ich komme zu euch hier. Hier sind gerade Plätze frei geworden. Du musst nicht weiß. Oh, krass wäre auf... Sind da noch Motionplätze? Ja, das ist hier so krass. Das ist doch auf dem Meteorwerk krass. Die Meteorwerk auch krass, aber ich glaube, das ist hier First Reihe, Bro. Das ist die erste Reihe, weißt du, was ich meine? First Class. Hier, guck mal, hier für dieses Ticket 10.000 V-Bucks musste ich für dieses Ticket bezahlen. 4 Minuten. Leute, das ist jetzt hier, das sind hier die First Class Tickets, Junge. Das ist ein First Class Flug. So ein Ding ist das. Bro, das reicht, wenn es einfach 5, 10 Minuten geht. Checkt ihr das? 5, das ist auch crazy. Da kommt Laser, da kommt Laser, wow. Bro, das ist vom Live Event. Das ist vom Live Event, Bro. Oh mein Gott. Die Rakete redet, die Raketen redet. Hallo, wir sind hier, wo das Live Event herkommt. Von da hinten. Hier spricht ein paar Vortrag. Wir werden gleich das Event starten. Was ist das für ein Laser? Was ist das für ein Laser? Was ist das für ein Laser? Oh mein Gott, bei mir ist das Live Event bei euch auch. Oh mein Gott, bei mir ist Feuerwerk, Leute. Bei mir ist Feuerwerk. Das Live Event. Feuerwerk. Alter, Eminem macht so eine krasse Show, Digga. Eminem hat krasseste Effekte auf seine schöne Wünsche. Mach mal hier, ey, ey. Komm, gehen. Komm, gehen, komm, gehen, komm, gehen. Junge. Kopiert mal den E-Mail, komm, ey. Macht alle Feuerwerk, alle Feuerwerk. Macht alle Feuerwerk. Warte. Ich muss auf die Hauptseite gehen. Bei uns geht's live, wir werden einfach früher los, Leute. Oh, bei uns geht's live, wir werden einfach früher los, Leute. Oh, bei uns geht's live. Silvester. Alter. Neues Jahr. Oh, die bei Switch-Stand ist gecrashed. Oh mein Gott. Alter, ganz Nintendo Switch-Down. Oh mein Gott, Leute. Oh, nein, Switch-Down, Switch-Down. Leute, macht jetzt hier mal die 10.000 Likes. Wir sind aktuell bei 8.600, Freunde. Liken, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Folgt mir gerne auf Instagram nichts mehr zu verpassen. Let's go. Und Paul Berger Limo. Paul Berger Limo ist natürlich auch beim Live-Event mit dabei. Let's go. Let's go. 2 Minuten 40, 2 Minuten 40. Was machst du da für ein Blitzy-Mode? Oh mein Gott. 2 Minuten, Leute. Oh, Monster kommt aus dem Live-Event raus. 2 Minuten. Oh mein Gott. Feuer, die Rakete brennt. Ey, das ist so krass. Meine Switch lebt noch. Ist Switch bei euch down oder nicht? Ich kann das nicht gucken. Guck, wie das mal ist. Wie das macht. Die Rakete brennt. Hast du noch, warte. Mach nochmal. Ne, ich kann nicht. Hey, Bro, die Rakete brennt. Die Rakete brennt. Die Rakete brennt, Jungs. Hey, hier ist richtig was los. Hey, hey. Bro, der Bunker brennt nicht, sondern die Rakete. Hey, wie kalt das aus? Eine Minute, Leute. Eine Minute. Wow. Feuerwerk ist schiefgegangen. Rakete fackelt ab. Der eine hat. Der eine hat. Bro, der macht mit. Warum mach ich den im Out nicht? Ich hab den leider auch nicht. Nein. Alle müssen den machen, die hier oben sind. Eine Minute. Eine Minute 46. Das ist zu krank, Leute. Oh mein Gott. Die von außen können nichts mehr sehen. Das ist... Guck mal, wie süß die das bei der Gronter haben. Eine Minute. Ey, wir lassen hier alles abfackeln. Eine Minute 30. Wir lassen hier alles abfackeln, Leute. Let's go. Eine Minute 30. Meine Hand brennt. Oh mein Gott. Eine Minute 20, Leute. Es geht gleich los. Der ist alles drin. Oh mein Gott. Für noch ein paar Sekunden jetzt. Ey, wer ist alles live dabei? Live-Chat schreibt jetzt rein. Wer ist jetzt alles live dabei? Wer ist in-game geschafft? Wer hat's nicht in-game geschafft? Eins, wenn ihr in-game seid. Zwei, wenn ihr nicht in-game seid. Oh mein Gott. Die letzte Minute. Eine Minute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo steht die Zahl? Wo steht die Zahl? Wo steht die Zahl? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Live-Chat. Geisteskunden. Geisteskunden. Alle mitmachen. Alle drin sind sehr gut. Sehr gut. Ich drück euch die Daumen, dass wir das gemeinsam alle durchschaffen. Ich drück die Daumen, dass wir nicht crashen. 30 Sekunden. Ey, bitte. Imagine, wer auf der Rakete steht und crashen wir. Oh mein Gott. Alle reißen sich. Bro, 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 bro. 29. 28. Oh. Bro, mit mir hat's gerade geleckt. Oh mein, die auch getreht. Bro, mein Game war free. Mein Game war free. Ich dachte, ich dachte, mein Game crasht. Ich bin auch gerade. Ich bin auch gerade gefroden. Ey, Leute, wir zählen runter. Von 10 zählen wir runter. Let's go, Leute. 10. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Keine Oh mein Gott sagen. Das ist ja. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 18. 19. 16. 21. 21. Die Rakete dreht durch! Die Rakete macht alles kaputt! Oh mein Gott, Leute! Junge! Was passiert hier? Oben, Jungs! Über uns! Über uns! Da ist ein riesiges Rift über uns! Es kommt was! Wer kommt da? Was? Da kommt wer? Nein! Wer hat abgebaut? Wir wurden geriftet! Da kommt jemand! Warte auf mich! Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Auf die Nullkunden! Oh mein Gott! Auf die Nullkunden! Was? Der Komet kommt! Der Komet kommt! Der Komet kommt von oben! Nein! Wir müssen da A drücken! A drücken! Wir müssen da A drücken! A Spam! A Spam! Wir müssen da A Spam! Ich muss links drücken! Ich muss links drücken! Ich muss links drücken! Jungs, wir müssen die Bälle drücken! Oh mein Gott! Was passiert da? Was crasht da rein? A Spam! 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 Super! Super! Wow! Let's go! Wir fliegen aus der Map raus, Leute! Alter! Wir werden wieder eingezogen, Leute! Ey Leute! Schwarzes Loch! Schwarzes Loch! Der Battle Bus! Das Schwarze Loch ist der裡! Applause Ey Leute! Wird das Schwarz... Der Battle Bus! Was kommt hier?! Oh mein Gott! Nein! Achso! Nein! 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 Das war's! Schwarz Loch! Das war's! Ist er noch damals? Das Schwarze Loch ist wieder da! Das ist das Ende von Fortnite! Es ist noch nicht vorbei. Es ist doch noch nicht vorbei. Was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott. Die Junge sieht das krass aus. Wir sind in so einer Galaxie. Wir sind in ein Demi. Die Junge sieht das krass aus. Lego! 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 Wir kriegen in die Lego Schleifung! Lego! Lego Portal! Lego Portal! Lego Portal! Oh mein Gott, wie geil sieht das aus? Oh mein Gott. Ey, wie schön ist das animiert, Leute? Was machst du da? Ey, unser Squad! Unser Squad ist da! Ey, wir sind Legos! Ich bin ein Legos! Ich bin ein Legos! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, wie krass! Was für ein Lego-Mensch! Bro! Nice! Was denn? Was? Wie schlimm ist das? Ja! Das sieht ja so cool aus! Junge, Lego-Fortnite, wie cool ist das denn? Ey, wie nice! Ey, ist das krank. Ey, das sieht so cool aus! Ist das krank? Ey, das sieht so cool aus! Ey, Leute! Fortnite hat so einen rausgehauen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wird so gesuchtet, Leute! Guck mal, du fangst! Du bist ein Kino! Hä? Ist das jetzt ein halbes MMO geworden, dass man so Monster killen kann oder was? Das ist kein Leipzig-Welt, das ist ein Film! Nächste Welt! Nächste Welt! Nächste Welt, okay! Lego-Welt war stark! Leipzig, wie findet ihr Lego-Welt? Ich fand's sehr nice! Rocket League! Rocket League! Nächste Welt! Nächste Welt! Oh mein Gott! Raze! Ey, als ob man jetzt hier ein Rennen fahren kann, Leute! Joooo! Ey, wenn wir hier fahren können! Ey, Fortnite hat alles zerstört! Fortnite hat Realtalk alles zerstört, Leute! Guck mal! Ey, ist das krass! Was ist das für eine Krass-Animation, was wir gerade sehen? Ey, das ist so gut gemacht! Das ist ein Film! Alleine! Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen! Alleine, dass wir uns im Squad sehen! Wie cool ist das? Ey, jetzt können wir fahren! Ey, jetzt können wir fahren! Wuhuhu! Wuhuhu! Ey, crash mich nicht, Stanni! Ey, Junge! Ey, let's go! Fahr bei den Fuß! Drift! Wuhu! 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 Düse! Düse einsetzen! Wuhu! 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 Ey, das ist voll geil! Ey, Junge, das ist... Das ist nicht normal! Das ist nicht normal! Favourite Game, Leute! Favourite Game! Das ist das... Ist das crazy! Das ist das bestere Spiel! Das beste Live Event! Ey, das ist wirklich geisteskreis! Wuhu! 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 Eminem! Nice! Oh mein Gott! Oh Gott! Jetzt! Guck mal, wie schön diese Animation ist! Ich komm nicht drauf klar! Das ist einfach Disney-Film, was wir gerade gucken! Das ist wirklich Disney-Film! Das ist zu krank, diese Animation! Das ist zu krank, diese Animation! Oh! Oh! Leise, leise, leise! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Okay! Oh mein Gott! 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 Ich stehe die für durch! Und ich stehe die für durch! Oh mein Gott! Ey, da muss man sich richtig ranhalten! Ich stehe die für durch! Ich auch nicht! Oh mein Gott! Ich hab den Job verkackt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Riegen Eminem! RUTUS! RUTUS! Der wird erstmal weggebracht! RUTUS! Lala! Oh! Oh! Das ist Marshall Matters, Leute! Ist das krank, Digga? Digga, 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 Digga Digga, 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 Digga Digga, Digga, Digga Digga, Digga, Digga Digga, Digga, Digga Und diese einzelnen Universum sind wie einzelne Spiele Man hat ein Rennspiel, was man spielen kann Dieses Lego-Ding war so MMO-mäßig, habe ich das Gefühl Also geisteskrank 15 Wenn man das alles spielt Okay, ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt 10, bei mir jetzt noch 10 Sekunden Let's go 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Beenden, beenden, beenden steht da jetzt Was ist beenden? Oh, das ist, wenn ihr beendet, seid ihr raus, seid ihr raus Ja, dann ist aber vorbei Wenn ihr beendet, seid ihr raus, los Ach, das ist noch für beenden, ach so, okay, okay Wir müssen jetzt warten, das ist quasi das schwarze Loch wahrscheinlich Ah, das ist das schwarze Loch bis dann die Downtime Ja, das ist jetzt schwarze Schlamm Ah, schade, schade, schade Ey, Bro, das gleich ist, wenn das so da geht Geisteskrank Ey, das war unfassbar heftig Unfassbar heftig Konzert war crazy Äh, Ding war crazy Vor allem die ganzen Funktionen, Leute Diese ganzen Funktionen Also die neuen Das sind ja wie einzelne Spiele Das sind ja wie einzelne Spiele Ja, ja, ja Ich kann mich am meisten auf die Lego-Funktion Ja, Lego, Lego Alter Neues Spiel einfach Oh mein Gott Ey, Leute Lasst jetzt nochmal alle ein Like und ein Abo da Bei uns allen Push das Ding raus hier Für Fortnite-Content Ich werde jetzt Das Ding ist Ich vermute, das ist jetzt so das schwarze Loch Dass man jetzt hier nichts mehr machen kann Ich werde jetzt auch einfach mal beenden drücken Vielleicht kommt man weiter Ich glaube aber nicht, dass es was ändert Weil hier geht's nicht weiter Ich glaube, das ist das Ende Schwarz Loch In der neuen Season geht's dann hier weiter Hast du Ende gedrückt, Finski? Ich hab da nicht beendet Nee, bei mir sind noch 20 Sekunden Ich trau mich nicht, Leute Ich trau mich auch nicht, Finski Finski, teste du Finski, wir schicken Fins- Ich werde das nicht testen Finski in den Kampf Ich wollte das nicht mehr in den Kampf SU teste du, du bist nicht mehr live Teste Wie? Ich bin nicht mehr live Bist du nicht mehr live? Hä? Du hast das gerade gesagt Hä? Ich dachte, du wär... Hä? Bei mir sah das irgendwie so aus, als wärst du gar nicht mehr live Leute, dann steht's bei mir auch, denk ich Hä? Wie kommst du aber darauf? Bro, bei mir stand das irgendwie Als ich gerade vorhin pinkeln war War ich so am Handy Hab so Chat und so geguckt Und da stand bei mir Aber dann hast du dein Spiel von beendet Hä? Bei mir ist das Reifen dann nicht vorbei Was passiert bei dir, Finski? Hä? Ich flieg da in so eine Dimension da rein Hast du auf beenden gedrückt? Nein Ja, ja, ja Achso Ey, ich flieg gerade auch in die Lego-Dimension Oh mein Gott Ich kann als Lego nicht gut Sachen bauen Ich hab auch beenden gedrückt Bro, ich flieg gerade durch die Dimension Hä? Oh mein Gott Ist vorbei, Leute Ich kann die Lego-Items anfassen Das Event ist vorbei Oh mein Gott Leute Aber es war unfassbar crazy Es war unfassbar crazy geworden Äh, gewesen Lasst ein Like und ein Abo da Ihr wisst Bescheid, Freunde Äh, was soll ich euch sagen? Man kann jetzt hier nichts mehr machen Man kann jetzt hier leider nichts mehr machen Also das war das Event Äh, ab jetzt ist Downtime Man kann jetzt kein Fortnite mehr zocken Wir können ja mal schauen Aber es wird jetzt hier Downtime sein Ja, ihr seht's Es sind keine Spielmodis da Man kann nichts machen Morgen kommt die neue Season raus, Freunde Sehr, sehr crazy Sehr, sehr crazy Ja, man kann nichts machen Vorbei Vorbei Ranked aus Beitreten Gibt keine Modis Gibt keine Spielmodis Leute Ich würde mich jetzt einfach noch mal Geisteskrank drüber freuen Wenn ihr jetzt einfach mal Im Item Shop Den Creator Code iCrimex OG eintragt Einfach iCrimex OG Support ist kein Mord Könnt ihr mich kostenlos supporten Wenn morgen neue Season kommt Ihr euch den Battle Pass holt Tragt gerne davor iCrimex OG ein Wäre sehr, sehr nice Kuss, 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 Leute iCrimex OG im Item Shop Jetzt heute Abend noch eintragen Alle den Kanal abonnieren Glocke aktivieren Um auch kein Fortnite-Content mehr zu verpassen Und ich würde mich jetzt natürlich noch Sehr, sehr krass drüber freuen Das sind aber jetzt wirklich nur Die richtigen OGs, Leute Und zwar, wenn ihr einfach mal noch PaulbergerLimo auf Instagram folgen würdet Ja PaulbergerLimo Ich hau euch mal den Link rein Instagram Also wenn ihr natürlich mir schon folgt PaulbergerLimo Instagram PaulbergerLimo Würde ich mich krass drüber freuen Ihr wisst ja meine eigene Limo, Leute Paulberger.club Ich hau euch das mal hier in den Chat rein Aber es passiert nichts mehr Oder kann man jetzt Also man kann nichts mehr machen Man kann nichts mehr machen, Leute Das war's Ende Ende im Gelände Sollt ihr mich los? Ja, ja, ja Feierabend Okay Man werden die Sounden online kommen Ungefähr Also ich denke mal 12 Uhr Ne, am Sonntag Morgen Leute werden ab 8 Uhr live sein Zu neuen Season auf jeden Fall Ab 8 Uhr Hat jetzt schon jemand beendet, Jungs Ja, ja Ich hab beendet Man ist einfach in der Lobby Ich hab schon beendet Man ist in der Lobby einfach Passiert nichts mehr Ja, okay Dann geh ich So, Leute Ich hab euch den Link in den Chat reingehaut Folgt jetzt alle mal Paulberger Limo Würde ich mich geisteskrank drüber freuen Ihr wisst Bescheid Meine eigene Meine eigene Limo Macht mal jetzt hier die 17.000 Follower hier voll Einmal hier kommen 17.000 Follower voll machen Auf Ehre Paulberger.club Auf Instagram Ihr wisst Bescheid Ja, Leute Also ansonsten Sind wir jetzt hier relativ Am Ende des Streams angekommen Weil wie gesagt Man kann jetzt hier halt nicht mehr viel machen Das ist halt einfach Downtime Servers sind down Morgen 12 Uhr Kommt neues Fortnite Season raus Wenn ihr Bock habt Komm ich auch wieder live für euch Werd auch wieder streamen Ansonsten spätestens mit nem Video Wisst ihr Bescheid Und am Dienstag Am Dienstag kommt ja einfach der GTA Trailer Am Dienstag einfach GTA Trailer Komplett verrückt Komplett verrückt, Leute Minecraft Äh, ne Leute Ich werd den Stream Jetzt hier an dieser Stelle beenden Ich bin raus für heute Abend Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstagabend, Freunde Ich guck mal ganz kurz Haben wir die Haben wir die 17.000 Follower hier voll Ey, da fehlen noch 200 Leute, voll Folgt jetzt mal alle Paulbearer.club Und dann würd ich sagen Vielen, vielen Dank für alles Hab euch lieb, Leute Bis dahin Haut rein, Leute Euer Crymax Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal